Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich einen herzlichen VfB habe. Zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten. Da Fittesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiklitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Ziel aus. Und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. B in der Leitung, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ich grüße dich allerdings nicht mit der Hand an der Stirn. Ah, okay. Das ist besser so. Sonst müsste ich nachträglich vielleicht noch ein bisschen tätig werden bei diesem Podcast. Ja, Mensch, Sebastian. Wie fühlt es sich denn an mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden? Denn seit gestern ist Thomas Hitzesberger in Amt und Würden. Der 15.10. war sein Arbeitsbeginn. Als Vorstandsvorsitzender spürst du schon den frischen Wind, der durch Stuttgart weht. Den Hitzeffekt, den haben wir jetzt mittlerweile ja schon mehrmals gehabt. Also den haben wir ja damals gespürt, als es dann gegen Leipzig ging, haben wir leider verloren. Ja, ich muss gestehen, jetzt den 15.10. als offiziellen Dienstantritt hatte ich jetzt gar nicht so im Blick. Also ich habe trotzdem relativ ruhig geschlafen. Aber letzte Woche, wir hatten ja Montagabend aufgenommen und hatten dann kurz die Gerüchte thematisiert, dass er eventuell und vielleicht ganz wahrscheinlich Vorstandsvorsitzender werden könnte. Und ja, und wenige Stunden später war es denn schon soweit und es gab dann die PK. Ja, und es fühlte sich schon relativ gut an. Also ich denke, wir kommen ja später noch ganz, ganz, ganz ausführlich zu der Personalie. Es fühlt sich gut an. Es sind auf der anderen Seite auch ein paar Zweifel. Ja, aber grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden. Grundsätzlich hört es sich gut an. Das finde ich, kann man eigentlich so stehen lassen. Es gäbe wahrscheinlich schlechtere Kandidaten für den Vorstandsvorsitz. Also von daher kann ich schon mit Thomas Hitzesberger ganz gut leben. Du hast es gesagt, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Thomas Hitzesberger ja so gut wie sicher Vorstandsvorsitzender wird. Deswegen brauchen wir jetzt auch nicht nochmal ganz detailliert in die ganze Thematik einsteigen. Aber es gibt schon ein paar Themen, die ich nochmal besprechen möchte. Und vielleicht auch, ja, das ein oder andere, was nicht jeder mitbekommen hat. Zum Beispiel, was sind die Aufgaben von Thomas Hitzesberger? Das wurde ja von uns letzte Woche noch heiß diskutiert, möchte ich fast schon sagen. Wir haben überlegt, wie geht das jetzt weiter, wenn er nicht mehr Sportvorstand ist? Wer wird dann Sportvorstand? Und ja, vor allem, wer ersetzt dann vielleicht den Sportdirektor Sven Mislentat, der neuer Sportvorstand wird? Und das können wir uns alles jetzt eigentlich schenken. Denn Bernd Geiser, der Interimspräsident, hat aufgeklärt. Thomas Hitzesberger ist Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender in Personalunion. Seine Ressorts beim VfB sind in Zukunft Sport, das ist ja klar, Unternehmensstrategie und Kommunikation. So, also wir bleiben sozusagen bei einem Dreiervorstand. Und der Herr Geiser hat das auch ganz schön erklärt in der Pressekonferenz. Und meinte, ein Vierervorstand wäre in der zweiten Liga nicht angemessen. So Sebastian, ich als alter Hobbydetektiv, hab mir dann gedacht... Okay, du hast recherchiert. Ja, ja, ich musste gar nicht so lange recherchieren. Es war mir eigentlich sofort klar, wieso sucht denn der VfB ein viertes Vorstandsmitglied, wenn sie eigentlich der Meinung sind, dass in der zweiten Liga ein viertes Vorstandsmitglied nicht angemessen sei. Weil, ich meine, die Suche ging ja nach dem Abstieg weiter. Und wenn man sich nicht gleich darüber im Klaren war, dass es Hitzesberger wird und dass man halt einfach mit diesem Dreiervorstand weitermacht, dann hätte man ja auch die Suche theoretisch erstmal beenden müssen oder pausieren müssen. Aber stattdessen hat man ja intensiv weitergesucht. Und es sah ja zu Zeiten eines gewissen Wolfgang Dietrichs noch sehr danach aus, dass man auch einen Vorstandsvorsitzenden schon gefunden hat mit Robert Schäfer. Also da hat man offensichtlich keine Probleme gehabt, mit dem Vierervorstand in die zweite Liga zu gehen. Also was will ich dich fragen? Glaubst du dem Herrn Geiser, dass der VfB wirklich der Meinung ist, ein Vierervorstand sei für die zweite Liga nicht angemessen? Oder hat es vielleicht andere Gründe, warum man jetzt erstmal bei diesem Dreiervorstand bleibt? Ja, diese ganze strukturelle Frage ist ja schon ein bisschen schwierig. Also, dass jetzt ein bestehender Vorstand zum Vorstandsvorsitzenden wird, ist ein bisschen komisch. Weil ich finde, das ist doch so eine grundsätzliche Frage, die du dir eigentlich stellst, bevor überhaupt der Auswahlprozess beginnt. Möchtest du einen der bisherigen drei Vorstände zum Vorstandsvorsitzenden machen? Oder möchtest du jemanden von extern holen? Das ist ja genauso bei einer Trainerfrage. Also, du machst dir doch vorher als Verein oder als AG Gedanken, wie soll unser Trainer aussehen? Und wenn du hinterher dann eine Stichwahl hast zwischen Tim Walter und Taifung Korkut, dann ist ja schon was falsch gelaufen, weil du musst ja irgendwie eine Richtung haben, in die du gehen willst. Beim Trainer sagst du, will ich einen Offensivtrainer haben oder will ich einen Defensivtrainer haben? Und jetzt beim Vorstandsvorsitzenden würde ich sagen, wollen wir eine interne Lösung oder wollen wir eine externe Lösung? Und dass jetzt dann Thomas Hitzelsberger sich gegen alle anderen Kandidaten in einem Pitch dann durchgesetzt hat, mag sein. Aber es fällt halt doch ein bisschen schwer zu glauben, weil es halt ja auch dem Verein oder der AG dann die Entscheidung sehr, sehr einfach macht. Das ist diese Downside, dass man sagt, wie ist denn diese Entscheidung jetzt gefallen? Auf der anderen Seite hat man natürlich dann die Personalie Thomas Hitzelsberger, wo glaube ich jeder VfB-Fan glücklich ist, dass er es geworden ist, der jetzt Vorstandsvorsitzender ist. Und jetzt jeder irgendwie eben die Daumen drückt, dass er das Abend jetzt so ausfüllen kann, dass der VfB Erfolg hat. Und dass es halt weitergeht oder so weitergeht, wie er es jetzt auch als Sportvorstand irgendwie hinbekommen hat. Ich hatte ja das Glück, dass ich am Montag beim dunkelroten Tisch eingeladen war und habe Bernd Geiser genau die gleiche Frage gestellt, die ich dir gerade eben gestellt habe und habe natürlich auch noch gefragt, warum war es denn jetzt so wichtig, unbedingt Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzenden zu präsentieren? Weil man hätte sich ja auch dafür entscheiden können, dass man es erstmal einfach so weiterlaufen lässt. Weil im Prinzip haben sich ja die Vorstände nicht verändert, nur die Positionen. Und ich sage mal so, es wäre vielleicht gar nicht so doof gewesen, dass man das jetzt einfach so durchzieht, die Saison. Und hätte dann mit dem neu gewählten Präsidenten dann vielleicht auch nochmal sich absprechen können. Weil dadurch, dass er natürlich Aufsichtsvorsitzender wird, das hat Bernd Geiser auch schon bestätigt, wäre es ja schon nicht schlecht, wenn er da auch ganz cool mit den neuen Vorstandsvorsitzenden ist. Nicht, dass wir da gleich wieder so eine Situation bekommen, dass der Vorstandsvorsitzende vom Aufsichtsratsvorsitzenden nicht ganz so erwünscht ist. Dann könnte es auch gleich wieder ein bisschen haken. Klar müssen die beiden sicher auch nicht immer grün sein, aber ja, ich denke mal so im Großen und Ganzen sollte es schon passen zwischen den beiden. Also es sollte schon eine faire Begegnung geben zwischen Vorstandsvorsitzenden und eben den Aufsichtsratsvorsitzenden, beziehungsweise dem Präsidenten. Und er meinte dann, ja, das, was er auch in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, wenn wir jetzt gewartet hätten, ja, dann, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, hätte man vielleicht auch nochmal die zweite Wahl im Oktober, wenn man das so nennen kann, die zweite Wahl im Oktober 2020 abwarten müssen. Weil der Präsident ja dann nochmal gewählt werden muss, beziehungsweise es wird dann nochmal eine Präsidentschaftswahl geben, weil die Wahl im Dezember, die bestimmt ja den Präsidenten eben nur bis zum Oktober 2020. Und dann meinte er, und dann besteht natürlich die Gefahr, dass ein neuer Präsident gewählt wird. Und dann müsste man nochmal ein Jahr warten, bis der sich eingearbeitet habe. Also ich war nicht so richtig zufrieden mit der Antwort. Und das Problem für mich ist ein Stück weit, dass ich mir keinen richtigen Reim darauf machen kann, warum es so wichtig war, Thomas Hitzisberger jetzt in diese Position zu heben. Aber mir kommen die Antworten falsch vor, beziehungsweise kommt mir so vor, als ob man uns da so ein bisschen anlügt. Und ich verstehe gar nicht, warum. Also die Begründungen, die man bislang gehört hat, die machen für mich keinen Sinn. Wie gesagt, wenn ich auf der einen Seite der Meinung bin, man braucht keine vier Vorstandsmitglieder, warum suche ich dann nach einem vierten, dann die Ernennung des Vorstandsvorsitzenden, Thomas Hitzisberger, warum kann ich da nicht warten, bis der Präsident gewählt wurde. Also vor allem, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein neuer Präsident gesagt hätte, Hitzisberger, den kann ich als Vorstandsvorsitzenden nicht akzeptieren oder so. Ich meine, wenn es einen gibt innerhalb des Vereins, dem man diese Rolle irgendwie geben kann und viele Fans dann auch mit ihm gut leben können als Vorstandsvorsitzenden, dann ist es Thomas Hitzisberger. Ich glaube, kein anderer amtierender Vorstand hätte diese Position bekommen dürfen, sonst hätte es hier ganz schön geraucht, glaube ich. Ja, aber trotzdem waren viele unzufrieden. Sebastian, du wirst es auch im Netz verfolgt haben. Viele sind der Meinung, der VfB lässt wieder keine Expertise von außen zu. Wie siehst du es da? Braucht es die dringend im Vorstand? Oder sagst du, eigentlich ist das ganz cool mit Thomas Hitzisberger, der ist reflektiert genug, um diese Draufsicht auch irgendwie gewähren zu können, die man vielleicht braucht in der aktuellen Situation? Ich denke schon, dass der reflektiert genug ist und auch intelligent genug ist, um diese Draufsicht zu haben. Aber trotzdem ist es natürlich so systemimmanent. Wenn du irgendjemanden aus dem eigenen Haus nach oben beförderst, der guckt ja dann nicht komplett anders auf die Sachen drauf. Und der kommt ja nicht rein zum allerersten Mal, guckt die Sache an und fällt dann Entscheidungen, die vielleicht anderen missfallen, die schon länger da sind. Und insofern ist es, glaube ich, für alle die, die schon länger da sind, eine relativ bequeme Lösung, ihn jetzt an oberster Stelle der operativen AG zu haben, also unterm Aufsichtsrat. Das glaube ich schon. Aber klar, jetzt muss man sich ja nur mal vorstellen, wir werfen mal die Zeitmaschine an und reisen mal zurück in, wir hatten es neulich in August, und Michael Reschke wäre noch Sportvorstand und der wäre jetzt befördert worden. Also, und ich glaube, dann wären alle, also ich auch, mit Mistgabeln und Fackeln in der Mercedesstraße gestanden. Weil man sagt, das kann doch nicht sein. Und nur die Personalie Hitzlsperger, weil er halt so ein unfassbarer Sympath halt einfach ist und auch bewiesen hat, dass er es drauf hat, rettet ja den VfB so ein bisschen aus dieser Sache raus. Und das macht die ganze Geschichte für mich so wahnsinnig ambivalent. Die Person an sich ist sehr positiv. Die Personalie an sich ist eher zweifelhaft. Und mich hat der Herr Geiser auch auf der PK nicht überzeugt. Und so wie du es schilderst, hat er ja dann beim dunkelroten Tisch eigentlich genau dasselbe nochmal erzählt. Was mich dann auch noch so ein bisschen verwundert hat, dass man ja eigentlich gesagt hat, man suche einen regulativ zum Sportvorstand mit hoher Wirtschaftskompetenz. Und das passt ja jetzt überhaupt nicht mehr. Also Thomas Hitzlsperger ist ja eben der Sportvorstand. Hohe Wirtschaftskompetenz würde ich ihm jetzt auch nicht unbedingt zusprechen wollen. Die kann er sich vielleicht aneignen, aber Stand jetzt hat er die nicht. Und ja, auch da möchte ich jetzt mal von dir wissen, wie du das empfindest. Weil auch hier steht ja eigentlich schon wieder die Auswahl des jetzigen Vorstandsvorsitzenden entgegen dem, was damals uns erzählt wurde, warum man auch so einen Vorstandsvorsitzenden unbedingt noch braucht und warum man jetzt so händeringend nach einem sucht. Ja, also ich habe ja auch dann auf dem Vertikalpass viele Kommentare geschrieben und da waren auch sehr viele Leute, die sehr viel Ahnung hatten. Und da wurde ich auch darauf hingewiesen, dass natürlich auch ein Vorstandsvorsitzender ein Ressort hat. Also es ist jetzt niemand, du hast nicht deine Vorstände und jeder Vorstand hat ein Ressort und dann gibt es den Vorsitzenden ohne einen Ressort, der nur auf die aufpasst. Das macht der Aufsichtsrat. Also es ist schon üblich, dass auch der Vorsitzende ein Ressort hat. Also insofern entspricht das schon noch dem, wie es jetzt kommuniziert wurde. Aber das kann ich jetzt kurz zitieren. Also wir hatten ja das große Privileg, dass wir kurz mal in das Anforderungsprofil reinschauen durften, was die Agentur, die für den VfB gearbeitet hat, formuliert hat. Und da heißt es, das war die Stellenbeschreibung, der Vorstandsvorsitzende, jetzt ist ein Zitat, arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem Vorstand Sport zusammen, um sicherzustellen, dass er über die erforderlichen Ressourcen und Unterstützung verfügt, um herausragende sportliche Ergebnisse erzielen zu können. Und das zeigt ja schon, dass das nicht irgendwie von Anfang an so gedacht war, dass der Vorstandsvorsitzende auch gleichzeitig der Vorstand Sport ist. Weil jetzt heißt es ja, Thomas Hitzlsperger arbeitet eng und vertrauensvoll mit Thomas Hitzlsperger zusammen, um sicherzustellen, dass Thomas Hitzlsperger über die erforderlichen Ressourcen und Unterstützung verfügt, um herausragende sportliche Ergebnisse erzielen zu können. Und ich sage, na klar arbeiten die zwei gut zusammen, wenn sie halt eine Person sind. Es passt halt nicht so alles zusammen einfach. Und ja, da muss man halt kritisch nachfragen. Und jetzt ist es halt so entschieden worden. Und wir wünschen uns natürlich, dass Thomas Hitzlsperger die erforderlichen Ressourcen und die Unterstützung bekommt, um herausragende sportliche Ergebnisse erzielen zu können. Ja, mir kommt es halt so vor, als ob man hier versucht hat oder immer noch versucht, das irgendwie so durchzudrücken und so zu tun, als könnte man fast nicht anders, als Thomas Hitzlsperger zu nominieren. Alle anderen Kandidaten waren nicht geeignet, etc. Der eine, der soll angeblich Quadrig zu Legia Warschau vermittelt haben. Ich spreche hier von Bernhard Häusler, der ja lange als Favorit galt. Ob das nun so war, weiß man nicht. Ich habe jetzt zum einen gehört, dass Bernhard Häusler auch von sich aus gesagt hat, das wirkt mir einfach zu viel, das schaffe ich nicht. Und angeblich hätte er von sich aus abgesagt. Der von mir sehr geschätzte Chris Prechtl hat einen sehr interessanten Blogbeitrag dazu geschrieben. Ich glaube, das war das By the way 348. Und hat da so ein bisschen aufgedeckt, möchte ich mal fast schon sagen, dass Häusler eben als Berater Quadrex, und da brauche ich, glaube ich, nichts mehr dazu sagen, an Legia Warschau vermittelt hat. Wobei man hier natürlich auch wieder sagen muss, ja gut, wenn ich jetzt ein Berater bin, ist es vielleicht auch gar nicht so merkwürdig, dass der Berater eines Vereins jetzt dann Investor irgendwie vermittelt. Es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass es jetzt ausgerechnet Quadrex ist. Und ich glaube, als Aufsichtsratmitglied hätte ich dann mich auch gegen Bernhard Häusler ausgesprochen, weil das kannst du jetzt nicht mehr bringen. Egal, ob das jetzt damals deine Aufgabe war und ob da alles gut und vernünftig ablief. Aber ich finde, du kannst jetzt nicht, nachdem das mit Dietrich und Quadrex war, plötzlich jemanden holen, der irgendwelche Verbindungen zu Quadrex hatte oder vielleicht sogar noch hat. Ja, aber auch dann guckst du dir den Lebenslauf von Bernhard Häusler an vor drei, vier Monaten und siehst irgendwo das Buzzword Quadrex und sagst, okay, der ist raus. Aber du sagst nicht irgendwie jetzt eine Woche, bevor die entschieden wird, der ist raus, weil Quadrex halt. Da musst du das zu Anfang an sagen. Der Aufsichtsrat hat sich ja auch schon bei der Präsidentenwahl als extrem schmerzfrei erwiesen. Da war es halt völlig egal, wie und wo Wolfgang Dietrich investiert, was hat die echt einen Dreck interessiert. Und jetzt ist halt irgendwie so eine, vielleicht irgendwie Beteiligung, dann auf einmal so entscheidend, dass man ihn dann rauskickt. Nee, also glaube ich nicht. Wobei der Aufsichtsrat natürlich jetzt nichts mit Dietrich als Präsidenten zu tun hatte in der Hinsicht. Also die konnten ja da nicht einquatschen. Bitte? Damals schon bei seiner Wahl. Damals war, ja, das ist richtig, aber jetzt praktisch, nachdem das hinten alles so aufkam mit Quadrex im Nachhinein. Damals nicht, aber ich meine früher als damals halt dann Wolfgang Dietrich als einziger Kandidat für das Präsidentschaftsamt präsentiert wurde, da wurde er präsentiert vom Aufsichtsrat und denen war relativ wurscht, wie und wo er noch irgendwie Geld und Investitionen drin hat. Das meine ich. Also 100 Prozent wissen wir natürlich auch nicht, inwieweit Bernhard Häusler unter den letzten vier Kandidaten war. Da hat der Geiser ja auch was dazu gesagt und meinte, dass es irgendwie neun Kandidaten mal gab und dann wurden fünf ausgesiebt, dann waren es noch vier und wir wissen natürlich nicht, wie weit da Bernhard Häusler in den Planungen irgendwie eine Rolle gespielt hat. Vielleicht war der auch relativ früh draußen und das sind alles Spekulationen, die eigentlich sich schon längst erledigt haben. Das ist natürlich relativ schwierig für uns, das Ganze zu beurteilen. Da wird man auch nichts darüber herausfinden. Aber ich wollte noch was dazu sagen, dass man jetzt schon wieder so, ja, versucht das irgendwie hinzubiegen. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Ja, weil aktuell wäre es ja halt einfach wichtig, mit offenen Karten zu spielen, soweit man das natürlich kann. Und ich hätte, glaube ich, wiederum kein Problem damit, wenn Bernhard, nee, ich verwechsel die beiden immer, Bernd Geiser, nicht Bernhard Häusler, wenn Bernd Geiser gesagt hätte, ja, wir haben einfach abgewogen und haben gemerkt, dass Thomas Hitzisberger genau der Kandidat ist, den wir wollten. Wir haben zwar mal eine andere Vorstellung gehabt von einem Vorstandsvorsitzenden, aber, ja, in dem Prozess haben wir gemerkt, dass unsere Vorstellungen so, das hat er ja auch ein bisschen durchklingen lassen, sowieso von niemandem komplett erfüllt werden können. Und dementsprechend haben wir uns dann halt für jemanden entschieden, den wir A schon kennen, dessen Weg wir auch bereit sind, mitzugehen. Und er erschien einfach als der perfekte Vorstandsvorsitzende für uns. Und wenn man danach so tut, als hätte man das mit regulativ zum Sportvorstand nicht so gemeint und man wolle ja eigentlich kein Vierer-Vorstand und so Sachen, da denke ich mir dann, Leute, ey, legt doch einfach die Karten auf den Tisch. Ich finde das nicht besonders schlimm, wenn man sich da umentscheidet und wenn man das mir schlüssig erklärt, warum Thomas Hitzisberger jetzt der richtige Mann ist, und nicht nur so eine Argumentation vorbringt, dass er bereit ist, viele Sachen zu lernen und sich viel anzueignen. Ja, das sind noch ganz andere Leute, aber das qualifiziert einen jetzt noch nicht unbedingt Vorstandsvorsitzender einer großen Fußball-AG zu werden. Ja, das schwingt irgendwie ein bisschen negativ bei der ganzen Geschichte mit. Und das ärgert mich, weil ich natürlich ein großer Hitz-Fan bin und mich freue, dass er da diese Position ergattern konnte. Und ich wünsche ihm, genau wie du, viel Glück. Trotzdem möchte ich noch was sagen, was Bernhard Geisler, mein Gott, also diese beiden Vornamen, die kriege ich, glaube ich, heute nicht mehr hin. Du weißt, du weißt nicht, Bernd Bernhard Wahler wahrscheinlich, oder? Es ist einfach zu viel Bernd. Das ist definitiv der Fall. Also wenn der wirklich nach der Häusler hier bei uns gelandet wäre, dann würde ich, das geht ja gar nicht mehr. Also ich meine, Bernd Geiser, der wurde natürlich auch von der Presse gefragt, was jetzt eigentlich, wie gesagt, mit der Aussage regulativ zum Sportvorstand so sei. Und dann meinte er, in beiden Gremien, also im Aufsichtsrat und auch im Präsidium, wird noch einige stattfinden im Sinne eines Korrektivs. Wir bekommen ein drittes Präsidiumsmitglied. Zudem gibt es eine offene Stelle im Aufsichtsrat. Dort werden wir nochmal sportliche Verstärkung bekommen. Also das ist eine Argumentation, warum man da so ein bisschen abgewichen ist von dem, was man eigentlich mal vorhatte. Dann wurde natürlich auch thematisiert, was mit Sven Mislintat passiert. Es gab ja die Gerüchte, dass er jetzt schon Sportvorstand wird und man sich dann einen neuen Sportdirektor sucht. Und auch da meinte er halt Geiser, dass man sich alles offen lässt und einfach noch nicht weiß, wenn man das vierte Vorstandsmitglied bekannt geben möchte. Und man wartet so ein bisschen die Entwicklungen ab und schaut dann halt einfach, ob es da Bedarf gibt. Und wer den dann erfüllt oder wer die Voraussetzungen dann für einen vierten Vorstandsposten erfüllen kann. Ob das Sven Mislintat ist, muss man mal abwarten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man Mislintat vielleicht auch nach dem Aufstieg mit so einem Vorstandspöstchen so ein kleines Zuckerli hinwerfen möchte. Ja, ich meine, dann auch zu Recht. Also wenn seine Neuverpflichtungen gezündet haben, dann, wenn es dann wirklich so kommt, dann muss man sagen, jo, dann hat er es sich auch wirklich verdient. Da bin ich mir halt nicht sicher, ob das reicht. Ja, wenn du Sportdirektor bist und du steigst mit einem enorm hohen Kader auf, Kaderwert auf, dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das schon eine Qualifikation ist, unbedingt direkt Vorstand werden zu dürfen und wie auch immer. Ja, aber grundsätzlich muss man ja schon dann festhalten, jetzt ganz nüchtern, dass Sven Mislintat ja eigentlich zu gut ist für einen Zweitliga-VG. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also ja, im ersten Moment würde ich dir sofort recht geben. Ich meine gar nicht fachlich und gar nicht qualitativ. Vom Namen her. Ja, genau, der war bei Dortmund, der war bei Arsenal, der war unter dem Wenger und jetzt geht er zu Stuttgart in die zweite Liga. Also, wo ich sage, hey, von 18 Erstligisten würden den doch 17 mit Kusshand nehmen, alleine wegen seines Rufs. Und er kommt halt dann zum VfB. Und wenn jetzt dann noch seine Neuzugänge zünden, also was wir dann voraussetzen mit einem Aufstieg, dann, glaube ich, kann man schon sagen, ist es wahrscheinlich gar nicht so blöd, ihn halt irgendwie langfristig zu binden, indem man ihm halt einen Vorstandsposten gibt. Aber dazu erzählst du ja sicherlich auch mehr, weil du hast dich ja innig mit ihm unterhalten. Darüber nicht. Beim Domenischen über Stunden, hat das den Eindruck. Ja, fast. Aber darüber haben wir nicht gesprochen. Es ging nur um Sportliche, aber das werde ich nachher noch aufrollen. Nee, also, ich habe da jetzt so wieder ein bisschen die Befürchtung, dass man jetzt das große Stuhlerücken beginnen könnte. Es muss dann vielleicht wieder ein neuer Sportdirektor gesucht werden. Ob der dann wiederum so gut mit Tim weiter kann, muss man abwarten, weil man darf natürlich auch nicht vergessen, es heißt zumindest, wenn Mislintat wäre kein einfacher Charakter, Tim Walter ist auch so sein eigener Typ, möchte ich mal sagen, und jetzt setzt du unter Umständen wieder jemanden dazwischen. Ja, das, ja, hier beim VfB bin ich da immer ein bisschen skeptisch bei so Sachen. Sollte die aktuelle Konstellation funktionieren, mit Mislintat als Sportdirektor, Walter dann natürlich als Trainer, und Thomas Hitzesberger als Sportvorstand, kann ich fast damit leben, dass man das erstmal so durchzieht. Das hatten wir ja letzte Sendung schon thematisiert. Wir haben bislang immer gesagt, hey, es fehlt die wahnsinnig wichtige Position des Vorstands, Vorsitzenden, und jetzt lass doch einfach alle eine Position aufrücken, und dann fehlt halt nur die relativ unwichtige Position des Sportdirektors. Und damit kannst du ja leben, wenn es sportlich läuft. Wenn es läuft, ja. Aber du siehst es, oder hast es unter Reschke gesehen, was passiert, wenn es nicht läuft, dann heißt es nämlich ganz schnell, der ist überfordert mit seinen Aufgaben, es fehlt so ein Bindeglied zwischen Mannschaft und im Vorstand. Und der Vorstandsvorsitzende, beziehungsweise bei Reschke war es der Sportvorstand, der kann nicht alle Aufgaben ausfüllen, die man dann vielleicht als Sportdirektor auch noch tätigen müsste und die man abarbeiten muss. Das ist einfach zu viel. Also solche Themen kommen dann halt relativ schnell wieder auf, wenn es nicht läuft. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir steigen da dann vielleicht in die erste Liga auf, und das wird nicht leicht werden, da die Klasse zu halten. Also du siehst es aktuell, wenn du guckst, wer auf Platz 18, 17 und 16 steht, das sind halt die Mannschaften. Alle Aufsteiger, oder? Genau, alle Aufsteiger. Und Köln hat mehr oder weniger ohne Trainer letzte Saison die zweite Liga komplett dominiert. Also das Gefälle ist schon enorm groß. Und wir werden da eine heftige Saison vor uns haben. Genau, aber schon so leihenstrukturell würde ich sagen, wir hatten, letzte Saison hatten wir Michael Reschke als Sportvorstand, der ohne jeglichen, oder mit ganz wenig Kredit kam, weil er halt dann auch eine Schindelmeise abgelöst hat. Und der hatte halt niemanden mehr über sich. Und jetzt hast du halt einen Missling hat, der mit relativ viel Kredit kommt. Und der hat halt noch jemanden über sich, der noch mehr Kredit hat. Also allein die Struktur finde ich halt diese Saison schon besser. Da muss halt schon wahnsinnig viel passieren, dass halt sowohl Missling hat, wie auch Hitzlsperger irgendwie stolpern. Also weil die beiden haben so viel Kredit, als vor allem Hitzlsperger, da muss es halt schon ganz, ganz beschissen laufen, dass da halt so richtig großer Unmut aufkommt. Und genau, und vor allen Dingen Hitzlsperger muss man ja wirklich mir zugestehen. Und da zoll ich ihm ganz großen Respekt, dass er es echt geschafft hat, sowohl Reschke wie auch vor allen Dingen Dietrich zu überstehen einfach. Und jetzt halt irgendwie besser dazustehen als denn je, das hat er halt richtig gut hinbekommen. Und der ist halt nicht nur ein sympathischer Typ, sondern weiß, glaube ich, auch, wann er sich äußern sollte und wie er sich äußern sollte und wann er sich vielleicht besser nicht äußern sollte, wie zum Beispiel auf der Mitgliederversammlung. Das war schon sehr clever, das stimmt. Ja, das war super clever. Apropos, das war, glaube ich, kein Zufall. Also, der weiß halt auch genau, was er macht einfach. Wenn die seit Anfang des Jahres mit neun Kandidaten irgendwie in Verbindung getreten sind, dann muss ja Thomas Hitzlsperger auch schon irgendwie dabei gewesen sein. Das hat er ja auch angedeutet, dass man sich auf den Fluren begegnet etc. pp. Das heißt, das muss schon mal irgendwie Thema gewesen sein. Und dann wäre er halt echt blöd gewesen, wenn er bei der Mitgliederversammlung jetzt klar Partei für Wolfgang Dietrich ergriffen hätte. Weil es war eigentlich klar, dass Dietrichs Zeit hier abgelaufen ist. Ja, natürlich, genau. Das hätte keinen Sinn gemacht. Und ich glaube, da hat er sich einfach ganz clever verhalten. Ob beabsichtigt oder nicht, ist ja egal. Am Ende war es richtig. Und apropos sich gut ausdrücken können, Thomas Hitzlsperger hat auch ein paar Sachen gesagt, die ich ganz interessant fand. Zum einen folgenden Satz. Der VfB braucht keinen Neustart auf allen Ebenen, sondern muss sich noch mehr auf seine Stärken besinnen und an manchen Stellen mehr Schwung aufnehmen. So, jetzt kann man natürlich sagen, eigentlich braucht der VfB vielleicht einen Neustart auf allen Ebenen. Aber ich finde, vielleicht siehst du es anders, aber ich finde, mit Thomas Hitzlsperger hast du aufgrund dessen, dass er ja erst seit Februar dabei ist, immer noch das Gefühl ist, wäre er Teil des Neustarts. Also für mich hätte man jetzt das Thema Hitzlsperger nicht noch mal irgendwie ganz neu aufmachen müssen oder sonst irgendwas. Sondern ich finde es eigentlich ganz okay, dass er da mit dabei ist. Und wie gesagt, von den dreien, die jetzt im Vorstand saßen, ist er für mich auch der Einzige, der geeignet ist, um den Vorstandsvorsitz zu übernehmen und da auch wirklich dieses Gefühl eines Neustarts den Fans zu vermitteln. Siehst du es ähnlich? Ja, natürlich. Also ich möchte jetzt gar nicht schlecht über seine Vorstandskollegen reden, aber die haben halt zwei Abstiege jetzt aktiv begleitet. Ist halt so. Darum geht es, genau. Muss man festhalten. Und er hat, klar, einen mit begleitet. Jetzt kann man sagen, er hat halt viel zu lange an Markus Weinzierl festgehalten. Ja, der Meinung kann man sein. Aber trotzdem steht er halt da noch mehr für irgendwie Aufbruchstimmung als seine Kollegen. Und gerade in der Verpflichtung von Misslinn hat, den er irgendwie dann eventuell sogar mit Hilfe von Wolfgang Dietrich heißt es, ja. Ja, heißt es, genau. Und sagen alle. Also vielleicht ist es wirklich so. Übrigens, das kann ich ganz kurz einschieben. Das sagt auch Sven Misslinn tatsächlich auch nochmal betont. Genau, also es scheint nicht so zu sein. Ja, das hat er nochmal am Montag betont, hat gesagt, dass die Verbindung über Wolfgang Dietrich zustande kam. Und gut, an der Stelle muss man sagen, hat Wolfgang Dietrich mit Sicherheit aus seinen langjährigen Beratertätigkeiten und Investorfirmenbestrebungen und das weiß ich, was er da alles hatte, beste Kontakte gehabt, eben auch zu so Hochkaräter wie Sven Misslinn hat. Genau, also an der Stelle nochmal Props an Wolfgang Dietrich. Danke, Wolle. Für das der Herrlutzen von Sven Misslinn hat. Aber gerade in der Personalie Tim Walter, finde ich, sieht man ja den Neuanfang, weil ich glaube, dass so ein Trainer wie Tim Walter zum VfB kommt, das hätte es halt bisher nicht gegeben. Da hätte man dann eher einen Hacking geholt oder einen Slomka oder irgendeinen anderen arrivierten Bundesliga-Trainer ohne Job derzeit, einen Luhu-Kai, was weiß ich. Aber garantiert keinen Tim Walter, der halt irgendwie als relativ komplizierter Typ gilt, ein Spielsystem spielt, was der Mannschaft irgendwie relativ viel abfordert. Den hätte man nicht geholt. Und man hätte wahrscheinlich auch nicht Gentner, Beck und Aogo keine neuen Verträge gegeben. Das ist halt schon ein Weg, der mit sehr viel Risiko behaftet ist, aber ein Weg, der natürlich auch sehr erfolgreich sein kann. Aber allein diese Strategie, finde ich, die steht ja schon ein bisschen für einen Neuanfang. Und das begrüße ich, auch wenn ich das Risiko sehe, dass es halt am Ende nicht funktioniert. Aber ich finde es gut. Das nächste Zitat von Thomas Hitzesberger, das hätte auch ein Tweet vom 2-4-2 sein können. Der VfB ist ein großer Klub mit vielen Möglichkeiten, die er aber nicht immer voll ausschöpft. Ich glaube, 2-4-2 hätte nicht immer... Die er nie ausschöpft hätte er gekriegt. Genau, ersetzt durch die er nie ausschöpft. Die er nie auch nur ansatzweise ausschöpft hätte er gekriegt. Ja, aber es ist ja auch da wieder, muss man sagen, einfach den Nagel auf den Kopf getroffen von Thomas Hitzesberger. Und man möchte das, glaube ich, auch als Fan, oder was heißt glaube ich, ich kann für mich sprechen, ich möchte genau sowas hören, dass man das erkennt, dass der VfB einfach das Potenzial nicht ausschöpft und dass man nicht immer versucht, die Fehler irgendwo anders zu suchen. Und dann am besten noch Personen aufführt, die schon längst nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Dann wird dann mal irgendwie die Schuld auf einen ehemaligen Vorstand geschoben. Dann ist mal ein Trainer schuld. Dann sind mal junge Spieler, die man für viel Geld gekauft hat, schuld. Aber eigentlich muss man sagen, die Konstante beim VfB sind ja diverse Leute in diversen Gremien, die dann eben diese Entscheidungen treffen, die dann nicht fruchten. Also von daher ist, glaube ich, auch das Zitat von Thomas Hitzesberger perfekt und trifft, wie gesagt, den Nagel auf den Kopf. Ja, total. Also das gewisse Selbstverständnis der VfB nimmt sich weiterhin als großen Verein dar. Und das ist er ja auch. Aber ja, um jetzt halt irgendwie da mit Bruno Labbadia zu sprechen, so ein bisschen Demut wird halt einem schon guttun. Vor allem, wenn man schon wieder abgestiegen ist einfach. Und ich meine, warum ist man sich zu schade, zu sagen, hey, wir wollten eigentlich eine externe Lösung, aber wir haben dann gemerkt, dass Thomas Hitzesberger direkt vor unserer Nase einfach der Beste ist. Und deswegen machen wir das jetzt halt. Und das ist gut. Aber nee, man muss halt irgendwie das dann wieder so hinbiegen, dass das ja schon immer geplant war. Und das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich halt. Man macht sich da halt immer noch so wahnsinnig groß irgendwie und hat halt keine vernünftige Fehlerkultur. Einfach mal zu sagen, hey, wir haben es so geplant, es ist halt nicht aufgegangen, aber jetzt wird es trotzdem gut. Und das ist ein bisschen schade einfach. Ja, das sehe ich genauso wie du. Und wenn wir beim Thema Wiederaufstieg sind, finde ich folgendes Zitat auch noch ganz interessant. Wenn der Wiederaufstieg nicht gelingt, ist das problematisch für den Verein. Und ich meine mich zu erinnern, dass das im Sommer noch ganz anders klang. Also da hört es sich für mich so an. Klar, man möchte aufsteigen, keine Frage, man ist auch Favorit, man nimmt die Rolle an. Aber sollte es nicht gleich funktionieren, hat man jetzt nicht das alles auf ein Pferd gesetzt sozusagen, sondern kann dann noch einen zweiten Anlauf starten, ähnlich wie das Hamburg ja aktuell macht. Ich fand die Aussage von Thomas Hitzisberger schon bemerkenswert, dass er gesagt hat, wenn es nicht funktioniert, dann wird das problematisch für den Verein. Ja gut, ich meine, wenn man jetzt ganz spitzfindig wäre, könnte man ja sagen, okay, wenn die AG nicht aufsteigt, ist es problematisch für den Verein, weil dann müssen wir eine Abteilung abschaffen. Okay. Hat das sicherlich nicht gemeint. Aber ich nehme es auch so wahr wie du. Ich glaube, es war eine Aussage von Sven Mislintat, dass man natürlich aufsteigen will, aber wenn es nicht klappt, dass auch kein Beinbruch ist, weil man halt genug finanzielles Futter hat, um auch noch einen zweiten Anlauf starten zu können. Ja, das finde ich schon interessant. Also heißt das jetzt, gut, es muss, oder anders, es muss vielleicht nicht unbedingt heißen, dass der VfB finanzielle Probleme bekommt, sollte man nicht direkt wieder aufsteigen, aber dass man natürlich oder sehr wahrscheinlich nicht mehr mit so einem Kader einen Versuch unternehmen kann, aufzusteigen. dann werden natürlich diverse Spieler gehen, also Nico Gonzalez oder so, Santias Casiba, die werden hier definitiv nicht bleiben, wenn der VfB noch ein zweites Jahr Zweiter Liga spielen müsste. Und man stellt sich vor, Mario Gomez verlängert nicht. Ja, also da bin ich auch mal gespannt. Das sehe ich ehrlicherweise relativ, relativ gelassen, weil man jetzt ja vor der Saison echt so einen Aufstiegskader sich gestrickt hat, mit Leihspielern, mit Spielern, die aus der zweiten Liga kommen und so weiter und man ja nicht auf Gedeih und Verderb versucht hat, alle Spieler, die mit abgestiegen sind, noch zu halten. Also Stichwort Gentner, Stichwort Aogo, Stichwort Bex. Auch Baumgartel. Genau, Baumgartel. Also man hat gesagt, hey, wir haben jetzt einen Karasor, wir haben einen Klement, wir haben Al-Ghadoui und deswegen sehe ich auch jetzt die Gefahr eines Nicht-Aufstiegs gar nicht so groß, wie zum Beispiel in der letzten zweiten Liga Saison, wo man ja viele Leute mit runtergenommen hat, die gesagt haben, okay, und wenn es nicht läuft, dann kommen wir mit runter, aber wir müssen halt sofort wieder aufsteigen. Aber die Gefahr sehe ich jetzt gar nicht so groß, weil wir ja auch im Falle eines Aufstiegs große Gefahren haben. Dann jetzt Kobel, Stenzel und so weiter. Also insofern sehe ich das echt relativ gelassen. Also wo ich eine Gefahr sehe, sollte der VfB nicht aufsteigen, ist, dass man dann sehr wahrscheinlich auch Tim Walter hier nicht mehr beim VfB sehen wird. Und ich glaube, dass das jetzt aktuell schon eine wichtige Phase ist. Man muss es irgendwie wieder hinbekommen, dass ein Trainer mal ein Jahr lang hier den VfB trainieren kann. Aber das finde ich eine relativ steile These, dass der Trainer uns verlassen könnte. Du meinst, es ist immer andersrum. Ich meine, der letzte Trainer, der uns glaube ich verlassen hat, war Felix Margart, oder? Das ist auf jeden Fall lange her. Ist so. Also wenn es so kommt, dass der Trainer sagt, hey, ich wechsle woanders hin und obwohl der VfB ihn weiterhin haben wollte, dann wäre das ein ganz großer Schritt. Das Ding für mich ist halt, ein Spieler, ein junger Spieler, der Potenzial hat, der wird nicht zu einem Verein wechseln, wo es eben ständig Trainerwechsel gibt, wo ständig neue, Philosophien durch den Verein geworfen werden, so wie bei anderen Vereinen vielleicht, was weiß ich, die freie Stöße geschossen werden, so wird beim VfB eigentlich mit neuen Philosophien um sich geschossen. Und das ist schwierig, dann glaube ich, gute Spieler verpflichten zu können. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber ich meine, jetzt guck dir unsere Historie an, wir haben halt pro Jahr einen Trainer und trotzdem kommen halt Leute wie Azkassibar und González und Waman Giduka und Koulibaly und so weiter, den sagt der Berater auch, hey, guck mal, das ist der VfB, cooler Verein, da kommen halt zu jedem Heimspiel irgendwie über 50.000. Okay, sie hatten halt in zehn Jahren irgendwie gefühlt 58 Trainer und die Leute kommen halt trotzdem halt. Ich fand aber, dass es in den letzten Jahren irgendwie zu rasant ging mit der Trainerrausschmeißerei und ich glaube, dass die dem Verein mehr geschadet haben als die Jahre davor. Die waren auch schon scheiße, als man da relativ schnell kurz einen Prozess gemacht hat, aber da konnte man es irgendwie noch so ein bisschen erklären. Der VfB kommt, ja, sozusagen aus einer Meisterschaft 2007 und hat andere Vorstellungen und das funktioniert nicht so richtig und man versucht irgendwie diese Abwärtsspirale, von der ja auch Wolfgang Dietrich immer gesprochen hat, irgendwie zu stoppen, ja, das gelingt nicht und da wird man einfach so, ja, reaktionär und versucht rechts und links die Trainer zu entlassen. Aber dann waren wir ja an dem Punkt, wo man gemerkt hat, okay, wir sind sozusagen am Ground Zero angekommen, man ist abgestiegen und man muss jetzt hier diesen Neustart beginnen und dann gab es noch keinen Sportverstand, alles okay, Luukai kommt, das funktioniert nicht so richtig mit dem Sportverstand, auch da kann man noch sagen, ich verstehe, dass es dazu kam, da hat ja auch der Trainer selber gesagt, das hat ja keinen Wert und dann hat eben Jan Schindelmeiser mit Hannes Wolf einen Trainer gefunden, der für ein Konzept steht, ja, der ja auch eine gewisse Euphorie auslöst in der Region und auch da gibt man dem Trainer nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln, sondern, ja, im ersten Moment, wo er praktisch die Rückendeckung von Sportvorstand und auch Präsidium braucht, ist diese Rückendeckung nicht da und er muss gehen und dann geht es gerade so weiter, Kurkut, der erfolgreich war in der Rückrunde, bekommt sieben Spiele, danach wird entschieden, das hat keinen Wert mehr, er muss sofort wieder gehen. So, dann holt man einen Trainer, wo man eigentlich weiß, das wird schwierig, ja, dass der hier richtig Fuß fasst, erfolgreich Fußball spielen lassen kann, also, ganz ehrlich, so richtig hat ja keiner dran geglaubt, dass Weinzierl jetzt hier groß durchstartet und auch der ist relativ schnell weg und wie gesagt, wenn jetzt dann Tim Walter der Nächste ist, der mit einem Konzept hierherkommt, man richtet wieder den kompletten Kader für einen Trainer ein oder, ja, versucht irgendwie eine Philosophie mitzugehen, die der Trainer vorgibt, man spricht sogar davon, dass man Walters Philosophie bis in die Jugendmannschaften übernehmen möchte, wenn man den dann jetzt auch wieder innerhalb der ersten Saison entlässt, ja, ich meine, dann kann ich als junger, talentierter Spieler mit viel Potenzial eigentlich hier nicht mehr herkommen, weil ich muss ja davon ausgehen, dass vier Monate später ein neuer Trainer da ist, der mich eigentlich so gar nicht mehr braucht in seinem Konzept und mir gar nicht die Spielzeit gibt, die ich vielleicht bräuchte, um mich gut zu entwickeln und die Sorge habe ich so ein Stück weit, dass wir so ein Klub werden, der dann auf abgehalfterte Fußballprofis zurückgreifen muss und vielleicht auf den einen oder anderen, der unter Umständen mal was werden könnte, aber, ja, das ist dann halt so eine Zockerei, die dann auch richtig übel nach hinten losgehen kann, da gibt es ja auch die einen oder anderen Vereine, die aktuell in der dritten Liga ein Lied davon singen können. Also, ja, das ist natürlich dem Ruf des VfBs nicht gut tut, wenn die Trainer halt im Elfmonatsrhythmus gewechselt werden, ist ganz klar. Andererseits muss man sagen, vielleicht ist halt dann auch, hat der VfB auch trotzdem, oder hat nur einen Ruf als Talentförderer trotz der vielen Trainerwechsel, weil dann sagst du, hey, Timo Werner hat hier gespielt und irgendwie nur Scheiße abbekommen, ist jetzt halt trotzdem irgendwie Deutschlands bester Stürmer, vielleicht, also spielt jetzt bei Leipzig, aber gut, dann hast du halt irgendwie Toni Rüdiger, der hat auch irgendwie eine schlimme Zeit, die irgendwie mitmachen müssen, jetzt jetzt bei Chelsea ist auch jetzt nicht so schlecht und auch jetzt hast du ja beim VfB im Kader Spieler, denen du eine erfolgreiche Zukunft zutraust, aber klar, das ist natürlich keine Garantie dafür, dass das halt auch so bleibt und vielleicht hat dann der VfB irgendwann dann doch mal den Ruf weg, ein Trainerverheizer zu sein und dass niemand eine Philosophie langfristig durchsetzt und dass du dir als Spieler nicht sicher sein kannst, ob der Verein dich jetzt wirklich will oder nicht, also die Gefahr sehe ich auch, aber bislang ist das halt echt noch relativ gut abgefedert worden und ich weiß ehrlicherweise nicht, woran es liegt, vielleicht ist wirklich dann das, das tolle Umfeld mit einem vollen Stadion und dass die Sportdirektoren und Sportvorstände dann potenziellen Neuzugängen nach wie vor Videos von einer Kancha da Kurve und von einer Karawane zeigen können und die halt dann davon geflasht sind. Ja, die Zuschauer sind ein Faustfeind, klar. Absolut, ich meine, du kriegst halt ja so Typen wie ein Wammangit Huka sicherlich nicht einfach so, also der wird sicherlich ja mehr Anfragen haben als nur einer aus Stuttgart und dass so einer dann halt oder auch ein Gonzales oder ein Aska Siba nach Stuttgart kommen, das muss einen Grund haben und das kann sicherlich nicht die Kontinuität auf der Trainerposition sein. Ja, da gebe ich dir recht, also wobei ich bei den Spielern, die du jetzt aufgezählt hast, trotzdem behaupten würde, dass das immer noch so, ja so ein kleines Lottospiel, also das sind alles talentierte Spieler. aber auch die werden mehr als eine Anfrage haben und die kommen halt nicht, weil der VfB doppelt so viel zahlt wie irgendein Zweitliga-Verein aus England oder weil sie glauben, da trainiert halt der nächste Star-Trainer, sondern die kommen halt aus irgendeinem Grund und das könnte wirklich das Stadion sein oder das Umfeld oder die Tradition oder ich weiß es nicht genau. Ja, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich mehr, dass der VfB früher vielleicht einen Spieler wie Luke Bakio verpflichtet hätte, ja, der eine gute Saison bei einem Überraschungsteam spielt und heute muss man halt dann schon irgendwie in die französische Liga gucken oder wenn man in der ersten Liga spielt, muss man auch erfinderisch werden und irgendjemand aus Argentinien herholen und man weiß halt nicht so richtig, ob es funktioniert oder nicht, aber man hat eigentlich keine Chance mehr bei, ja, nicht komplett ausgebildeten Spielern, sondern, weißt du, die gerade so auf dem Sprung sind zum etablierten Bundesliga-Profi, ja. Ja gut, ich meine, wir beide sind ja alt genug, um zu wissen, dass es mal Zeiten gab, in denen der VfB die besten Spieler von Mainz oder Augsburg oder vielleicht sogar Gladbach kaufen konnte halt, ne, allein aufgrund des sportlichen Rankings, aber das ist halt vorbei einfach. Das ist vorbei, ja absolut und das ist auch für mich erstmal okay, ja, ich möchte halt sehen, dass man jetzt daran arbeitet, dass man sich irgendwie wieder in dieser blöden ersten Bundesliga etabliert und ich habe das Gefühl, das dauert noch eine Weile, bis wir mal wieder wirklich so eine ganz stinknormale Bundesliga-Saison erleben, wo man relativ, sagen wir mal, wenig Trainerwechsel erlebt und möglichst früh in Klassen erhält. Und dann irgendwie so schön irgendwie zwölfter wird, ne, und schon so am 25. Spieltag weiß, okay, es geht nach oben und nach unten, nix mehr, ja, total klasse. Die Sehnsucht nach Belanglosigkeit ist groß. Ja, total, ja, das ist auch schön. Gut, die drei großen Ziele von Thomas Hitzisberger noch ganz kurz, der direkte Wiederaufstieg, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, die Weiterentwicklung der Infrastruktur, insbesondere natürlich die Stadionsanierung, da ist mit Sicherheit einiges zu tun und wird ja auch schon angestoßen, und Beibehaltung der wirtschaftlichen Stärke. Ja, das ist, denke ich mal, eng verknüpft mit dem Wiederaufstieg und dann weiß man so ungefähr, wo es hingehen soll mit dem VfB. Klingt natürlich schon so wieder ein bisschen danach, möglichst schnell aufsteigen und sich dann in der Bundesliga etablieren und natürlich dann wieder direkt Europa attackieren. So klingt das ein bisschen, ohne dass man es gesagt hat. Ich hoffe, dass man aus dem Jahr 2017 gelernt hat und hier wirklich einen Schritt vor dem anderen macht, ja, bloß nicht zu euphorisch sein. Erst mal. Nee, und viel wichtiger wäre es ja auch mal in der Kommunikation vielleicht mal, ja, wieder eine Position zu finden, die man vertritt und nicht so unfassbar beliebig zu sein halt, und dann nicht irgendwie zu sagen, ja, irgendwie, da Spendenaktion Babelsberg, klar, da machen wir mit und dann versteckst du halt irgendwie die Spendenkasse zwischen, hinter drei Kleiderständern im Fanshop und so weiter, sondern einfach, ja, zu definieren, was man will und das, was man will, hat auch wirklich dann nach, also mit Nachdruck halt umzusetzen einfach, ne, und eine Position einzunehmen, so wie es andere Vereine schaffen, und die muss ja auch nicht jeder mögen, aber ich finde, ja, dass der VfB einfach mal irgendwie politisch, gesellschaftlich einfach mal wieder eine Position einnehmen sollte und dafür auch dann einstehen muss. so, dann gibt es natürlich auch noch weitere interessante Themen, die aus dieser Pressekonferenz am Mittwoch war, die glaube ich letzte Woche, Dienstag, Dienstag, ja, kann auch sein, ja, rausgefallen sind, zum Beispiel das Thema zweiter Investor, ja, da hieß es ja lange, das wird definitiv noch 2.19 zu sein, dann hieß es auch mal, es wird Ende 2.19 zu sein, jetzt wissen wir, der zweite Investor wird erst 2020 beim VfB vorgestellt werden, frühestens muss man eigentlich sagen, macht ja auch ein Stück weit Sinn, ich meine, ja, natürlich, die werden sich das Ganze jetzt anschauen, steigt der VfB auf oder eben nicht, und ich kann mir auch vorstellen, dass man aktuell als Interessent nicht unbedingt bereit ist, die vom VfB geforderten Gelder da auf den Tisch zu legen, weil du einfach noch nicht weißt, wo die Reise hingeht, und, ehrlicherweise wäre es dir ja auch blöd, wenn irgendwie mal die Zahlen definiert wurden, sind zu dann Bundesliga-Zeiten und jetzt spielen sie ja in der zweiten Liga und niemand weiß, ob der Klub aufsteigt und warum sollst du das dann zahlen, also, es ist immer die Frage, warum sollte überhaupt jemand in den VfB investieren? Ja, das fand ich ja auch wieder interessant, die Aussage, ich glaube, es war auch von Bernd Geiser, der gemeint hat, der Investor soll Türen im Ausland öffnen, da saß ich vor meinem Laptop und dachte, wie denn? Also, wie stellen Sie sich denn das vor? Welcher, welcher, also, was ich mir halt immer denke, diese Öffnung nach außen hin, oder ich möchte den Markt in China oder sonst wo erschließen, ich habe das schon mal gesagt, da interessiert sich doch keine alte Sau für einen VfB Stuttgart, also, ich glaube, dass da manchmal auch die Vorstellungen ein bisschen von dem abweichen, was da wirklich möglich ist, also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du als VfB Stuttgart, als Marke, noch groß den asiatischen Markt aufwühlen kannst, also, das Ding ist irgendwie durch, da interessiert sich doch keiner für so eine Fahrstuhlmannschaft, muss man mal sagen, wie es ist, und dazu kommt, du hast hier ständig wechselndes Führungspersonal, also, wenn ich jetzt als, ich weiß nicht, nicht als Investor, sondern als möglicher Werbepartner oder strategischer Partner, wie auch immer, aus dem Ausland auf den VfB gucke, dann schaue ich mir doch erstmal an, wie ist der Verein in der Führung aufgestellt, und dann sehe ich halt, okay, also, hier werden im Endeffekt alle, keine Ahnung, 14 Monate, die Sportvorstände ausgetauscht, und auch sonst herrscht wenig Kontinuität, da habe ich doch überhaupt kein Interesse, mit so einem Verein groß zusammenzuarbeiten, deswegen frage ich mich hier wirklich, wie soll irgendein Investor für den VfB im Ausland Türen öffnen, das sehe ich überhaupt nicht, ist für mich deswegen auch kein Argument, dass man jetzt hier einen Investor, keine Ahnung, aus dem Ausland heranziehen muss oder sonst irgendwas, das ist auch alles so, dieses Investor-Thema, das ist auch alles so, so merkwürdig, also, man spricht ja überhaupt nicht mehr von regionalen Investoren, das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, ist komplett abgehakt, ich glaube auch deutsche Investoren ist schon mittlerweile abgehakt, und jetzt sieht es halt wirklich danach aus, dass irgendwie so ein... Jetzt werden halt die Regale abgeklappert halt, und ob sich halt irgendjemand findet, aber das war ja den Ausgliederungskritikern dann, ja, ehrlicherweise von vornherein klar, du hast halt einen Daimler, der will einsteigen, gut, und danach kommt halt vermutlich lange nichts mehr, aber man muss sich echt fragen, also, welches Interesse könnte denn ein Wirtschaftsunternehmen haben, beim VfB zu investieren, bei einer Zweitligamannschaft, die vermutlich wieder aufsteigt, vielleicht aber auch nicht, aber warum sollte ich da jetzt Geld reinstecken, da macht halt dann irgendwie Lagardère noch Sinn, und dann heißt es, naja, aber die kriegen die Marketingrechte nicht, aber warum sollten die dann denn einsteigen, ich meine, die sind halt Vermarkter von Rechten, warum sollen die beim VfB einsteigen, wenn sie die Rechte gar nicht bekommen, das machen die doch nicht, also jetzt nach meiner bescheidenen, und völlig amateurhaften Expertise, aber mir fällt halt niemand ein, der jetzt gerade Interesse haben könnte, mehrere Millionen in den VfB zu investieren, also da fällt mir echt überhaupt niemand ein, einfach. Es kann eigentlich nur mit Fernsehgeldern zu tun haben, wenn die neuen Bundesliga-Verträge da abgeschlossen werden, die Übertragungsgeschichte, die steht ja jetzt irgendwann an, das könnte vielleicht noch ein Anreiz sein, oder, ansonsten wüsste ich es jetzt auch nicht, also, ich sehe den VfB halt nicht unbedingt als heiße Marke, oder so. Ja, eben, also jetzt könntest du ja sagen, hey, du spielst halt irgendwie da mit den Cannstatt-Globetrotters, und verpflichtest halt irgendwie nur irgendwelche illustren Allstars, die halt irgendwie alle jenseits der 30 sind, okay, dann kannst du vielleicht irgendwie noch der Geld rausziehen, aber das ist ja auch nicht der Fall, ja, und ich sehe es halt gerade einfach nicht, wer da halt noch investieren sollte oder könnte, also regionale überhaupt gar nicht, weil es ja einfach, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von, aber ich glaube, also wirtschaftlich macht es irgendwie relativ wenig Sinn, einfach in den VfB zu investieren. Ja, ich sehe auch keinen Grund aktuell, aber wer Bock hat, 13,5 Prozent sind noch da, also, ihr könnt es zum Startfunding machen oder so halt, ne, also, ja, sind nur irgendwie 60 Millionen, die wir zusammen bekommen müssen. Ja, 60 Millionen, also ich meine, da brauchen wir halt, ich will es gar nicht ausrechnen, aber, also 60 Leute, die jeweils eine Million irgendwie geben, dann hätten wir das, und dann würden wir da einsteigen. Ja, also es klingt gut, aber wird wahrscheinlich schwer sein, umzusetzen. Gut, aber wir sind natürlich wahnsinnig gespannt, wer es dann 2020 endlich wird. Weil eine Million Leute, die jeweils 60 Euro spenden, wäre auch okay. Also irgendwie müssen wir die zusammenbekommen. Aber ich glaube, was ich jetzt noch interessant fand, ja, da wird ein neuer Vorstandsvorsitzender präsentiert und plötzlich taucht jemand aus der Versenkung empor, den man eigentlich gar nicht mehr sehen wollte. Ja, sensationell, oder? Wolfgang Dietrich äußert sich plötzlich zur Beförderung von Thomas Hitzesberger. Und zwar wurde er gefragt, also die ganze Geschichte zu Thomas Hitzesberger, die kann man ja kurz machen. Er fand den schon immer Knorke und hat ja auch immer geholfen, dass der Thomas den nächsten Schritt machen kann. Also im Endeffekt ist... Genau, aber da muss ich kurz einwerfen, daran zweifle ich auch nicht. Ja, Dietrich ist ganz klar Hitzesbergers Entdecker. Natürlich, er ist ja sein Entdecker und sein Förderer und dass er ihn dann halt so zu Reschkes Nachfolger gemacht hat, war natürlich auch nicht ohne Eigennutz. Da war natürlich dann Thomas Hitzesberger schon so ein bisschen sein Schutzschild. Aber trotzdem, ja, darf man den kometenhaften Aufstieg von Thomas Hitzesberger auch auf die Fahne von Wolfgang Dietrich schreiben, weil das ohne ihn wäre das so, glaube ich, nicht gelaufen. Also ihr merkt, Sven Mislentat, Thomas Hitzesberger, alles auf Wolfgang Dietrichs Mist gewachsen. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen den habt. Warum ist der eigentlich nicht mal Präsident? Ja, das fragen sich übrigens, das ist eine gute Überleitung, wahrscheinlich auch einige beim VfB Stuttgart, denn jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich wirklich interessant fand, beziehungsweise zu den Antworten von Wolfgang Dietrich, die ich interessant fand. Er wurde gefragt, wurden Sie nach Ihrem Rücktritt nochmal um Rat gefragt bei der Besetzung der beiden wichtigen Ämter? Bevor ich jetzt Dietrichs Antwort verlese, möchte ich nochmal darauf hinweisen, wie der Ausstand, möchte ich mal sagen, von Wolfgang Dietrich aussah. Nämlich, der war ja relativ abrupt und ich sag mal jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass jetzt alle im Verein mitgenommen werden, so möchte ich es mal sagen. Das war ja eine relativ... Na gut, er war eher so darauf ausgelegt, dass niemand im Verein mitgenommen wurde, weil er seinen Rücktritt auf seiner privaten Facebook-Seite zuerst veröffentlicht hat und nicht auf der VfB-Seite. So, aber trotzdem, sagt Wolfgang Dietrich, es haben einzelne Verantwortliche des VfB nach meiner Meinung gefragt. Ich habe mich dazu jedoch nicht geäußert. So kennt man ihn. Ich habe mich seit meinem Rücktritt komplett rausgehalten. Das klingt schon wieder so wie, ja, ich hätte ja theoretisch da eingreifen können, aber wie du schon sagst, weil ich so ein Ehrenmann bin, habe ich mich natürlich rausgehalten. Also, da sind eigentlich zwei Sachen, die mich schon wieder ankotzen. Erstens, die Antwort von Wolfgang Dietrich, das schwingt halt immer noch so ein bisschen mit, dass er wüsste, was am besten sei für den VfB Stuttgart. und was mich noch, da drehe ich fast schon durch. Wer sitzt da im Verein und kommt auf die Idee, Wolfgang Dietrich, jetzt mal an und hol mir Rat, wer jetzt hier der geeignete Kandidat für, keine Ahnung, den Präsidenten, den Neuen sein könnte oder wer Vorstandsvorsitzender werden soll. Und dass es diese Kontakte gibt, da kannst du alles draufsetzen, da bin ich mir sicher, dass es die gibt. Das ist ja so, wir reden ja viel von Neuanfang und Thomas Hitzesberger als Vorstandsvorsitzenden und uns bemisslint hat irgendwie als großen Kommunikator zu den Fans, sind die beiden auch, gar keine Frage, aber wir müssen ja nur jetzt, das sind ja fast genau drei Monate zurückdenken und dann zur Mitgliederversammlung, wer halt noch auf der Bühne dann vor knapp 5000 Fenster brände Plädoyers für Wolfgang Dietrich gehalten hat, ohne Not und ohne Grund und nicht auf der Tagesordnung verankert einfach. Also da gibt es halt genug, die ihn da retten wollten und die sind halt immer noch da und die denken natürlich jetzt nicht von Tag 1 zu Tag 2 komplett anders, sondern die gibt es noch und da muss man halt nach wie vor einfach vorsichtig sein mit dem, was vom VfB gemacht und kommuniziert wird. Und dazu muss man sagen, drei Monate hat der Typ seine Klappe gehalten, zu Recht, und plötzlich gibt es die Anfrage von der Bild-Zeitung und er denkt sich, ja, also dazu muss ich jetzt definitiv mal was sagen, auch auf die Frage, hat die Auswahl des Vorstandsvorsitzenden Auswirkungen auf die Wahl des Präsidenten, sagt Wolfgang Dietrich, ja, davon bin ich überzeugt und dann die Nachfrage, Auswirkungen in dem Sinne, dass eine weitere ehemalige Sportikone wie Guido Buchwald nun schlechte Karten hat, da sagt Dietrich, dazu möchte ich mich nicht äußern. Das sind ja, weißt du, das sind ja Aussagen, die wurden nochmal abgesegnet und somit kein Zufall, sondern die sind ganz bewusst. Das ganze Ding ist ja gescriptet halt. Das kotzt ihn ja aber an. Da könnte ich, da könnte ich, er schadet schon wieder dem Verein, ja, ohne dass er überhaupt hier was theoretisch zu sagen hat, aber offensichtlich scheint er ja immer noch geschätzt zu werden von dem einen oder anderen, mischt er sich hier schon wieder über die Presse ein, da kriege ich echtes Kotzen. Also wirklich, der Typ hat genug gesagt hier und soll sich einfach verpissen, sorry, ich muss es so sagen. Also ich brauche wirklich von Wolfgang Dietrich keine Einschätzungen zur aktuellen Lage des VfB Stuttgart, denn dieses Chaos hier, was aktuell vorherrscht und ich hoffe, man versteht die Ironie. Wir haben uns ja schließlich selber eingebrockt, also brauche sich der Herr Dietrich jetzt hier nicht mit einmischen. Also das, fürchterlich. Ja, schlimm. Also wie gesagt, das Chaos ohne Präsidenten. Also er hat den Abstieg ja noch aktiv mitbegleitet, aber dann ist ja so ab Juli echt das komplette Chaos ausgebrochen. Ja, schon schlimm. So, also es sieht jetzt danach aus oder beziehungsweise die Presse spekuliert so ein bisschen, ob Guido Buchwalds Chancen gesunken sind, weil man ja mit Thomas Hitzesberger als Vorstandsvorsitzenden jemanden hat, der die Sportkompetenz sozusagen mitbringt und jetzt gehen halt eben viele davon aus, dass der Präsident eher den wirtschaftlichen Background haben soll und er hat sich natürlich dann auch wieder Guido Buchwald zu Wort gemeldet. Muss er ja, muss er ja. In seinem Amt als was auch immer, weil er ist ja noch nicht mal Präsidentschaftskandidat. Unternehmer, er ist Unternehmer. Ach so, stimmt, das sagt er ja selber auch. Und so sagt Guido, ich sehe meine Chancen vom Vereinsbeirat aufgestellt zu werden, keinesfalls durch die aktuelle Entwicklung gemindert. Es hat sich in der sportlichen Kompetenz auf Führungsebene ja auch nichts geändert. Es gibt weiterhin im Vorstand nur einen Verantwortlichen mit Sportexpertise und wichtig ist, dass man den sportlichen Bereich weiter stärkt. Aber ich möchte mich auch nicht auf meine Fußballer, oder ich möchte mich auch nicht auf meinen fußballerischen Sachverstand reduzieren lassen. Ich habe auch Erfahrung und Kompetenz als Unternehmer. Das heißt, Guido Buchwald wirft hier seinen Hut auch ein Stück weit als Wirtschaftsexperte in den Ring. Und das ist mir auch egal, was er da sagt. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, hier melden sich schon wieder zwei Leute zu Wort, die sich aus meiner Sicht momentan einfach zurückhalten sollten. Also Guido Buchwald allemal, weil wenn er hier Präsident werden will, finde ich einfach eine aktuelle Äußerung nicht angebracht. Also man muss nicht immer direkt auf Interviewanfragen antworten und muss sich da immer irgendwie positionieren. Ich finde, damit tut das sich aktuell kein Gefallen. Also wenn ich jetzt Teil des Vereinsbeirats wäre beim VfB Stuttgart, würde ich da genau darauf achten, was potenzielle Kandidaten so in der Öffentlichkeit äußern. Und ich finde, das ist mir ein bisschen zu viel, was da aus der Ecke Buchwald kommt aktuell. Ich auch. Aber du musst natürlich auch berücksichtigen, dass der Vereinsbeirat jetzt ja von, wie viele sind es jetzt offiziell, acht oder neun Kandidaten auf zwei runterdestilliert. Und natürlich aus Sicht des Vereinsbeirats und auch aus Sicht der Mitglieder sollte eigentlich jeder der Neuen erstmal stillschweigen bewahren, bis die zwei feststehen. Andererseits, wenn du jetzt einer von den Neuen bist und du weißt genau, am Ende sind es nur noch zwei, fallen also sieben raus und du musst ja eigentlich auch jetzt schon alles dafür tun, um einer von diesen Zweien zu sein. Und insofern verstehe ich dann die Kandidaten ihrerseits auch schon wieder, dass sie natürlich versuchen, so ein bisschen Druck auf den Vereinsbeirat auszuüben, im Sinne von, ihr könnt mich nicht aussortieren. Was bei einer Personalie wie Guido Buchwald sowieso schon schwierig sein wird. Ja und da haben wir schon drüber gesprochen, also die Vorauswahl, die der Vereinsbeirat jetzt treffen muss, ist vermutlich genauso entscheidend wie dann die eigentliche Wahl der Mitglieder im Dezember. Und insofern kann ich es aber schon ein Stück weit nachvollziehen, dass sich die neuen Wettbewerber oder Bewerber um das, um die Kandidatschaft aufs Präsidentschaftsamt, so muss man es formulieren, jetzt nicht im Stillschweigen bewahren. Ich habe nachher noch mit dir ein Spiel vor, kann ich schon mal ankündigen? Da kommen wir auch noch mal zu diesem Thema zurück, aber nachdem sich jetzt Herr Dietrich geäußert hat. Du meinst, wie heißt das beim VfB jetzt neuerdings auf Instagram TV? Druck, Druck, Druck? Nee. Ich gucke den VfB selten auf Instagram TV, aber ich werde jetzt mal nachgucken, nachdem ich das neue Motto hier gerade von dir gehört habe. Druck, Druck. Also, Herr Dietrich hat sich geäußert, Herr Buchwald hat sich geäußert, fehlt natürlich nur noch Herr Klinsmann und auch der hat sich geäußert zur ganzen Situation hier beim VfB und natürlich vor allem zu Thomas Hitzesberger und er meinte, ich habe Kontakt zur sportlichen Seite, gerade zu Guido oder zu Hitze. Da ging es um die sportliche Seite des VfB. Fragt man sich natürlich auch, inwiefern Guido Buchwald jetzt gerade aktuell irgendwie sportlich tätig ist beim VfB Stuttgart. Er ist Ehrenspielführer, das zu Recht, aber ansonsten hat er, glaube ich, letztes Jahr, dieses Jahr, weiß ich gar nicht, hier in Endersbach spielen sehen als Spielführer, also macht nach wie vor eine relativ gute Figur. Ja, das möchte ich ihm auch überhaupt nicht abreden, ist ein grandioser Fußballer gewesen und würde mich heute noch schwindlig spielen. Ja, genau, genau. Gut, und Hitze finde ich neu, also ich glaube, das darf man gar nicht sagen, oder? Es ist nicht so, dass man immer Hitze sagen muss, ansonsten gibt es Ärger. Ich weiß gar nicht, Hitze, na gut, lassen wir mal so stehen. Aber, die nächste Aussage, die hat es auch wieder in Sicht von Herrn Klinsmann, er meinte nämlich, es freut mich für Hitze, dass einer aus dem Sport in eine verantwortungsvolle Position befördert wird und ich hoffe, dass Guido Buchwald sagt, ich mache den Präsidenten. Okay. Und genau dieses Äh habe ich mir hier notiert, weil ich auch so dachte, das ist schon, das ist schon mal so ein Klinsmann-Statement, das haut schon richtig ins Bett. Also, das hoffen wir natürlich auch, dass Guido Buchwald sich irgendwie überreden lässt, dass er Präsident wird. Ja, das fand ich auch schon wieder interessant von Jürgen Klinsmann und auch das passiert nicht unabsichtigt. Das sind ja keine wahnsinnig dummen Menschen. Nee, aber ich glaube schon, dass irgendwie so Alt-Internationale vielleicht irgendwie so, ach, vielleicht auch nicht ganz so satzungssicher sind, als haben wir bei Thomas Berthold schon gesehen, der irgendwie auch irgendwelche Sachen gefordert hat. Aber dann halt die Klappe. Guck mal, weißt du, ich meine, dann halt doch einfach die Klappe mit so einer Aussage. Sorgst du doch schon wieder dafür, dass der eine oder andere, der es liest, glaubt, Guido Buchwald bringst du dem Vereinsbeirat. Du meinst mich mit Halt die Klappe. Nein, natürlich nicht. Sebastian legt einfach auf und geht und ich weiß gar nicht, warum. Das habe ich doch nicht nötig hier. Nein, absolut nicht. Ich meinte Jürgen Klinsmann. Weißt du, wenn ich nicht genau weiß, wie der Prozess abläuft, dann würde ich mich dazu nicht äußern. Dann kann man von mir aus sagen, ich würde mir wünschen, dass Guido Buchwald irgendwann mal Präsident wird oder so. Aber diese Aussage und ich hoffe, dass Guido Buchwald sagt, ich mache den Präsidenten. Das klingt halt wirklich so, als ob da überhaupt gar keine Vereinsbeiräte gibt und auch keine Mitglieder, die darüber entscheiden. Und vor allem Guido Buchwald hat ja gesagt, ich mache den Präsidenten und jetzt muss halt der Vereinsbeirat darüber beraten, ob er in der Lage ist oder ob er der Beste oder einer von den zwei Besten von neuen Bewerbern ist, den Präsidenten zu machen und dann dürfen halt noch 70.000 Mitglieder, von denen dann wahrscheinlich 8% dann vor Ort sind, darüber abstimmen, ob er dann den Präsidenten macht. Aber er entscheidet es halt einfach nicht. Und da sollte man auch keine falschen Vorstellungen irgendwie entfesseln. Ja, also mir gefallen diese ganzen Äußerungen von Leuten, die aktuell hier im VfB oder beim VfB gar keine Ämter irgendwie innehaben. Die gefallen mir überhaupt nicht. Und ja, manche sind davon auch einfach nur schwierig zu verdauen. Also auch, ob sie es jetzt wissen oder nicht, was sie da sagen und wie die Satzung hier genau aussieht, ist mir da eigentlich egal. Ich bin dann immer noch ein Fan davon, dass man einfach sagt, da bin ich zu weit weg von und möchte mich nicht dazu äußern. Das wäre mir, glaube ich, lieber. Und soweit ich weiß, hat das Herr Klinsmann lange so gemacht. Und jetzt plötzlich, wo sein Buddy versucht, Präsident zu werden, hört sich das dann schon wieder ein bisschen anders an. Könnte man ja auch so aussehen. Ja, also gerade in den letzten Wochen waren ja die Klinsmann-Äußerungen dann echt eher so ein bisschen, ähm, ja, schon so ein bisschen mit Irritation aufgenommen. Auch, dass irgendwie wahrscheinlich dann 2022 die geilste WM aller Zeiten werden wird und so weiter. Da freue ich mich besonders drauf, ja. Ja, total, ne. Also Weihnachten dann, Weihnachtsmarkt, Lühwein und dann guckst du halt WM in Katar bei 45 Grad und Stadion klimatisiert und, äh, ach, ich weiß nicht. Das sind irgendwie so Äußerungen, die lassen mich dann schon so ein bisschen, ähm, ratlos zurück, weil ich auch nicht weiß, ob er die wirklich so meint oder ob andere Leute meinen, er müsste die so tätigen. Aber, sei mal dahingestellt. Ja, das stimmt. Gut, kommen wir ein bisschen weg von diesem ganzen Thema Hitzesberger. Ich glaube, da haben wir jetzt genügend drüber gesprochen. Kommen wir noch ganz kurz zum anderen Thema. Genau, aber Erwin Staud hat sie auch noch geäußert, oder? Ja, das habe ich jetzt ganz bewusst. Das lassen wir raus, aber ich wollte sagen, also, es haben sich alle geäußert und es hat auch Erwin Staud hat sich geäußert, aber das lassen wir weg, weil sonst wird es noch eine halbe Stunde länger. Das ist egal, jetzt hast du es angesprochen. Nein, nein, nein. Du hast die Büchse der Pandora geöffnet. Die Büchse des Stauds eigentlich nicht öffnen. So jetzt, aber trotzdem, ich habe es, eigentlich wollte ich es ansprechen, weil ich es gar nicht so dumm fand, was er gesagt hat. Er meinte nämlich, oder er sprach sich dafür aus, dass man einen der drei Vorstände zum Vorstandssprecher ernennt und nicht zum Vorstandsvorsitzenden. Und die Überlegung, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, also, dass man gesagt, dass man sagen würde, ja, der Hitzesberger, der ist unser Vorstandssprecher, nicht unser Vorstandsvorsitzende und der kann trotzdem dieselben Ämter jetzt ausüben beziehungsweise dieselben Ressorts beackern. Ich finde aber die Idee zu sagen, das ist kein Vorstandsvorsitzender, sondern ein Vorstandssprecher, ganz sympathisch, muss ich sagen. Vielleicht erkenne ich jetzt hier auch den Kuh dahinter nicht, aber ich finde, das wäre für mich einfach aus der Stuppen gewesen. Ja, genau. Die hatte bei der Diskussion dann bei uns auf dem Blog, dass halt jetzt der Hitzesberger als Vorstandsvorsitzender sein Ressort mitnimmt und quasi sein eigener Chef ist. Und dann gab es Kommentare, nein, er ist nicht sein eigener Chef, weil jeder Vorstandsvorsitzende hat seine Ressorts. Habe ich dann auch mal gegoogelt, was der Unterschied ist und habe ich dann bei Wikipedia ein bisschen eingelesen. Und es ist wohl so, dass ein Vorstandssprecher wirklich eine rein repräsentative Aufgabe hat und den Vorstand nach außen vertritt und seine Meinung oder dessen Meinung äußert. Wenn jetzt der Vorstand abstimmt, hat ein Vorstandssprecher genauso viel Macht wie alle anderen Vorstände. während ein Vorstandsvorsitzender bei einer Abstimmung dann wohl schon mehr Stimmrecht hat als alle anderen Vorstände. Was jetzt beim VfB bei drei Vorständen eh egal ist. Weil du kannst halt 2 zu 1 abstimmen oder 0 zu 3 oder 3 zu 0, aber es gibt ja kein 2 zu 2, wo du sagen könntest, okay, und da hat jetzt dann der Vorsitzende mit abgestimmt. Insofern tendiert es in die Richtung. Aber es ist halt nicht nur ein Titel Vorstandssprecher oder Vorstandsvorsitzender, sondern es hat auch dann schon noch eine gewisse hierarchische Auswirkung einfach. Ob was jetzt besser ist, ob jetzt Sprecher oder Vorsitzender, kann ich nicht beurteilen. Und der Erwin hat noch was Richtiges gesagt aus meiner Sicht. Und zwar wurde er gefragt, oder was er davon hält, dass der Vorstandsvorsitzende noch vor der Präsidentschaftswahl bekannt gegeben wurde. Da meinte er, das finde ich unglücklich, denn es ist davon auszugehen, dass der neue Präsident auch Aufsichtsratvorsitzender wird. Ich hätte das in einer anderen Reihenfolge gemacht, aber das ist nicht so dramatisch. Und ich glaube, das trifft es genau auf den Punkt. Das ist jetzt kein Drama, dass es so ist. Man muss es auch nicht, ja jetzt irgendwie unnötig aufbauschen. Aber trotzdem ist es halt, wie er auch sagt, nicht unbedingt glücklich gelöst. Also man hätte das glaube ich ein bisschen besser machen können. Ja, aber ich bin da echt sollten nicht die zwei auch so ein bisschen ein Gegengewicht zueinander bilden. Ja, aber das schließt sich für mich nicht aus. Nee, das nicht, aber ich finde, ich finde der Vorstandsvorsitzende der AG und der Präsident der EV, der gleichzeitig der Aufsichtsratvorsitzende ist, die müssen nicht die besten Buddies sein. Also ich finde sogar, die dürfen nicht die besten Buddies sein. Der eine muss den anderen kontrollieren. Und ist da nicht so eine gewisse Distanz gut? Also ich finde das schon, ja, ich gebe dir das schon recht, klar, dass das, ich sage mal so, es kann so und so funktionieren. Die können sich auch gut verstehen und können da als Team sozusagen wirklich den Verein in glorreiches Zeiten führen. Aber ich sehe es auch so wie du, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sich da gegenseitig so ein bisschen auf die Finger guckt, beziehungsweise der Präsident eben die, ganz klar die Interessen des Vereins vertritt. Ja, auch wenn er dann im Aussichtsrat sitzt. Das ist ja auch immer so eine Sache, vertritt er jetzt in dem Moment wirklich die Interessen des Vereins oder dann doch eher der AG. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber was mich halt einfach so ein bisschen stört ist, dass es ja durchaus sein kann, dass der neue Präsident dann auch als Aufsichtsrat-Vorsitzender andere Vorstellungen von einem Vorstandsvorsitzenden hat, wie zum Beispiel aktuell Bernd Geiser, der Herr Ohlicher, etc. pp. Wer da halt sonst noch alles im Aufsichtsrat sitzt, Sport usw. Ja, natürlich, klar. Und das finde ich halt eben schwierig, wenn du jetzt einen Präsidenten gewählt hast, der von vornherein vielleicht überhaupt nicht glücklich ist mit dieser Situation. Das ist das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen verursacht. Also ich bin da nicht strikt dagegen, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt eben gelaufen ist. Aber ich glaube einfach, dass es gar nicht so schlecht gewesen wäre, wenn man da noch ein bisschen abgewartet hätte, bis der Präsident gewählt worden wäre. Und man hätte dann durchaus sagen können, also wir haben hier eine Auswahl getroffen, eine Vorauswahl, das müssen jetzt nicht unbedingt die kompletten neun Kandidaten sein, sondern es sind dann halt einfach nur drei noch übrig geblieben und wir würden uns, wenn es nach uns geht, für Thomas Sitzesberger entscheiden, aus den und den Gründen. Und ja, so hätte man es vielleicht auch lösen können. Also es ist im Nachhinein natürlich müßig, darüber zu diskutieren, aber es fühlt sich für mich als Mitglied von außen betrachtet so an, als ob man hier noch ganz schnell Nägel mit Köpfen machen wollte, bevor da ein Präsident gewählt wird, der vielleicht anders entscheidet und ja, vielleicht der ein oder andere dadurch oder Angst davor hat, Einfluss zu verlieren oder dergleichen. Ich weiß es nicht, das unterstelle ich so ein Stück weit, aber ich kann es natürlich in keiner Weise belegen, aber es fühlt sich nicht ganz korrekt an. Nee, das stimmt, aber es ist jetzt ja auch der erste Präsident, der nach der Ausgliederung gewählt wird. Und diese ganze Konstellation, EV-Präsident und Aufsichtsrat und Aufsichtsratsvorsitzende der AG, das ist ja echt Neuland einfach und da muss man echt gucken, wie verhält sich das? Ist es besser, wenn sich Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender vielleicht nicht ganz so grün sind oder wäre es besser, dass die halt irgendwie ein eingeschworenes Team sind? Und das kann ich halt echt ganz schlecht beurteilen, aber so rein instinktmäßig glaube ich, dass derjenige, der einen anderen beaufsichtigen soll, nicht unbedingt sein bester Freund sein muss. Insofern finde ich die Diskussion immer, ja, dass die Wahl des VVs jetzt vor dem Präsidenten kommt, ganz schlimm ist, das sehe ich halt irgendwie nicht so. Das muss halt einfach funktionieren. Also das sind alles Profis und der eine muss den anderen irgendwie ein Auge drauf haben und da müssen die keine Kumpels sein. Ja, das können wir glaube ich so stehen lassen und jetzt leite ich aber über zu einem anderen Thema, dass man vielleicht etwas schneller abhandeln kann als die anderen Themen, die sonst noch auf der Liste stehen heute. Und zwar geht es nochmal um Wolfgang Dietrich, lieber Sebastian, der schafft es hier ganz prominent in die Sendung, denn ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, ja, im Sommer 2019, ja, kurz bevor die Mitgliederversammlung anstand, gab es ein paar Plakate in Stuttgart, es gab viele Netzkommentare, es gab die unsägliche Diskussion über einen Stempel, der angeblich ein Fadenkreuz sein sollte, alles in Verbindung mit Wolfgang Dietrich und, ja, die Polizei hat, beziehungsweise die Stadtsanwaltschaft hat dann, glaube ich, irgendwann mal die Ermittlungen begonnen in dieser Causa und hat die Drohungen gegen Dietrich untersucht, so möchte ich es mal ausdrücken. Und inzwischen ist bekannt, dass man die Drohungen gegen Dietrich so einstuft, dass sie unter die Meinungsfreiheit fallen. Sprich, die Staatsanwaltschaft sieht keinen Ermittlungsansatz und der Tatbestand der Bedrohung besteht nicht. Jedenfalls in Bezug, glaube ich, auf diese Stempelgeschichte mit dem Fadenkreuz und auch auf die Plakate, die aufgehangen wurden mit der Äußerung, mit so Äußerungen wie, wie war das nochmal, Stuttgart tieferlegen oder wie war das? Na, ich glaube, es war schon Dietrich tieferlegen. Ja, aber die Einspielung Aber mit der Unterzeile, ich mag es eigentlich, sorry, gar nicht unvollständig wiedergeben, weil die Unterzeile machte klar, dass es keine Wortdrohung ist einfach. Ja, so sieht es, wie gesagt, jetzt auch die Staatsanwaltschaft und die konkretisieren das Ganze auch noch und sagen, laut Staatsanwaltschaft ist es so, alle Vorgänge, die man als Tötungsdrohung hätte werten können, sind nicht eindeutig genug gewesen, damit fallen sie unter die Meinungsfreiheit. So, anders geartete Drohungen wie zum Beispiel, ich hau dir auf die Fresse, seien nicht strafbar, das wusste ich übrigens auch nicht, weil dafür erforderlich wäre, dass es sich um ein Verbrechen mit einem Mindeststrafmaß von einem Jahr handelt. Aha, okay. Das ist zum Beispiel bei Körperverletzungen aber nicht der Fall. Deshalb ist etwa die Drohung, jemanden zusammenzuschlagen, grundsätzlich nicht strafbar. Also, halt deinen Maul oder ich breche dir den Finger, ist nicht strafbar. Weil, wenn ich strafen würde, wäre es Körperverletzung und ich würde halt kein Ja dafür bekommen. Anscheinend schon. Also, das ist, so gut zu wissen. Ach so, jetzt geht es also los, Sebastian. Jetzt bin ich mal auf den nächsten Vertikalpassartikel gespannt, was da so alles drin steht. Nein, Spaß beiseite. Ja gut, aber so richtig zurücklehnen können sich die ganz scharfen Dietrich-Kritiker dennoch nicht, denn, ja, die angezeigten Beleidigungen, die werden von der Staatsanwaltschaft weiterverfolgt, beziehungsweise Ja, aber gut, das war ja wirklich, ja, da braucht man auch nicht darüber diskutieren. Anfang Juli von Vereinsseite ein ganz, ganz dunkles Kapitel, weil, ich weiß jetzt gar nicht, worauf sich die Meldung bezieht, auf diese Plakate, die hingen irgendwie, Dietrich, ich mag sie beholen, aber es gab halt, es war ein Zweiklang und es war klar, es war keine Drohung körperlicher Art, da gab es die Dietrich-Raus-Plakate auf irgendwie allen Brücken über Bundesstraßen im Stuttgarter Umfeld. Das waren ganz klar keine Drohungen, keine Morddrohungen. Das war ganz klar, und dann gab es natürlich noch die Dietrich-Konterfeist mit dem Stempel Spalter drauf in der Cannstatter Kurve, die aber schon jahrelang hinge und die dann irgendwie plötzlich im Juli 2019 als Morddrohungen auf einmal gesichtet wurden und das war halt komplett lächerlich und dann ist es schön, dass sich dann die Staatsanwaltschaft und die Polizei Stuttgart nicht lächerlich macht, um das zu verfolgen, sondern halt auch, und sie ermitteln ja nicht mal, sondern sagen, der Anfangsverdacht ist nicht mal bestätigt, also sie ermitteln ja nicht mal und das ist auch die einzig korrekte Möglichkeit, also das war irgendwie so ein relativ verzweifelter Versuch, von wem auch immer irgendwie die Stimmung noch in eine andere Richtung zu lenken, aber es hat dann zum Glück nicht funktioniert. Ja, an dieser Stelle möchte ich sagen, Gunter Bahner, wein leise. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Quiz, das ich mit dir vorhabe, Sebastian. Das wird spannend, denn ich habe in einem von mir nicht sehr geschätzten Blatt die sogenannte Präsidentschaftskandidaten Fragerunde entdeckt. Ja, das muss in der bunten gewesen sein, oder? Das war in der bunten, in der ganz bunten. Ja, Stuttgarter Bunte, okay. Genau. Und da dachte ich mir, ja, wie könnte man dieses Thema jetzt aufarbeiten? Am besten mit einem Quiz, und zwar, wer hat es gesagt? So nenne ich dieses Quiz ganz einfach mal. Ja, cool, ich weiß, dass von den neun Kandidaten haben, glaube ich, sieben mitgemacht, zwei haben gesagt, sie äußern sich nicht, das sind meine Favoriten eigentlich, aber ich habe es nicht gelesen, also du kannst mich fragen, ich habe keine Zeile gelesen, ich bin komplett unvoreingenommen. Also mitgemacht haben Guido Buchwald. Natürlich. Der Herr Klopfer, der ist auch immer dabei, Klaus Vogt, Norbert Reif und Markus Reiners. Ich hoffe, Markus, du bestehst nicht auf deinen Doktortitel. Nicht mitgemacht haben Christian Riedmüller und Bernd Michael Hümer. Die haben gesagt, nö, für Fragen von der bunten stehen wir nicht zur Verfügung. Ja, also wenn sie das halt so gemeint haben, wie wir es jetzt ihnen dann unterstellen, dann haben die beiden für mich echt ganz klar gewonnen, auf jeden Fall. So, jetzt gibt es drei Fragen, die bearbeitet wurden sozusagen und ich werde dir gleich drei Antworten vorlesen und du musst dann praktisch erraten, hat es der Guido gesagt, der Matthias, der Klaus, der Norbert oder der Markus? So, die drei Fragen kann ich nicht schicken. Pass auf, jetzt den Guido, den Matthias, den Klaus, die kenne ich nicht persönlich, also einen kenne ich persönlich, die andere nicht. Der Norbert Reif ist, Unternehmer. Was macht der? Das ist ein Unternehmer. Unternehmer für was? Das sagt er noch heute nicht. Okay, der ist Unternehmer und der Dr. Markus Reiners ist Stadtrat für die. Der Stadtrat. CDU? CDU, ja. Okay, okay, da habe ich schon ein bisschen. Okay, okay. Okay, das müssen wir wissen. Ich sage nichts, ja. Also die drei Fragen, gleich schon mal vorweg. Die erste Frage ist, warum sind Sie geeigneter als der andere Kandidat? Das ist auch, ja, ja, egal. Dann. Ja, das kann doch die Bunte so formulieren. Ja, das ist eine typische bunte Frage, ja. Ja, total. Was werden Sie anders machen als Ihr Vorgänger Dietrich? Ich hätte dann einfach geantwortet, WLAN auf allen Plätzen. Ja, genau. Und warum tun Sie sich das an? Gut, das ist eine berechtigte Frage. Gut, also, dann kommen wir jetzt zur ersten Frage, wie gesagt, also warum sind Sie geeigneter als die anderen Kandidaten? So, und du musst erraten, wer Folgendes gesagt hat. So ein Urteil maße ich mir nicht an. Ich kann nur eins sagen, als Unternehmer, scheiße, das hätte ich jetzt vielleicht schwärzen müssen hier für mich selber. Naja, gut. Als Unternehmer muss ich mir den Respekt und das Vertrauen vieler Menschen jeden Tag aufs Neue erarbeiten. Ich zahle die Ausgaben, die wir haben, aus der eigenen Tasche und habe meine Firma so mit Vernunft und Weitsicht auf wirtschaftlich, auf ein wirtschaftlich gesundes Fundament gestellt, mit dem wir gut in die Zukunft blicken können. Genau so möchte ich es auch mit dem VfB machen. Wer hat so auf die Frage, warum sind sie geeigneter als die anderen Kandidaten geantwortet? Also ich glaube, nach kurzem Nachdenken, ich google nebenbei so ein bisschen. Sag erst mal, ob du die Aussage an sich für eine gute Antwort hältst oder ob du da sagen würdest, naja. Ach Gott, ich halte sie für eine Blabla-Ausgabe. Okay. Also, weiß nicht, also, jemand, der Präsident des VfB muss ja nicht aus der eigenen Tasche irgendwelche Ausgaben leisten halt. Insofern, ja, das ist schon nett, wenn er sich der Ausgaben bewusst ist, aber das ist halt so, ach, für mich irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Ich glaube, es war der Plochinger Unternehmer Norbert E.3. Und der Norbert hat es nicht gesagt. Es war's. Nein, echt jetzt? Glaus Vogt. Echt jetzt? Okay, das war für mich jetzt irgendwie, okay, okay. Da wäre ich auch überrascht gewesen, ja, da gebe ich ganz ehrlich, da gebe ich dir absolut recht. Das war schon so ein bisschen Schablonen-mäßig irgendwie. Also, ich mache es auch weiterhin spannend, also, es sind nicht immer die Offensichtlichen, die ich hier rausgesucht habe. So, kommen wir zur nächsten Frage. Was werden Sie anders machen, als Ihr Vorgänger Dietrich? Ja, hier die Antwort. Der VfB braucht wieder Vertrauen in der Führung, eine Veränderung des Miteinanders, der Kooperation und Kommunikation zwischen den Gremien, der VfB-Spitze sowie den Mitgliedern und Fans, die mehr in den Mittelpunkt gehören. Ich führe den VfB mit zurück in die Spitze, weil ich Zeit, Hartnäckigkeit und Sozialkompetenz mitbringe. Notfalls von Durchsetzungsstärke begleitet. Sorry, ich muss lachen, weil das klingt, das klingt mehr wie so ein Marschplan. Ja, der Pathos tropft aus dieser Zeile raus. Das war Matthias Klopfer, Oberbürgermeister von Schorndorf. Fast, es ist ein Politiker, aber es ist Markus Reiners, der damit mit einer klaren Vorgabe vorangeht und sagt, notfalls muss das auch mit Durchsetzungsstärke begleiten. Notfalls auch mit Gewalt. Genau. Notfalls auch mit Gewalt. Also die Androhung geht, haben wir ja heute gelernt. Das ist in Ordnung, Herr Reiners. Gut, auch da muss ich sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, ist natürlich auch schwierig, in so einem Format zu antworten. Deswegen ist es natürlich umso sympathischer vom Herrn Riedmüller und vom Herrn Hümer, dass man sich diesbezüglich nicht äußert. Auch da würde ich als Vereinsbeiratung und auch denen, die sich geäußert haben, gestehe ich auch dazu, dass sich halt im Rahmen einer Seite in der bunten Zeitung geäußert haben und ja, also, dass man natürlich eigentlich alles dann irgendwie in ein paar Zeilen packt, was man irgendwie sagen möchte, das mag bei vielen ankommen, weil bei mir ist dann irgendwie echt eher so ein bisschen, wo ich denke, okay, ja. So, jetzt kommt meine Lieblingsantwort, kann ich dir schon sagen, auf folgende Frage. Warum tun sie sich das an? Der VfB ist für mich seit vielen Jahren eine große Herzensangelegenheit. Herzensangelegenheit ist, könnte man auch ein T-Shirt inzwischen drucken für alle Präsidenten. Noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an die Meisterfeier denke. 300.000 Menschen in den Straßen für einen Verein, den VfB. Ich sehe riesen Potenzial in der Region, in ganz Baden-Württemberg, den VfB positiv weiterzuentwickeln. Mitgliederzahlen, Sponsoring, Merchandising und viel mehr. Ich habe bewusst die sportlichen Aspekte nicht aufgeführt. Da haben wir tolle Spieler und Verantwortliche, die dafür sorgen werden, dass der VfB wieder dahin kommt, wo er hingehört. Und jetzt halte ich fest, Sebastian, unter die Top 6 der Bundesliga. Yes! Da geht genau das wieder los. Ich habe auf Twitter geschrieben, das ist die einzige Konstante hier in dem Verein, dass das Führungspersonal immer wieder davon spricht, dass man in die Top 5 gehört. Oder Top 6 in dem Fall. Wer hat es gesagt? Wer sieht den VfB schon bald wieder in der Top 6 der Bundesliga? Ich glaube, Guido Buchwald ist es nicht, weil der das Sportliche zurückgestellt wurde. Ich hatte jetzt den Norbert Reif ja eben schon mal genannt und der war falsch. Dann sag jetzt Norbert E. Reif aus Bloching. Jawohl! Jawohl! Du hast recht! Es ist Norbert E. Reif und damit ist die Wahl gefallen. Na ja, Präsident, nein, Quatsch. Ja. Nein, aber es ist Herr Reif und jetzt für mich persönlich hat er sich damit schon komplett ins Ausgeschossen. Also hier sind so viele Dinge aufgeführt, da habe ich irgendwie das Gefühl, so ganz intensiv beschäftigt er sich nicht mit dem VfB. Weil das musst du... 300.000 haben im Alltag gefeiert. Also wo war das? In Rio oder... Ich weiß es nicht, ob... Also ich war 2007 tatsächlich dabei und da waren wahnsinnig viele Leute dabei und der Alkohol in ganz Stuttgart-Innenstadt war leer getrunken, aber es waren sicherlich keine 300.000 Leute. Ich meine, das wäre ja halb Stuttgart gewesen. Also das waren, ich weiß es nicht, 50.000, 100.000, 150.000, aber das... An der Zeit ziehe ich mich doch nicht mal so hoch. Weißt du, was man von... Nein, natürlich nicht, aber das... Ja. Diese Aussage mit Top 6, Bundesliga und so und dann auch dieses Riesenpotenzial in der Region. Ich meine, darüber diskutieren wir Fans und Mitglieder im Verein schon die ganze Zeit, dass man keinen regionalen Investor findet und was weiß ich. Also so viel Potenzial scheint da nicht da zu sein und er bezieht es ja eben nicht aufs Sportliche, sondern aufs Wirtschaftliche und genau da sehe ich halt überhaupt kein Potenzial aktuell. Außer man kann sich nochmal mit Wirt einigen und meine besonderen Freunde, die eine Million für eine komplette Loge bezahlen und sagen, hey, also das ist uns der VfB echt nicht wert. Aber gut, das Thema mache ich jetzt nicht nochmal auf. Ja, also ich dachte, diese Präsidentschaftsfragerunde kann man so am besten abarbeiten. Das zeigt ungefähr das Niveau dieser Fragerunde und gleichzeitig, ich möchte es nochmal sagen, zeigt das auch so ein Stück weit, wo vielleicht der ein oder andere Kandidat herkommt. Also nicht immer ist da wirklich die Herzens... Oder wie hieß es? Doch, Herzensangelegenheit, eine richtige Herzensangelegenheit. Ich glaube, manchmal spielen da auch andere Dinge eine Rolle, um es mal vornehm auszudrücken. Ja, das glaube ich auch. Ja, also dann lassen wir das damit stehen und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema, Sebastian. Jetzt ist es soweit. Der dunkelrote Tisch steht an. Yes, okay. Kurz vor der Mailbox streue ich den noch mit ein. Moment, du sagst jetzt kurz vor der Mailbox, weil die Mailbox ist ja relativ kurz, diese Folge und ich glaube, deine Schilderung des dunkelrote Tisches ist relativ lang, oder? Okay, du meinst, ich soll die Themenpunkte kurz hier noch... Wir tauschen das kurz, weil ich hatte ja gesagt, ich muss die Kinder noch kurz ins Bett bringen. Das ist ein Grund und deswegen würde ich sagen, machen wir genau das. Wir hören uns jetzt die STR-Mailbox an und sprechen kurz oder anschließend kurz über diese Mailbox und ja, und dann geht es natürlich auch noch um den dunkelroten Tisch und mein Treffen mit Sven Mislentat. Aber hier erstmal die STR-Mailbox. Viel Spaß damit. Oh, ist schon Wochenende. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja, grüß Gottle. Hier ist der langersehnte Anruf mal vom Forrest jetzt in Einzelnen. Ich stehe gerade wieder mal auf der B10 im Stau. Jetzt aber zu einer Sache beziehungsweise beim Spieler, der nach dem Wiesbaden-Spiel für mich noch gar nicht auf dem Radar war und viel, viel zu kurz gekommen ist in der Nachbricht der Schattung. Und zwar ist das für mich Nathaniel Phillips. Aber es ist nur noch fortrierend zu sehen, wie zum Beispiel der Gomez mit dem Ball quasi Gassi gehen will und mit ihm über die Torlinie spazieren will, ne? Hältige Stärke ist der Kopfballspiel. Schnell ist er nicht. Er hat schon mega viele Böcke gedrungen gehabt, wo er von Glück reden kann, dass da nicht so viele Gegenteuer rausgesprungen sind. Hinten und vorne nichts, ne? Cool down, everybody. Nicht zu sehr aufregend darüber. Ach, mal drauf, Junge, ne? Konsequenzer, unmutiger muss das werden. Die Spielweise hat mir gut gefallen. So in Summe, mein Zwischenfazit ist eigentlich so ein positives Zwischenfazit, weil ich sage, der VfB hat sich so aus diesem unrühmlich letzten Jahr deutlich verbessert in der zweiten Liga, was vielleicht natürlich auch im Niveau der zweiten Liga erleichter wurde. Der Wechsel von Tim Walter, den ich am Anfang ganz neutral betrachtet habe, sehe ich als positiv. Fange ich mal mit der problematischen Überraschung an. Was mich ein bisschen beschäftigt, ist, wie es der nicht konstanz des VfB ist, dass es in keinem Spiel hinbekommen hat, über 90 Minuten gleich bleibt die Leistung zu zeigen. Hier ist wirklich die Frage, wie geht es da weiter? Aber so in Summe haben mich viele Leute überzeugt. Förster, toller Kauf. Clement, noch nicht das gezeigt, was er vielleicht kann. Gonzales, jetzt nicht eingeschlagen. Silas, toller Techniker. Atta, Carazor, muss natürlich besser werden, wenn es so schlecht, wie alle sagen. Ich finde Mangala auch besser, aber ich kann auch Carazor. Ich sehe auch gute Dinge bei Carazor. In Summe, die größte Enttäuschung Mario kommt. Wenn es so weitergeht, sind wir auf dem richtigen Weg und dann geht es auch wieder ab. Hitzelsberger, Hitzelsberger, hey, hey, nicht zu schwarzmalen, alles, gell. Hier mein Anruf zum Thema Hitzelsberger. Ich sehe in der ganzen Sache erstmal mehr Chance als Risiken. Man kann das ein oder andere kritisieren, dass man sich halt auch in Zukunft selbst kontrolliert, zum Beispiel. Das ist sicherlich nicht optimal. Man kann den schnellen Aufstieg als kritisch sehen, weil er einfach in wenigen Monaten sehr, sehr viele Stufen auf der Karriere leider genommen hat. Ich sehe eher das größte Problem, dass wir zu wenig Hitzelsberger im ganzen Verein haben. Servus, ich wollte euch nur sagen, dass ich der Sebastian auf jeden Fall das rote Dicke holen soll, weil es jede Saison einfach mega cool aussieht und zu was Carazor passt einfach nur rot. Ich denke, du solltest das weiße nähen, weil das ist einfach das schönste, das klassische mit dem roten Prostit. Könnt ihr mir bitte aufhören, den Namen Olaf ständig zu nerven? Er ist ein Kater, er kann nichts dafür. Er ist nicht der Trainer. Das war die erste Mailbox für heute. Etwas kürzer. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. 0711 für Stuttgart. 25, 28, 16, 04. Das ist die Nummer, die ihr jederzeit anrufen könnt. Und ja, wenn ihr was zu mitteilen habt, am besten dreht es sich natürlich um den VfB Stuttgart, dann könnt ihr das dort hinterlassen und wir hören uns an und basteln dann daraus eine kleine Mailbox. Also 0711 für Stuttgart 25, 28, 16, 04. Und auch wenn sie diesmal ein bisschen kürzer war, gab es ein paar interessante Äußerungen und Tipps. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken beim Forrest, der endlich angerufen hat. Er ist Teil der drei ominösen Gestalten, möchte ich was schon sagen, die versprochen haben, sie würden sich nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel auf der Mailbox verewigen und haben es nicht gemacht. Wie heißt der nochmal? Paddy? Paddy, wie heißt denn der ganze Account? Weil ich will die Accounts gerade... Ach so, du willst ja... Paddy. Paddydopolis? Ich sag Paddy. Paddy ist besser. Ja, genau. Der Paddy, die Gina und natürlich der Forrest von mir gerade schon angesprochen. und jetzt wurde mir versprochen, dass sich alle drei nach dem Kiel-Spiel am Sonntag melden werden. Deswegen hier nochmal die Nummer für euch drei. 07114 Stuttgart 25 28 16 04 und nochmal danke für den Tipp. Der Forrest versucht so ein bisschen mit uns gemeinsam die Aufnahmequalität zu steigern. Aber heute funktioniert es bislang ganz gut. Vielleicht hat einfach so ein Drohanruf schon gereicht, um die Technik hier in die Knie zu zwingen. Genau, weil wir haben auch vor der Aufnahme nochmal kurz auf Mac den Aktivitätsmanager heißt es, ne, Aktivitätsanzeiger heißt es, aufgerufen. Und ich lese jetzt live ab. System 4,39, na jetzt 5,58 Prozent Benutzer 4,45 Prozent und inaktiv jetzt gerade 89, irgendwas Prozent. Also mein Rechner müsste eigentlich noch Kapazitäten haben, um die Aufnahmen irgendwie ohne Knackser und Unterbrecher irgendwie rauszuschreiben. Also ich glaube, daran liegt es nicht. Also mein Rechner ist schon ein bisschen älter, hat aber relativ viel Speicher. Also eigentlich dürfte seine Hardware nicht liegen. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe meinen Rechner, das ist auch ein Mac, gestartet, habe dann auf Siri geklickt. Habe ich eine neue gekauft, dachte ich. Nee, aber ich habe auf Siri geklickt und diesen Sound abgespielt. Und seitdem läuft der Wiener 1. Es war einfach eine Drohung. Das war der Windows Startup Sound und den kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Ah, okay. Das heißt, war ein Neustart, aber klar, anderes Betriebssystem. Ja, genau. Und da habe ich einfach mal gedroht hier, wenn es nicht funktioniert, dann kommt hier ein Windows Laptop her und seitdem funktioniert es. Das ist einfach geht's. Okay. Ja, Siri, danke. Gut, dann gab es Kritik nochmal an NetPhillips und natürlich auch an das Spiel gegen Wien Wiesbaden. Da gehen wir natürlich jetzt nicht mehr so detailliert drauf ein, aber die Kritik möchte ich trotzdem am Rand noch kurz streifen. Und zwar, wie gesagt, es hat jetzt hier ganz explizit NetPhillips abbekommen. Er würde viele Fehler machen, wäre viel zu langsam. Er spielt zu häufig quer. Das haben wir ja auch in Verbindung mit Atakan Karasor schon häufiger gehört. Der Querspieler. Ja. Wenn er mal vertikal spielt, jetzt sind wir wieder bei NetPhillips, dann kommen die Bälle nicht an. Also, das ist natürlich so eine Sache, glaube ich. Wenn du von dem Spieler verlangst, er solle vertikal spielen und das, wenn der Gegner mit einer Fünfer- und einer Viererkette direkt vorm Strafraum und natürlich dann die Fünferkette am Strafraum positioniert hat, dann ist es immer schwer für einen Innenverteidiger vertikale Pässe nach vorne zu spielen. Es ist fast nicht möglich, dass die ankommen. Und diese quer gespielten Pässe, die sollen einfach dafür sorgen, dass sich Räume auftun. Das ist übrigens genau das, was Atakan Karasor versucht in seiner Position als Sechser. Und darüber, und jetzt sind wir schon so ein bisschen beim dunkelroten Tisch, habe ich mich auch mit dem guten Sven Mislintat unterhalten, der das auch nochmal bestätigt hat. Also Atakan Karasor interpretiert halt die Sechs anders als zum Beispiel in Oren Mangala, der viel offensiver mit dieser Position umgeht und die auch offensiver interpretiert und natürlich dann auch eher das Spiel versucht, ja, oder die Bälle in die Tiefe zu spielen. Das geht nicht immer. Also gegen Wien Wiesbaden hätte, glaube ich, Mangala da auch nicht viel besser ausgesehen als Karasor, weil es einfach auch gar nicht diese Tiefe im Spiel gab, weil Wien Wiesbaden eben schon relativ tief in ihrer eigenen Hälfte standen und gar nicht diese Räume angeboten haben, die du brauchst, um dann wirklich einen Ball an die Grundlinie zum Beispiel zu spielen oder überhaupt mal vertikal. Und Karasor spielt den Ball dann halt quer, das ist sehr wahrscheinlich eine Anweisung von Tim Walter, so genau wollte es Sven Mislintat mir nicht bestätigen, aber er bestätigte mir folgende Aussage, weil ich habe dann zu ihm gesagt, wenn ich praktisch nicht weiß, was Walter seinen Spielern vorgibt, dann kann ich eigentlich nicht beurteilen, ob diese querbäste jetzt blöd sind oder ob sie sinnvoll sind. Und dann hat er gesagt, genau so ist es. Und damit ist es eigentlich für mich klar. Also vom Walter gibt es halt die Ansage, Atta, bevor du hier irgendeinen verrückten Vertikalpass spielst, spiel den Ball quer und mach somit Räume auf. Und genau das macht er. Und das ist auch eine Stärke von Atta Kankara. So, jetzt gehen wir ein bisschen weg von Ed Phillips. Er hat ein sehr, sehr gutes Raumverständnis. Also das sorgt zum einen dafür, dass er oft auch Bälle einfach schon mal abläuft oder richtig steht, dass der Gegner zum Beispiel den Ball gar nicht spielen kann. Und auf der anderen Seite ist halt seine Aufgabe als Sechser, die Bälle eher quer zu spielen, so dass dann, ja, die Wehen Wiesbadener in diesem Fall sich dann anders stellen müssen, anders orientieren und das dann so einfach Lücken gerissen werden. Und in die kann dann zum Beispiel ein Pascal Stenzel vorstoßen oder ein Marc-Oliver Kempf. Das ist auch nochmal so ein Ding. Auch das hat Sven Mislentat ganz gut erklärt. Wenn du halt mit einem, ähm, wie heißt der, Orel Mangala auf der Sech spielst, dann wird Pascal Stenzel diesen verkappten Spielmacher nicht mehr so geben können, ja. Der profitiert halt einfach davon, dass ein Karasor diese Sechs relativ strikt hält beziehungsweise am Mittelkreis sich rumtummelt. Und genau das sorgt dafür, dass ein Stenzel so aufdrehen kann. Ohne Karasor würdest du so einen guten Stenzel wahrscheinlich nicht sehen, ja. Also der wäre halt viel mehr hinten gebunden oder, sagen wir mal so, es wäre deutlich risikobehafteter, wenn er nicht, ähm, so abgesichert werden würde von Karasor, wie es eben der Fall ist. Und dann war natürlich auch ein Thema, dass Karasor häufig, ja, entscheidende Fehler begeht, aus denen dann zum Beispiel auch mal ein Tor resultiert oder eine Großchance. Und dann meint er halt auch, ja, es ist halt auch einfach eine schwierige Position. Haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Du stehst halt wirklich an der letzten Linie und jeder Fehlpass ist in dem Moment tödlich. Vor allem, wenn natürlich dann noch zwei von den vier Innenverteidigern, äh, Innenverteidigern sage ich schon, zwei von den vier Verteidigern aufgerückt sind, dann hast du halt ganz oft so zwei gegen eins oder zwei gegen zwei Situationen und natürlich sieht er bei, äh, Atakan Karasor blöd aus. Da muss er sich auch steigern, also das ist auch innerhalb des Vereins unumstritten, ja. Aber sie wissen halt auch, der Junge hat enorm viel Qualität und der braucht seine Zeit, der muss sich entwickeln können. Man muss ihm diese Fehler zugestehen, weil er halt einfach sonst sich auch nicht weiterentwickeln kann. Also wenn du halt so einen jungen Spieler, und das ist er ja trotzdem, noch mit seinen jetzt inzwischen 23 Jahren, aber bis letzte Woche noch 22 Jahren, wenn du dem diese Möglichkeit nicht gibst, sich weiterzuentwickeln, dann, äh, ja, hast du im Endeffekt ja auch keinerlei Nutzen aus dieser Verpflichtung. Also das Risiko sind wir halt einfach eingegangen, dass wir einen Spieler holen, der noch Zeit braucht, der sich noch entwickeln muss, ja, und der Fehler machen wird. Und, ähm, wie gesagt, wir können natürlich jetzt sagen, wir spielen mit Mangala, äh, dann hast du aber das Problem, dass das Spiel sich verändert, dass du eben nicht diese Stärken von Stenzel so ausspielen kannst, wie du sie aktuell auch spielen kannst, und davon profitiert die komplette Mannschaft. Und Santi Ascaciba sehe ich als Zweikampf schwächer in diesem System weiter als Karasor. Ja, der ist natürlich giftig, das haben wir auch besprochen, und, äh, immer am richtigen Ort, beziehungsweise versucht, immer irgendwie da hinzukommen, also der Einsatz passt, Mentalität, alles hervorragend, aber wenn du halt so guckst, wie viele Zweikämpfe der so gewinnt, wie zum Beispiel ein Karasor, sind das halt deutlich weniger. Also schaut euch einfach diese Statistiken an, auf Opta oder Kicker oder sonst irgendwo, dann sieht man das relativ schnell, dass ein Karasor deutlich mehr Zweikämpfe gewinnt als ein Santi Ascaciba. Ist halt einfach ein Fakt. Und die Daten sprechen auch für Karasor. Ja, also ich sehe bei Karasor so ein bisschen das Problem, jetzt gar nicht aus meiner Sicht oder aus seiner Sicht, sondern ganz generell, da kommt halt ein Spieler von Holstein Kiel zum VfB, und da sagst du ja normalerweise, okay, ähm, ja, der ist halt auf der Bank und kommt dann ran, oder der ist auch in der Startelf und muss nicht beweisen und da kommt halt ein junges Talent und, aber der kommt halt und da hat er halt ein bisschen das Problem, dass dann zufälligerweise nach ihm sein ehemaliger Trainer auch zum VfB kommt und dann hast du halt einen Einzel im Sportteil der Strukturer Zeitung und das heißt dann der Unterschiedsspieler oder das Metronom und dann wachsen natürlich die Erwartungen ins Unendliche, aber natürlich hat auch ein 23- oder 22-Jähriger Atakan Karasor so erstmal Probleme sich umzustellen ähm, von Holstein Kiel zum VfB Stuttgart, das ist ja echt eine ganz andere Nummer, denke ich, ähm, und dazu kommt dann, dass man dann noch sagt, okay, und der weiß ja, wie man Walter bald spielt und der muss es dann anderen Mitspielern auch sagen und dann stelle ich mir vor, dann kommt halt ein, ähm, 22-Jähriger Karasor und der will halt dann dem 34-Jährigen Mario Gomez irgendwas über Fußball erzählen, ne, dann sagt doch der Gomez auch, ähm, ja, vielen Dank, aber wer bist denn du überhaupt, ne, also, ich stelle mir das relativ schwierig vor, einmal, ähm, zu einem vermeintlich besseren Verein zu kommen und dann seine Leistung zu bringen und darüber hinaus noch so ein bisschen die Position auszufüllen als Botschafter von, ähm, Tim Walter irgendwie und insofern habe ich dann volles Verständnis, dass es dann bei Atakan Karasor ein bisschen länger dauert, bis er seine Leistung bringt und toleriere auch, ähm, irgendwie Leistungen, die nicht ganz so gut sind, aber aufgrund des, ähm, großen Kaders hat natürlich dann Tim Walter auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann sitzt er halt mal irgendwie ein, zwei Spiele auf der Bank und auch im Interview hat ja dann auch Karasor gesagt, das hat ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht getan, dann mal nicht zu spielen und, äh, ja, ich denke, das ist, äh, ja, fast schon ein Luxusproblem eigentlich. Zu dem Interview kommen wir nachher auch noch, also, das habe ich mir schon notiert, Sebastian, du merkst heute, wird wieder eine lange Sendung, es ist ja auch Länderspielpause, da passiert dann nichts. Und du bist bestens vorbereitet, ja. Leider, leider. Also, Ned Phillips, aber trotzdem, ganz unerwähnt, möchte ich den Namen nicht lassen. Ich gebe, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Anrufer hieß, aber dem gebe ich natürlich absolut recht, dass Phillips gegen Wien Wiesbaden auch kein gutes Spiel gemacht hat, so wie viele, ja, aber dafür hat er... Keiner, keiner gut gespielt hat. So sieht's aus. Zumindest in der ersten Halbzeit nicht. In der zweiten sah das schon deutlich anders aus. Aber gut, ich fand, die Auftritte, die er davor hingelegt hat, äh, Ned Phillips, die waren alle sehr gut, ja, und, ähm, da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir hier zufälligerweise irgendwie einen ziemlich guten Innenverteidiger für ein Jahr ausgeliehen haben, den man am liebsten verpflichten möchte. Und jetzt nach dem Wien-Wiesbaden-Spiel, ja, sah es wieder ein bisschen anders aus, aber auch er ist ja jung und, äh, hat einfach nicht diese, diese Erfahrung regelmäßig Wochenende für Wochenende zu spielen. Das fehlt ihm auch so ein Stück weit und auch hier sind vielleicht Schwankungen ganz normal. Da muss man halt beobachten, klar. Er wird schon nochmal seine Chance bekommen und wenn es dann wieder so läuft, wie zum Beispiel gegen Rostock, dann bin ich froh, dass ich so jemanden in der Hinterhand habe. Und wir haben ja auch noch Abouja, das ist ja auch nicht... Genau, aber da kann man sich dann schon mal fragen, ne, also warum spielt Abouja, äh, nach, nach dem ersten Spieltag so gar keine Rolle mehr und... Das kommt wieder. Dann schon, also, aber das sehe ich auch relativ relaxed, weil beide haben ihre Qualitäten und dann gucken wir mal, wie es so weitergeht. Ja, ich denke Abouja kommt nochmal. Also das ist... Ja, glaube ich auch, definitiv, ja. So, dann hat Karl Gott sei Dank angerufen und der kritisiert Mario Gomez, äh, sagt, er muss konsequenter und mutiger sein und, ja, spricht so ein bisschen von der größten Enttäuschung, äh, bislang in der Saison 19-20. Ich, ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man da mitgehen. Man hat sich von Gomez mehr erhofft und vor allem, wenn man dann sieht, dass er gegen den Tabellenletzten der zweiten Liga sich auch so schwer tut, irgendwie überhaupt mal großen Zähne, äh, zum einen in Szene gesetzt zu werden, aber das liegt natürlich auch an ihm selber irgendwie. Er findet so, so überhaupt nicht so in diese Saison, ja, man hat kein gutes Gefühl. Man hat so irgendwie das Gefühl, Gomez, das Thema ist beendet hier beim VfB Stuttgart. Also zumindest auf dem Platz. Ich glaube, in der Kabine ist er immer noch ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Was heißt, glaube ich, auch das hat, Sven Wisslund hat, nochmal eindrücklich bestätigt. Ganz, ganz wichtiger Spieler in der Kabine. Ja, absolut. Aber ich sehe immer dieses, jetzt böse gesagt, Gerede, von der ist wichtig in der Kabine, echt immer kritisch, weil, dann muss es ihm keinen Spielervertrag geben. Wenn er wichtig in der Kabine ist, dann ist er Trainer, Maskottchen oder Zeugwart oder sonst was halt. Aber dann ist er halt kein Spieler mehr und dann muss er halt auch nicht, ich will jetzt gar nicht aufs Gehalt wieder abgreifen, aber dann muss er halt nicht das Geld zahlen. Und jetzt, ich gucke halt gerne nach Bielefeld, weil ich da irgendwie so ein bisschen verwurzelt bin und dann sehe ich halt jetzt Fabian Kloß. Ich glaube, der ist nicht viel jünger als Mario Gomez, hat nie Erste Liga gespielt oder mal kurz vielleicht, nie in Nationalmannschaft und dann guckt er die beiden halt einfach an und mir fehlt halt einfach beim Gomez so, ach, der letzte Wille halt. Das ist ja auch okay, aber da muss man sagen, ich weiß nicht, ich sehe es echt so ein bisschen zwiegespalten, weil Mario Gomez sicherlich alle Qualitäten hat, um wirklich jeden Zweitliga-Verteidiger alt aussehen zu lassen. Aber er ruft es halt aktuell nicht ab und das finde ich halt so ein bisschen schade und ich würde mir wünschen, dass er echt nochmal irgendwie alles reinbuttert, um da nochmal zu glänzen, aber das sehe ich halt aktuell irgendwie nicht. Ich finde, du kannst die beiden nicht vergleichen, weil Natürlich nicht, weil jeder Spieler anders ist. Nicht nur deshalb, sondern weil Klos natürlich auch vom Vorgangsoner kommt. Das ist ja eigentlich ein Amateurfußballer. Ich meine, Fabian Klos, der spielt halt 25 Jahre lang jetzt Zweite Liga, das ist ja gar keine Frage. Nee, der hat zuvor Amateurfußball gespielt, also das ist ja so ein Fall, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Natürlich, der spielt bei Wolfsburg Amateure und kommt dann halt mit Ende 20 zu Bielefeld, aber sonst nehmt Simon Terodde als Vergleichskandidat. Ja, aber das sind alles Spieler, die waren halt nie so weit oben wie ein Mario Gomez. Ja, genau. das hat schon was damit zu tun, dass du halt einfach jetzt, ja, die besten Zeiten sind hinter dir. Ja, und so ein Fabian Klos, ich erinnere mich da an ein Interview, das es glaube ich vor dem VfB-Spiel mit ihm gab, wo er auch gesagt hat, ey, warum soll ich nicht mit Bielefeld Bundesliga spielen können? Also für ihn ist das einfach ein Ziel, aufsteigen mit Bielefeld und einmal Bundesliga spielen, keiner hat es mir zugetraut, ich schaffe es trotzdem. Und dieser Anreiz fehlt vielleicht Mario Gomez so ein Stück weit. Ja, ich kann es nicht 100% beurteilen, weil dazu müsste ich ihn jetzt befragen, aber so kommt es mir zumindest vor, dass er denkt, ist ja jetzt auch cool hier in der zweiten Liga, das werde ich schon irgendwie noch rufen. Also ich mag ihm da auch gar nichts unterstellen, aber vielleicht hat sich das natürlich auch so ganz tief in dein Unterbewusstsein eingefräst. Ich habe mit Bayern München Champions League gespielt und jetzt spiele ich mit dem VfB in Aue oder so halt. Also ich weiß es nicht, aber schwierig irgendwie für mich. Also erste Wahl wäre bei mir aktuell im Sturm auch nicht. In der Kabine kann das ja sein, aber da gebe ich ja schon recht. Viereinhalb Millionen Euro für jemanden, der für das Klima in der Kabine sorgt, für das positive Klima, ist schon eine teure Summe. Da gebe ich dir absolut recht. Gut, dann haben wir ja dazu aufgerufen, Mensch, gebt uns doch mal euer Zwischenfazit, weil wir sprechen in dieser Ausgabe ausführlich über unser Zwischenfazit. Ich kann schon versprechen, das wird es definitiv aus Zeitgründen heute nicht geben. Umso besser ist, dass ihr euch diesbezüglich gemeldet habt. Und es gab ein positives Zwischenfazit, da hieß es, der VfB hat sich im Vergleich zu 18, 19 deutlich verbessert. Das andere wäre ja auch fast verwunderlich gewesen, wenn es doch schlechter geworden wäre. Ja, und das negative Zwischenfazit ist, man ist Inkonsistenz, nee, das ist man nicht, man ist Inkonstanz, also, jetzt passt los, man ist inkon, ich kriege es nicht raus. Also inkonsequent oder inkonsistent oder? Inkonsistent, das ist es. Man ist inkonsistent in der Leistung, kein Spiel über 90 Minuten Überzeugte, die Frage steht im Raum, wie geht es weiter? Tja, ich finde, das ist berechtigt, weil es stimmt natürlich, dass man noch kein Spiel so richtig durchweg so bestritten hat, dass man das Gefühl hatte, hier brennt nichts an, der VfB bringt das sicher nach Hause, es waren immer so knappe Dinger und auch hier glaube ich, dass es etwas damit zu tun hat, dass du viele junge Spieler dabei hast, die alle eine Menge Potenzial haben, aber die Qualität über 90 Minuten als Kollektiv nicht auf den Platz bringen und dann hast du halt so Situation, dass du ein dummes Gegentor fängst und nochmal zittern musst, weil es eben 2-1 steht oder es steht dann halt einfach 1-1 oder du liegst sogar hinten und bist immer in der Situation, dass du dann nochmal einen Schippe drauflegen musst und das können sie in der Regel auch und ich finde, sie zeigen ihre Qualität auch häufig, sei es im Bielefeld, wenn man in der 92. Minute dann noch so einen Pass spielt, das schafft auch nicht jeder, so überlegt dann in die Mitte legt auf Al-Ghadoui, das ist Qualität aus meiner Sicht, auch die Tore von Nico González das sind Qualität, also da ist schon aus meiner Sicht viel vorhanden und das braucht jetzt vielleicht auch noch seine Zeit, bis das mal wirklich dominant über 90 Minuten zum einen geführt wird, das funktioniert ja schon besser, aber dann natürlich auch ja, in Tore mündet, dass du dann 3-4-0 mal ein Spiel gewinnst. Genau, aber mein Wendschmark ist halt der HSV, die haben genauso viele Punkte wie wir und die haben halt schon zweimal sehr überzeugend gewonnen, was wir nicht geschafft haben, aber haben halt auch schon mal zwei, zweimal dann sehr überzeugend verloren, unter anderem das komplette Derby gegen St. Pauli und dann frage ich mich auch, hätte ich jetzt lieber gegen irgendeine Mannschaft 4-0 gewonnen, um dann gegen Karlsruhe 0-3 zu verlieren und sage ich, nee, also dann lasst uns lieber jedes Spiel knapp gewinnen und das Derby irgendwie wuppen, also muss man ja einfach auf die Liga auch blicken halt einfach und der HSV ist jetzt nicht irgendwie 10 Punkte vor oder so und das ist der Benchmark, wir sind punktgleich, die haben ein paar Mal mehr ja, deutlich gewonnen, auch mal deutlich verloren, wir haben einmal knapp verloren, sonst alles irgendwie gewonnen und unentschieden und ja, da bin ich noch ganz relaxed einfach. Ich sehe den HSV aktuell auch stärker als den VfB, sehe ich einfach so, ist schon so, aber mir ist es eigentlich egal, wie es aktuell aussieht, also für mich ist es fast wichtiger, wie sich das Ganze entwickelt und ich sehe halt beim VfB noch enorm viel Potenzial, dass es besser wird und beim HSV habe ich das Gefühl, dass die schon relativ nah an ihrem Optimum aktuell sind. Ja, was mich da halt so ein bisschen irritiert, dass ich jetzt von den ganzen Heimauftritten zum Beispiel Hannover am stärksten gesehen habe, also das Hannover-Spiel, wo man echt im Stadion saß und dachte irgendwie, wow, was spielen die da, vielleicht war es auch, weil es der erste Spieltag dann war, aber danach wurde es halt echt so ein bisschen schwächer und diese viel zitierte Entwicklung, die sehe ich nicht unbedingt. Ich sehe sie. Okay, vielleicht auch, weil ich nicht genau genug hingucke. Doch, du guckst ganz genau hin. Überleg dir mal, wie es gegen Aue aussah, wie wir uns da Chancen erarbeitet haben, nämlich kaum, ja, da ist ja viel gescheitert, schon vor dem 16er und dann guck dir das Wiesbaden-Spiel an, dass du eigentlich mit 5 zu 2 gewinnen musst in der zweiten Halbzeit. Ja, aber genau, aber das ist das Ding, also das ist ja immer Sichtweise, also jetzt guckst du dir nur die Heimspiele an, dann sehe ich Hannover, dann sehe ich Fürth, dann sehe ich Wien-Wiesbaden und du darfst halt im Leben keine erste Halbzeit spielen wie gegen Wien-Wiesbaden. Das kann halt einfach nicht sein, das darf nicht passieren und das verstehe ich halt dann einfach nicht. Die zweite Halbzeit war aber gut. Ich glaube, dass solche erste Halbzeiten einfach so ein Stück weit dazugehören, wenn du mit vielen jungen Spielern dich ja verstärkt hast und vor allem auch mit Spielern, die noch nicht so lange Profi-Fußballer sind. Also guck dir so einen Karasau an, der wirkt ja schon relativ irgendwie abgeklärt, trotz allem, ja, und auch irgendwie schon ein bisschen fast wie so ein alter Hase manchmal. Dabei ist er noch total jung, hat erst anderthalb Jahre so richtig in Kiel gespielt, also ihm fehlt ja komplett noch diese Erfahrung, die andere Spieler schon haben. Mangala fehlt noch die Erfahrung. Der hat auch erst ein Jahr komplett mal Profi-Fußball durchgespielt. Das erste Jahr in Stuttgart hat er ja kaum gespielt. Gonzales mit dieser wirklich katastrophalen Saison, auch ein Santi Escaziba ist jetzt erst im dritten Jahr hier in Deutschland und ich finde, dem siehst du das auch an, dass er da einen deutlichen Vorsprung hat seinen Kollegen gegenüber. Also ich glaube, das gehört halt einfach dazu, wenn du so junge Spieler verpflichtest, auch aus dem Ausland, dass die ein bisschen Zeit brauchen. Wenn du jetzt den HSV siehst, die haben viele Spieler genommen, die die zweite Liga kennen und zwar nicht erst seit einem Jahr, sondern noch länger, die vielleicht auch schon Bundesliga gespielt haben und die gehen mit der ganzen Sache vielleicht ein Stück weit abgeklärter um. Dazu kommt, dass Dieter Hecking natürlich auch, sag ich mal, einen Fußball spielen lässt, der jetzt nicht ganz so viel Hirnschmalz erfordert, wie das von, was Tim Walter von seiner Mannschaft verlangt. Also das kommt auch nochmal dazu, gerade mit vielen unterschiedlichen Landsmännern, die dann sich irgendwie verständigen müssen auf dem Platz. Also das ist alles nicht so leicht und dafür finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, genau. Ich bin halt ein bisschen zwiespältig halt. Also mir ist das halt dann teilweise deutlich zu wenig, weil ich glaube, das ist halt erste Halbzeit gegen Wien-Wiesbaden ja keine Qualitätsfrage und keine Frage von jungen und alten Spielern. So kannst du halt einfach nicht gegen Aufsteiger auftreten. Du spielst halt zu Hause vor knapp 50.000 Zuschauern und das ist halt einfach, das ist blamabel einfach. Du hast in der zweiten Halbzeit Pech, du spielst dir halt irgendwie 12 Milliarden Chancen raus, kein geht rein, okay, das kann passieren, aber du hast das Spiel nicht verloren in der zweiten Halbzeit, sondern in der ersten Halbzeit einfach, weil du, weiß nicht, überheblich arrogant, unkonzentriert bist und das darf nicht passieren. Andererseits dann irgendwie Rewind Selector zwei Jahre zuvor, dann hast du halt gegen Würzburg verloren und gegen Dresden verloren und alles noch irgendwie im Rahmen, aber das muss halt für mich irgendwie nicht sein. Dann wurde sich auch zu Thomas Hitzisberger geäußert, da sprach ein Anrufer von mehr Chance als Risiko, also er sieht das Ganze eigentlich positiv, ja auch da glaube ich, was heißt mehr Chance als Risiko, würde ich glaube ich nicht ganz so unterschreiben, sondern ich finde, das hält sich eigentlich die Waage, das ist eine 50-50 Chance für alle Beteiligten, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren, das kann aber auch total nach hinten losgehen, deswegen würde ich sagen, es ist Chance und Risiko zugleich, ist ja meistens so. Ja und natürlich ist da auch ein gewisser Mut am VfB dabei, jemanden Hitzisberger zu nominieren oder zu, ja, als Vorstandsvorsitzenden dann zu einzusetzen, der natürlich nicht über die schulbuchmäßigen Qualifikationen verfügt, sondern einfach, ja, in den letzten Jahren gezeigt hat, dass er viele Rollen ausfüllen kann und die Intelligenz hat und die Empathie hat und alles andere auch hat, um die Rolle auszufüllen, aber natürlich ist natürlich auch ein großer Risikofaktor dabei, aber ich glaube, er hat halt den großen Vorteil, dass 70.000 Fans oder von den 70.000 Fans wahrscheinlich 69.900 ihm wünschen, dass er Erfolg hat bei dem, was er jetzt macht. So, abschließend zur Mailbox, es wurde kritisiert, dass die Katze immer wieder genervt wird von mir, aber ich kann euch versichern, Olaf macht das alles freiwillig und sehr gerne. Es ist eine Katze, die viel Aufmerksamkeit braucht und sich freut, wenn er von mir beschäftigt wird und von daher, ihr braucht keine Sorgen haben, das Tier ist hier in besten Händen, das kann ich euch versprechen. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 müsst ihr anrufen und zwar spätestens am Sonntag vor, während und nach dem Spiel gegen Kiel. Lasst uns eure Meinung auf der Mailbox da und ich versuche das Ganze dann einigermaßen zu einem hörbaren Potpourri zusammenzuschneiden. Guckt vielleicht, dass ihr am Sonntag relativ zeitnah anruft, weil meine Zeit natürlich ein bisschen begrenzt ist, wir wollen Montag wieder aufnehmen und ich muss zwischendrin vielleicht auch noch so ein Stündchen schlafen oder so, also vielleicht geht's, dass ihr alle bis 17 Uhr spätestens angerufen habt. Das wäre toll. So, also, ist der Mailbox abgearbeitet und jetzt kommen wir wirklich zu meinem Dunkelroten Tisch. Endlich! So, kaum geht's hier um den Dunkelroten Tisch, lässt mich dein Rechner da wieder im Stich, Sebastian. Ja, das ist ja völlig okay, weil du erzählst es ja die nächste Stunde eigentlich im Monolog und insofern ist es völlig okay. Ganz ausführlich mach ich's nicht, also ganz ausführlich braucht man's glaube ich auch nicht machen. Ja, aber ich war am Montag beim Dunkelroten Tisch, hab da auch den Ronnen, also den Brustring 1893 getroffen, Kesselhelden war da, der Tim, Tim Artmann, den haben wir noch reingeschleust, kann ich ja an der Stelle verraten, der Tomala war da, der IMF war da, also so ein paar Leute, die man von Twitter kennt, jetzt hab ich natürlich bestimmt jemanden vergessen, tut mir leid, oder der Olli Schraff war auch da, hab ich den auch noch genannt und es war eigentlich wirklich eine coole Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht so genau, was mich erwartet, hab mir das dann, ja, relativ neutral erstmal alles angeschaut und angehört, was dann im Vorfeld so erzählt wurde und erklärt wurde und kann im Nachhinein hier schon mal sagen, dass ich die Idee der Dunkelroten Tische wirklich gut finde. Bei uns war's so, es sah der von mir gerade eben schon angesprochene, es saß der von mir gerade eben schon angesprochene Oliver Schraff mit am Tisch und du kannst dann halt praktisch mit den Leuten, die von Seiten des VfB Stuttgart vor Ort sind, einfach so ein bisschen diskutieren, Themen besprechen, die dir auf dem Herzen liegen und die machen sich, ja, Notizen beziehungsweise füllen mit so einem Edding Karteikarten aus, die werden gesammelt und darüber wird dann intern irgendwann gesprochen und es gibt dann am, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 10.11. in der Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena, da wird dann praktisch mehr oder weniger nochmal darüber diskutiert, was man so an Feedback bekommen hat bei diesen dunkelroten Tischen und man versucht das Ganze dann irgendwie, ja, für sich, man möchte da was mitnehmen und daraus dann, ich weiß nicht, ich glaube, so ein bisschen versuchen auf die Mitglieder zuzugehen und die Bedürfnisse beziehungsweise die Befürchtungen, die der eine oder andere hat, vielleicht ausräumen und vielleicht auch Ideen umsetzen, die dann gesammelt wurden, also all das soll passieren, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut und ich hatte am Montag die Möglichkeit mit Bernd Geiser zu reden, mit Wolf-Dietrich Erhard, mit Rainer Wenninger, Oliver Schrafft und eben mit Sven Mislentaten, alle hatten wirklich eine sehr, sehr coole Haltung, muss ich sagen, also da gab es nie irgendwie so irgendwie so das Gefühl, dass die jetzt keinen Bock hätten auf die Veranstaltung, das kennt man ja auch, dass dann Leute da sitzen mit irgendwie so einer richtigen Fresse und du merkst schon so richtig, wollen die nicht angesprochen werden, das war aber überhaupt nicht der Fall, die waren alle sehr offen, haben sich das alles angehört und ich kann im Nachhinein wirklich nur sagen, Daumen nach oben, das war eine gelungene Veranstaltung vom VfB, so, aber ich sage gleich mit dazu, jetzt zählt es natürlich, jetzt haben wir mit den Leuten diskutiert, haben unsere, ja, Probleme so ein bisschen ausgekippt und es gab genügend Themen, die man mehrfach gehört hat, auch von anderen nuckelroten Tischen, die ja schon in Schondorf stattfanden, ich glaube gestern in Ravensburg und noch irgendwo, ja, jetzt gilt es natürlich, dass man da auch was draus macht und was umsetzt, was die Mitglieder halt da so alles vorgebracht haben und da bin ich halt mal gespannt, was von Seiten des Vereins dann so kommt, also das bleibt jetzt erstmal abzuwarten, aber im Großen und Ganzen war das ein gelungenes Treffen, ich habe natürlich gleich beim Herrn Schraff nochmal das Thema VfB-TV angesprochen und habe kritisiert, dass zum einen die Betragungsqualität natürlich wahnsinnig schlecht ist, also mit 720p, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, dann habe ich nochmal das Thema Tonspur angesprochen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, wenn man schon diesen unsäglichen Kommentator da unbedingt hinsetzen muss, dass man vielleicht noch jemanden nimmt, der gar nichts sagt, also sprich eine Stadion-Tonspur und ich finde es auch nicht so cool, wenn ein Kommentator da sitzt, der mit dem VfB nichts zu tun hat, ja auch kein Fan ist des VfB, aber immer so tut, als wäre er ein Fan, ja und so kommentiert, ja jetzt haben wir aber wieder eine gute Chance, halt die Fresse, kein Fan würde so reden, du sitzt nicht da und sagst, wir haben aber ein Übergewicht über die rechte Seite, nee, das erzählt so keiner, selbst ich als Fan würde so niemals ein Fußballspiel kommentieren, ich könnte es erstens mal nicht, aber ich könnte es besser als manch anderer und das ist in dem Fall jetzt nicht eine Bewerbung oder so, sondern es ist einfach so schlecht, dass es wahrscheinlich jeder könnte, und dieses, ja ich weiß nicht, was man damit suggerieren will, dass man halt jetzt VfB-Fan ist und dass wir eine Einheit sind und so, das kommt bei mir überhaupt nicht an, das ist eher befremdlich, also das gefällt mir gar nicht, deswegen setzt da jemanden hin, der das Spiel bestmöglich kommentiert, ja und am besten setzt da noch jemanden daneben, der bestmöglich den Ton runterdreht, das Kommentar draus, damit der nicht irgendwie sich scheiße fühlt, wenn die ganzen Leute keinen Bock haben auf das, was er da so sagt, also das habe ich angesprochen, dann habe ich gefragt, warum werden die U21-Spiele eigentlich nicht nachträglich online gestellt, das ist eine Kamera vor Ort, die nimmt alles auf, es gibt ja auch die Tore dann, die Highlights und so, warum kann man die Spiele nicht komplett ins Netz stellen, da habe ich keine richtige Antwort drauf bekommen, also ich glaube, da hat der Herr Schrafft, so habe ich das verstanden, auch nicht so genau gewusst, warum, das mal einfach mal so stehen, aber das habe ich auch mitgegeben, dass das eigentlich eine coole Idee wäre, dass man da was machen könnte, weil da gibt es bestimmt Leute, die sich dafür interessieren und wenn man diese Daten hat, dann kann man sie auch zur Verfügung stellen, naja klar, und ein weiteres Thema war natürlich dann ein Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hat, da ging es nochmal um Thomas Hitzisberger, da ist mir ja aufgefallen, dass irgend so ein Arschloch sich gedacht hat, ich ändere mal Thomas Hitzisbergers Wikipedia-Artikel und dann war es so, dass ich glaube, die Jungs von Wikimedia das relativ schnell erkannt haben, beziehungsweise die Änderungen nicht freigegeben haben, aber Google sich diesen Quelltext trotzdem crawlt und ihn dann in dieser Infobox einpflegt und auch da haben wir darüber gesprochen, wie der VfB mit solchen Sachen umgehen soll, auch das fand ich ganz interessant, wie da die Meinungen innerhalb des Vereins sind, ja die Einsagenheit, ja da müssen wir seitens des Vereins was machen, die anderen sind der Meinung, das muss vom Thomas Hitzisberger in dem Fall kommen, ich fand die, den besten Einwand, ich glaube der Ron war es, hatte dann eben, wie gesagt, der Brustring 18, 93 und meinte so, ja aber wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler rassistisch auf den Platz angegangen wird, von gegnerischen Fans oder so, dann ist es ja auch der Verein, der sich da zuerst äußert, ja und in dem Fall sehe ich es glaube auch so, dass da vom VfB was kommen kann, aber ich finde in dem Fall sollten sie eher die Füße stillhalten, weil der Typ, der diesen Artikel da geändert hat, der möchte ja einfach nur Aufmerksamkeit und die würde ich ihm jetzt nicht schenken, ja indem ich seitens des VfB seine Meldung rausbringe und ich fand auch schon den Artikel, ich glaube in der Stuttgarter Zeitung war es, überflüssig, braucht es nicht, ja also damit sorgt man nur dafür, dass irgendwo ein Kellerkind sich wahnsinnig eintrauf, erfreut sich halt, dass jetzt darüber noch berichtet wird, also das ist völlig kontraproduktiv, aber was wir angestohlen, du weißt ja auch, wenn irgendwas dann bei Google mal drin ist, dann hast du halt als Individuum auch als Unternehmen mehr oder weniger keine Chance, da irgendwie schnell was dran zu ändern, du kannst deine Maßnahmen ergreifen, aber dann dauert es wahrscheinlich echt länger und in dem Fall ja relativ kurz nur und dann ist es halt wieder so, wie es sein soll, aber das ist ein schwieriges Thema. Was wir noch angestoßen haben, ist, dass der VfB sich unabhängig oder doch unabhängig von diesen Aktionstagen von DFL, ja, also Nein zu Rassismus und was es da alles so gibt, vielleicht selber dann auch mal mit einem Statement hervortun könnte, egal um was es da jetzt geht, sei es Rassismus, sei es Sexismus, sei es Homophobie, es gibt genügend Themen, gegen die man sich stark machen könnte und ich finde, man muss das nicht immer irgendwie mit einem Aktionstag oder so belegen, das kommt eher rüber wie eine Werbeaktion, ja, also wenn die DFL einmal im Jahr zu ihrem Nein zu Rassismus aufruft, ja, das nehme ich denen halt irgendwie nicht ab, also ich sage nicht, dass die Rassisten oder rassistisch werden. Nein, aber es muss eine Grundeinstellung sein, die halt ständig mitschwingt einfach. Und die ich nicht als, also es wirkt halt wirklich wie Werbung, ja, und das finde ich ist so fehl am Platz und dann war halt auch gesagt, lauf doch einfach mal mit einem Trikot auf und das Jaco-Logo ist in Regenbogenfarbe, du musst nichts vorher ankündigen, gar nichts, die Leute fragen von ganz alleine, ja, das wird jedem auffallen und die Leute werden euch ansprechen, die Presse wird euch danach drauf ansprechen. Und dann reicht ein Satz, in dem man sagt, ja, für uns ist es einfach klar, dass wir gegen Homophobie stehen und ja, deswegen machen wir das jetzt. Ja, und ist das irgendeine Aktion? Nee, für uns doch ganz klar, gibt es da irgendwie noch große Fragen, ich meine, das ist doch in unserer Gesellschaft völlig akzeptiert oder nicht. Also du musst daraus nicht immer so eine riesen PR-Nummer machen. Ja, finde ich auch. Ja, weil das ist viel glaubhafter und ich kenne das aus einem amerikanischen Sport, da gibt es ja auch immer diesen Battle, wer jetzt irgendwo am meisten gespendet hat und so, ja, und wo man sich wieder für Make a Wish arrangiert hat, da gibt es dann 15 Minuten Videos. Da denke ich mir mal, also Leute, macht es doch einfach, macht es doch einfach. Jeder kriegt es mit, ja, und jeder findet es auch cool, aber wenn, wenn ich halt ein Werbevideo einspielen muss, wie großzügig ich bin, dann glaube ich halt nicht, dass du es deswegen machst, weil dir wirklich was an, also an der Aktion liegt, sondern weil du dich damit irgendwie in ein besseres Licht rücken möchtest. Genau, also tu Gutes und rede dich darüber, ne, das geht schon von alleine, gar keine Frage, ja. Genau, und auch da hatte ich das Gefühl, dass man da auf offene Ohren gestoßen ist, also das war wirklich interessant, mit den Herren über diese Themen zu sprechen. Ich fand es übrigens ein bisschen schade, dass die Vereinsbeirätin, jetzt, Meinog, Meintog, Meintog nicht dabei war, weil es waren halt wieder nur Männer da, es war wieder nur so eine Männerrunde und ich finde, das gehört halt einfach dazu, dass dann, wenn wir schon mal eine Vereinsbeirätin haben, dass die dann vielleicht auch irgendwie dabei sein kann, weil das immer... Klar, man kann ja auch nicht bei jeder Veranstaltung dabei sein, sie sind nur die Einzige halt, Muss, muss, dann brauchen wir halt noch eine Vereinsbeirätin, wenn eine nicht reicht. Er muss das hauptamtlich machen und dann Geld vom VfB dafür bekommen, oder? Ja, also das fehlt mir so ein bisschen, die weibliche Sicht auf die Dinge, also das könnte noch ein bisschen prominenter beim VfB ausgeprägt sein. Ähm, gut, ähm, ja, mit Bernd Geiser habe ich ja vorhin schon gesagt, was ich da so ein bisschen thematisiert habe, da ging es halt nochmal um Thomas Hitzesberger und warum denn jetzt auf einmal dann doch ein Dreiervorstand reicht und der Vierervorstand unangemessen ist. Äh, Wolf-Dietrich Erhard habe ich eigentlich nur ein Kompliment ausgesprochen für diesen dunkelroten Tisch, ja, dass ich das einfach gut fand. Das, was ich jetzt gerade eben eigentlich auch gesagt habe, mit Rainer Wenninger habe ich über viele Dinge gesprochen, ist auch ein sehr offener Typ, also, ich finde ihn eigentlich wirklich wichtig im Vereinsbeirat, das ist, glaube ich, echt ein guter Mann und, äh, hat auch immer ein offenes Ohr, unterhält sich gerne, wirkt offen, ehrlich, geradeaus, das, das finde ich echt gut und das schätze ich auch an ihm. Oliver Schraff, da haben wir halt eben gerade die Themen, die ich jetzt angesprochen habe, diskutiert, auch da kann ich nichts Negatives sagen an der Stelle und natürlich Sven Mislintat und darauf muss ich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen detailliert eingehen, denn, Sebastian, ich stand vor diesem Schweinemuseum, ja, äh, und ich war der Erste, der von unserer Gruppe, sage ich mal, da war und dann dachte ich, jetzt latsch jetzt nicht einfach rein, nachher sitzt du noch woanders und, äh, irgendwie, äh, deine, deine Jungs und Mädels, die sitzen an einem anderen Platz, ja, nee, jetzt wartest du auf die und dann kam der Herr Schraff um die Ecke und dann habe ich mich mit dem noch ein bisschen unterhalten, dann kam der Ron, dann kam der Tim und wir standen da so alle und auf einmal kommt der Sven Mislintat um die Ecke und mit dem haben wir ja überhaupt nicht gerechnet, weil der war ja nicht angekündigt. Ach so, okay. Ja, und der ist da so typisch Dude-mäßig angeschlürft, also, du bist halt einfach ein mega cooler Typ so und, ähm, ja, 100% den Dialog kann ich nicht mehr wiedergeben, aber ich versuche es mal, dann sagt der Olli zu dem, also der Herr Schraff sagt zum, zum Sven, ja, bist du auch da? Ja, muss ja. Also, wie er das so gesagt hat, fand ich schon super und später hieß es dann auch, ja, dass der Mislintat, der kommt dann so an die Tische und ihr könnt mit dem reden und ich hab's ja hier schon mal gesagt, das sind die Momente, da ticke ich wirklich aus. Ich bin leider Gottes niemand, der sich für irgendeine Band begeistern kann oder Sänger oder so, aber wenn ein Sven Mislintat da ist, da krieg ich feuchte Hände. So, und es ging so weit, dass ich erstmal aufstehen musste vor Aufregung, wie so ein Teenie-Mädchen, kurz vor ihrem ersten Ariana Grande Konzert stand ich da und hab mich einfach nur zusammengerissen. Ach, hast du mal keinen Ticks gemacht, oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Vieles wurde mir danach berichtet, was da alles passiert ist. Nee, ganz so schlimm passiert. Hat keiner gefilmt irgendwie, das will ich schon gerne sehen. Ja, also ich persönlich hab nicht gefilmt, aus dem Grund, weil ich mir dachte, das ist eine, also in dem Fall sicher einfach kein Grund, das ins Netz zu stellen oder für mich zu filmen. nö, also ja, und deswegen hab ich gesagt, nö, brauch ich nicht filmen und ich denk mal, das ging vielen so, dass die Unterhaltungen an sich so interessant waren, dass jetzt, weiß ich nicht, der große Handy-Konsum. Nö, das ist ja, also es ist ja auch eine Auszeichnung für eine Veranstaltung, wenn keiner sich irgendwie bemüßigt gefühlt, das Handy zu zücken, also voll gut. Ja, aber so hat man mal reingeguckt, hat man ein Foto gemacht, aber so, dann riecht man die Gespräche einfach interessant. Also nicht nur mit den anwesenden Leuten von VfB, auch so mit den anderen Mitgliedern. Es war einfach wirklich ein gelungener Abend, muss ich sagen. Es war mit einer der besten Abende, die ich als VfB-Mitglied beim VfB erlebt habe. Es war echt wirklich ein richtig gelungener Abend, kann ich nur empfehlen. Also du meinst jetzt nach den Podcast-Aufnahmen? Naja, das ist ja was ganz anderes. Okay. Das kannst du ja nicht vergleichen, das ist ja Champions League hier. Nee, gut, zurück zu Phil Missland. Irgendwann, also wir haben ihn dann so einen Platz freigehalten, dass wir, da haben wir darauf spekuliert, dass er zuerst zu uns kommt und dann kam er auch. Und, also wir sind natürlich, wenn ich gewusst hätte, dass der kommt, dann hätte ich wahrscheinlich mein ganzes Telefon nur voll gehabt mit Notizen, die ich dann da ausbreite und dann das frage und hier was wissen möchte. Aber so war ich relativ unvorbereitet. Und die erste Frage, die ich halt so an ihn hatte, ist, wie er sich Fußballspiele anschaut. Weil er ist der Erfinder oder Miterfinder vom Scouting-Feed, überhaupt was Daten und so angeht. Das ist halt... Ja gut, er ist ja also Mitgeschäftsführer von irgendeiner Videoanalyse-Firma. Das war damals die erste und das ist halt absolut ein Crack. Ja, und ich hab's ja schon ein paar Mal erzählt, ich guck mir Spiele vier, fünf Mal an. Das mach ich nicht, weil ich sonst nichts zu tun habe, sondern weil ich es nicht anders kapier. Also wenn ich ein Spiel einmal sehe, dann kann ich zu wenig Rückschlüsse daraus ziehen. Also da erkenne ich nicht schlecht alles, was ich eigentlich erkennen möchte. Und ich muss sie mir halt mehrfach angucken und muss mich dann auf einzelne Spieler konzentrieren. Und ich dachte, ich frag jetzt mal den Sven Mislintat, wie der das eigentlich macht, weil der wird sich ja nicht jedes Spiel fünf Mal angucken. Er ist ja nicht so bekloppt wie ich. Boah, du, das würde ich jetzt boah, answeifeln. Naja, er hat zumindest ein paar Sachen gesagt, die ich ganz interessant fand und die ich vielleicht mal versuche umzusetzen, weil ich wollte von ihm halt wissen, wie er sich so ein Spiel anschaut. Und das Erste, was er halt auch gesagt hat, nie mit Kommentar, weil das verfälscht halt komplett den Eindruck, aber so weit bin ich auch schon. Er hat dann natürlich nur Scouting-Feed, weil er der Meinung ist, du siehst halt einfach nicht das, was du sehen musst, um so ein Spiel richtig beurteilen zu können. Und, also wenn du keinen Scouting-Feed hast. Und dann sagt er halt auch, dass du eigentlich immer so ein Stück weit die Vorgaben des Trainers wissen musst, um dann letzten Endes das zu beurteilen, was du, was die Spieler, was du siehst. Genau, klar. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, der Karasoy, der Depp, der spielt immer nur quer. Genau. Und Tim Walter schickt ihn auf dem Feld und sagt, hey, Atta, spiel bitte jeden Platz quer. Ja, ist halt so. Das sind so Punkte, die waren erstmal ganz wichtig, die er da so gesagt hat. Und dann schaut er sich halt so die ganz typischen Sachen an. welche Taktik spielt der Gegner? Wo sind die offenen Räume? Wo stehen die Spieler? Also, er guckt sich die Spieler eigentlich schon so an, wie ich und du. Aber ich glaube, der hat natürlich mittlerweile das Auge dafür. der weiß halt, wo er hingucken muss. Und wie gesagt, mit einem Scouting-Feed finde ich auch viel besser, tue ich mich auch leichter. Also, wenn du zum Beispiel Samstagabend Bundesliga kommst, gucke ich die Spieler auch immer via Scouting-Feed, weil ich finde, da siehst du halt einfach das Fußballspiel. Und wenn du das normale Fernsehbild hast, dann siehst du halt so eine High-Class-Produktion, die auch Spaß macht, wenn du nebenbei noch am Handy hängst und so. Aber wenn du das Spiel wirklich sehen willst und verstehen willst, brauchst du fast immer diesen Scouting-Feed, finde ich. Also, diese Draufsicht ist ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt. Und er hat da wirklich ja einfach so drauf losgeredet, viele Dinge gesagt, das kann ich jetzt nicht alles wiedergeben, weil ich hätte mir natürlich keine Notizen gemacht und manches, das wird mir dann irgendwann wieder einfallen. Aber er hat viele Dinge gesagt, da hast du halt gemerkt, dass der Typ, das ist jetzt eine Riesenüberraschung, ein absoluter Crack ist. Also, das ist echt Wahnsinn, was der für ein Verständnis hat in Sachen Fußball, was er da für Dinge raushaut innerhalb kürzester Zeit. Der wusste ja auch nicht, welche idiotischen Fragen ich mir einfallen lasse. Aber trotzdem beantwortet er die, wie als würde er gerade beim Doppelpass sitzen. Also, das ist einfach nur beeindruckend gewesen. Also, wir haben dann auch zum Beispiel über Flanken gesprochen. Ja, weil ich wissen wollte, wie er dazu steht. Das ist ja so ein großes Thema. Ja, natürlich, ja. Nicht nur bei uns und da meint er halt auch. Generell, ja. Ja, genau. Und da meint er halt auch, es kommt halt immer auf den Gegner an, ob du Flanken schlägst oder eben nicht. Und du musst halt auch gucken, welche Spieler stehen vorne, wie ist die Box besetzt. Und er sagt halt auch, wenn du jemanden hast wie Borna Sosa, der so Flanken reinhauen kann, ja, ist das absolut ein probates Mittel. Ja, also, und er hat auch Insura nochmal aufgeführt, der auch aus seiner Sicht sehr, sehr gute Flanken schlägt. Und dass die Jungs, die halt relativ strikt an der linken Linie kleben, die Linie runtergehen, versuchen ihre Flanken zu schlagen, ist absolut legitim. Dann ist halt die Frage, wer steht im 16er? Ja, was sind da für Spieler? Ist da ein Mario Gomez und ein Al-Ghadoui oder turnt da ein Philipp Förster rum oder Nico Gonzalez? Also, dementsprechend musst du dich natürlich auch wiederum darauf einstellen, ja, wie du versuchst jetzt zu Chancen zu kommen. Aber im Prinzip hat er nichts gegen Flanken. Entscheidend ist halt wirklich, wie ist die Box besetzt? Und es kommt auch ein bisschen auf den Gegner an. Welche Qualitäten haben die in der Verteidigung? Also, das fand ich mal ganz interessant, dass es jemanden gibt, der auf höchstem Niveau sich mit diesem Thema auseinandersetzt und sagt, nee, Flanken sind nicht nur zu verteufeln, aber sie sind halt selten oder führen zu selten zu Erfolg. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Wir haben uns auch über Spieler unterhalten. Ich halte mich kurz. Ich erzähle nicht alles. Ich könnte noch stundenlang erzählen. Es war so schön. Aber wir haben uns auch über Spieler unterhalten, weil ich wissen wollte, wie er die Entwicklung von Roberto Massimo sieht, weil ich das Gefühl habe, dass der wirklich nah am Kader ist. Ja, auch wenn er bislang ja, den Kurzeinsatz in Bielefeld hatte, dann gegen Wien Wiesbaden etwas länger spielen konnte. Aber mein Eindruck von den Oberligaspielen, die ich gesehen habe, ist halt, dass Massimo so viel Qualität hat, der ist viel, viel zu gut für die Oberliga und müsste wirklich nah dran sein an der Zweigligameinschaft. Das ist einfach so ein Bauchgefühl gewesen und das hat er bestätigt. aber die große Frage ist halt eher, muss man den halt nach rechts hinten setzen oder kann der nicht auch irgendwie rechts Mittelfeld oder sogar noch weiter vorne spielen? Das ist so das, was ich denke, ist diese Umschulung wirklich sinnvoll? Also er kann das, er kann das definitiv spielen und das hat er ja auch gezeigt in Bielefeld, das wirst du ja noch wissen, wie gut er da war als Rechtsaußen und im rechten Mittelfeld und er kann das spielen, aber das Coole ist, ich glaube, den kannst du auch wirklich so als, ja, Gegenpaar zu Borna Sosa bringen auf der rechten Seite. Ist natürlich jetzt aktuell kein Bedarf, Stenzel ist ja vorrangig drauf, aber mir würde jetzt nicht Angst und Bange werden, sollte Stenzel ausfallen. Mag sein, dass es in der Zweikampfführung da dann die ein oder andere Schwäche gibt, aber die gesteht man ja an Borna Sosa auch zu. Da muss man halt irgendwie so ein Gleichgewicht finden, wie man das dann wieder kompensiert, aber im Prinzip, was Sven Mislint hat, wirklich voll des Lobes, was die Entwicklung von Roberto Massimo angeht, hat auch bestätigt, dass der relativ nah an der ersten Elf ist, was natürlich jetzt nicht heißt, dass der, oder nicht heißen soll, dass er jetzt am Sonntag gegen Kiel spielt, aber er ist jetzt nicht weit weg und ähnliches gilt überraschend für Koulibaly, sagt er halt auch, das ist halt ein großartiger Fußballer, der beidfüßig ist, du weißt als Gegenspieler nie, wie er den Ball verarbeitet, was halt die nächste Aktion ist, unheimlich starkes Dribbling, Tempo, alles dabei, auch das ist ja ein Spieler, da fragt man sich so ein bisschen, ja Mensch, wann wird der denn mal eingesetzt und so, also die sind alle relativ nah dran, aber es passte bislang noch nicht so 100%, also es muss halt auch, ja einfach, der richtige Moment sein und wir hatten ja auch genügend Wechsel jetzt aufgrund von irgendwelchen Verletzungen, die wir vornehmen mussten und das verhinderte dann vielleicht auch die ein oder andere Premiere von zum Beispiel Koulibaly. Klar, und du hast halt kein Spiel gehabt, wo du halt nach 70 Minuten irgendwie 3-0 führst, wo du sagst, hey, jetzt bring ich mal irgendjemanden, damit der ein bisschen Minuten sammelt, sondern es war ja irgendwie alles auch immer relativ eng, insofern, ja, kannst du jetzt ja keine Luxuswechsel leisten einfach, aber klar, es ist schon erstaunlich, wenn du dann dir überlegst, okay, Bamangituka spielt, der ist 19, kommt aus Frankreich und war schon in der Stammelf irgendwie mehrere Male und hast auf der anderen Seite Koulibaly, der kam sogar früher, ist, glaube ich, genauso alt, kam auch aus Frankreich und hatte noch keine Sekunde gespielt einfach, ne, also ich gehe auch davon, also knapp jünger, aber nicht wirklich viel, ne. Ich glaube, Silas ist 21, oder? Nein. Ne? Oder? Oder ist der 20, 20 dann vielleicht, weil wir schauen. Ich bin vielleicht 19, aber ich kann auch jetzt gerade Bützen reden. Ne, ne, ne. Aber ich meine, die wären beide relativ gleich alt. Also, Silas ist 21, und Koulibaly wird jetzt nicht so, ne, ist 20, sorry, sorry, und Koulibaly wird jetzt ja nicht, der ist ja keine 16, das wissen wir. Tongi, Koulibaly, so, da gucken wir mal. Genau, und der Silas ist vor 10 Tagen 20 geworden, also ein gutes Jahr auseinander. Ja, ja. Ja, gut, aber das ist natürlich schon ein Unterschied. Der eine ist quasi Stammspieler, der andere ist halt irgendwie, hat noch keine Sekunde gespielt und da fragst du ja schon, warum ist das so? Der eine ist U19-Spieler, der eine ist halt ein U19-Spieler, ja, genau, und der andere ist halt, ja, Herrenfußball. Das hat gerade so die Grenze, kann ich sagen. ne, und das dachte ich auch wieder, wo man dann irgendwie neulich wieder Roman Bürki irgendwie rund gemacht hat, weil er von Männerfußball sprach und das ist eine ganz gute Überleitung zu Holger Badstuber, der dann auch vom Unterschied sprach zwischen Jugendfußball und Männerfußball, wo man dann auch weiß, in welcher Hinsicht Roman Bürki von Männerfußball spricht, nämlich genau der Unterschied zwischen Jugendfußball und Männerfußball. Und das hat genau da die Grenze ist, dass jetzt halt auch irgendwelche U17, U19-Spieler auf einmal gegen irgendwelche End-20er spielen müssen, die halt einen ganz anderen Fußball spielen, viel körperlicher, viel robuster und dass das der Unterschied ist und das ist halt irgendwie gar nicht blöd gemeint, sondern wirklich, ja, die Grenze ist zwischen Jugendfußball und Seniorenfußball einfach. Ja, so könnte man es auch nennen, dann würde sich wahrscheinlich jemand beschweren, dass man jetzt Seniorenfussball nennt. Senioren sagt, genau zu Leuten, die irgendwie Anfang 20 sind. Männer möchte, oder Männerfußball möchte, glaube ich, oder der Begriff Männerfußball möchte nicht irgendwie zum Ausdruck bringen, dass Frauenfußball weniger richtiger Fußball wäre oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil, wir haben gesehen am Wochenende, wie, ich sage jetzt mal, Frauenfußball funktioniert, wenn man das so sagen kann, mit diesen grandiosen sechs Torwandschüssen, wo beinahe alle sechs reingegangen sind. Also ich glaube, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dass jetzt Frauen irgendwie, wo sind wir denn, dass wir jetzt darüber diskutieren, dass Frauen schlechter Fußball spielen könnten oder sonst irgendwas. Genau, aber Inka Grings hat es halt auch nicht vom Weizenglas gemacht, also das möchte ich auch kurz mal festhalten. Ja, und ich bin froh, dass ich es nicht vom Weizenglas gemacht habe. Gut, wir kommen wieder zurück zu den Misslandtaten, schließen das ganz kurz ab. Ja, bitte. Wir haben auch über Transferpolitik gesprochen, das war auch sehr interessant, Ihnen da mal zu hören, wie er das alles sieht, was er für Pläne hat und so, also da gibt es jetzt keine Neuigkeiten, die ich erzählen könnte oder sonst irgendwas, deswegen braucht man das nicht nochmal aufmachen, das sind die Sachen, die man eh schon immer wieder von ihm gehört hat. Eins möchte ich aber noch ganz kurz erzählen. Und zwar ging das so los bei dieser Veranstaltung Dunkelroter Tisch, dass Sven Mislintat so ein paar Worte zur aktuellen sportlichen Situation gesagt hat, was man sich so vorstellt und wie man die Entwicklung der Mannschaft sieht. Und er hat da einen Satz gesagt, den fand ich sehr beachtlich, und zwar meinte er, dass es so ein Stück weit unter den Fans auch an Geduld fehlt. Und das war natürlich darauf abgezielt, dass es gegen Wien Wiesbaden nach eigentlich einer guten zweiten Halbzeit auch Pfiffe gab, laute Pfiffe. Er hat aber auch gelobt, dass ganz viele Fans die Mannschaft danach gewürdigt haben für die zweite Halbzeit und eben applaudiert haben. Damit meinte er natürlich explizit die Cannstatter Kurve. Wir haben das ja auch schon thematisiert. Aber er meinte halt auch, man braucht einfach auch Geduld jetzt. Also man sollte nicht ungeduldig sein mit dieser Mannschaft. gesagt, das tut dem ganzen Prozess überhaupt nicht gut. Und er hat den Satz kaum beendet. Dann wurde schon die erste Zuschauerfrage, nenne ich es jetzt mal, zugelassen. Ein älterer Herr? Ich muss schon wieder lachen, weil ich musste sofort, in dem Moment, als ich diesen Mann gesehen habe, der schon einen roten Kopf hatte, muss ich sofort an den Hintersitzer von mir denken. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen gleich. Der damals die ganze Zeit Karasol geschrien hat. Und dann fängt der Mann an zu sprechen. und ich glaube, Bernd Geiser war es, der ihm dann sein Mikrofon geben wollte, damit jeder ihn versteht. Dann meinte der Mann schon so, ich kann laut genug sprechen. Oh Gott. Ja, wurde noch lauter. Das war aber nicht der Kioskbesitzer aus Gablenberg, der bei jeder VfB-Dialog-Veranstaltung in der ersten Reihe saß, oder? Der war es nicht. Der war es nicht. Aber die Aussage von ihm kurz zusammengefasst war es, was will man machen, dass diese Mannschaft endlich besser spielt, unter dem Trainer funktioniert das nicht. Ich bring es mal so auf den Punkt. Walter muss entlassen werden und eigentlich muss man jetzt noch Spieler irgendwie verpflichten, weil das hat alles keinen Wert. Und Hitzesberger, äh, Quatsch, Hitzesberger sag ich schon. Und der Müssentat erzählt wirklich vier Minuten davor, detailliert, was die Vorstellungen sind vom Trainer, wie wichtig das ist, dass man jetzt auch, ja, so ein bisschen Geduld hat und dass die Mannschaft sich entwickeln muss und dass es ein kompliziertes System ist und man hat sich aus den Gründen dafür entschieden. Also er hat das wirklich ausgebreitet. Man hat es verstehen können. Man hat nachvollziehen können, was die Pläne dahinter sind. Und man kann das ja jetzt gut und schlecht finden, das ist ja in Ordnung. Aber diese Frage war so saudämlich, sorry, aber ich muss es einfach sagen. Und es mussten auch einige lachen über diese Frage. Aber trotzdem, Mislintat ist natürlich absoluter Profi, hat die Frage sehr, sehr gut beantwortet mit so zwei, drei kleinen Seitenhieben, möchte ich mal sagen, in die Richtung des Fragestellers. Unter anderem natürlich auch, sehen Sie, das ist die Ungeduld, von der ich vorhin gesprochen habe, hat er dann als erstes so gesagt. Und es stimmt halt. Er sagt halt, ja, natürlich, wir haben den Anspruch, dass wir gegen wen Wiesbaden zu Hause gewinnen. Gar keine Frage. Aber es wird definitiv auch noch mal so ein Spiel geben, wo es so laufen wird. Das gehört einfach zu diesem Prozess dazu. Das ist so. Wir haben junge Spieler geholt, die haben Potenzial und du musst dieses Potenzial jetzt natürlich entwickeln oder weiterentwickeln und irgendwann wird das zur Qualität. Und ich habe das auch auf Twitter schon geschrieben, wir haben die Qualität und man sieht die auch immer wieder, aber halt noch nicht über 90 Minuten. Das ist der Prozess und der wird andauern. Es wird diese Spiele geben und ich sehe es da wie Sven Mislint hat. Man braucht einfach jetzt etwas mehr Geduld. Wenn man jetzt schon wieder anfängt, welchen Spiel da kann man jetzt am Wochenende, den 10. über einen Trainer zu diskutieren, ja, aber die Diskussion kommt. Das ist Quatsch, aber ich denke jetzt, die nächsten drei Spiele sind halt nicht für den Ausgang der Saison entscheidend, aber für die Stimmung Stuttgart sind die ganz entscheidend. Der Bastian, wenn der gegen Kiel unentschieden spielt und die zwei Spiele gegen Hamburg verliert, dann brennt hier die Hütte. Natürlich, dann brennt die Hütte, aber die Reichweite zwischen brennt die Hütte und wir brudeln alle und wir sind in Euphorie, die ist ja relativ groß. Also du hast jetzt drei Spiele, okay, zu Hause gegen Kiel solltest du gewinnen, dann hast du zwei Spiele gegen HSV. Das sind jetzt irgendwie dann Fifty-Fifty-Spiele. Du kannst den Pokal verlieren, in der Liga gewinnen. Da denkst du, ja, passt. Das kann genau andersrum sein. Da denkst du, ach, andersrum wäre mir lieber gewesen. Du kannst doch gegen Kiel unentschieden spielen, beide gegen HSV verlieren. Ich halte jetzt echt alles für möglich von zwei bis neun Punkten irgendwie. Und ich glaube, diese drei Spiele entscheiden nicht über die Saison, aber sie entscheiden jetzt wirklich über die Stimmung bis zum Jahresende oder bis zum Ende der Hinrunde. Also je nachdem, wie das jetzt ausgeht, stell dir mal vor, du gewinnst alle drei überzeugend. Dann ist die Hinrunde durch. Also du wirst halt von Euphorie getragen. Stell dir mal vor, du gewinnst keins von den dreien, sondern spielst zwei Unentschieden und verlierst eins. Dann wird gebrudelt. Also das ist jetzt irgendwie für mich ganz entscheidend und hat jetzt auch gar nicht so viel mit dem Sportlichen zu tun. Da kann auch viel Glück dabei sein, weil, wie gesagt, gegen HSV ist, denke ich, beide Spiele 50-50, wenn du auswärts spielst. Aber das wird für mich relativ entscheidend sein. Also ich bin gespannt. Was heißt, ich hoffe, dass es alles gut geht. Man gewinnt gegen Kiel und man gewinnt ein Spiel gegen den HSV. Genau. Und ich würde sagen, also jetzt, wenn ich dir jetzt sage, wir gewinnen eins gegen HSV und verlieren eins, welches würdest du als Sieg dir wünschen? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt muss ich echt überlegen. Natürlich würde ich das ein bisschen abhängig machen von dem Spiel Bielefeld gegen Hamburg. Wenn die Bielefelder da gewinnen, dann kann ich damit leben, dass wir das Punktspiel gegen den HSV verlieren. Sollten die Hamburger aber das Spiel gewinnen, dann hätten wir im Falle einer Niederlage in der Liga schon sechs Punkte Rückstand. Nee, drei Punkte. Quatsch. Wir sind jetzt punktgleich mit denen. Punktgleich, genau. Dann hätten wir drei Punkte Rückstand. Je nachdem, wie wir gegen Kiel spielen. Ja, da gewinnen wir. Aber wir gesehen auf jeden Fall. Nein, da kommen wir nachher noch dazu. Nee, also ich gehe mal davon aus, dass du auf BE kein Heimspiel im Pokal zugelost bekommt. Deswegen sage ich, komm, lass uns in der Liga gewinnen und das Auswärtsspiel in Leverkusen, da sparen wir uns. Aber ich denke auch immer, wie viele Spiele im Pokal musst du denn gewinnen, damit es halt geil wird? Ich meine, ein Heimspiel kriegen wir eh nicht und bis ins Finale kommen wir auch nicht. Dann, ja komm, dann lass es halt einfach und lass uns lieber die Punkte in der Liga holen. Ja, nehmen wir die Liga-Punkte und dann kann der HSV mit der Doppelbelastung in der Rückrunde zugrunde gehen. Ja, aber ich bin gespannt, wie sich das, wie gesagt, gestaltet. Sollte es jetzt noch mal so ein paar Rückschläge geben und die wird es geben. Wie gesagt, wir haben das ja schon jetzt ausführlich thematisiert und ja, ich appelliere da auch an alle Fans, einfach ein bisschen mehr Geduld zu haben und so ein bisschen die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. Wie gesagt, ich jetzt persönlich mache das halt an so Dingen fest, tiefstehende Mannschaften, Aue, Wiesbaden, die waren beide gleich defensiv eingestellt gegen den VfB, Aue mit Sicherheit mit ein bisschen mehr Qualität in der Defensive, aber nichtsdestotrotz hat sich der VfB halt Chance um Chancen in der zweiten Halbzeit gegen wen Wiesbaden erarbeitet und realistisch betrachtet wird es halt solche Spiele nicht allzu oft geben, dass du viermal gegen den Pfosten schießt und dreimal einer auf der Linie rettet. Also ich gehe schwer davon aus, dass man solche Spiele in der Zukunft gewinnt. Ich finde, der VfB hat das Spiel in der ersten Halbzeit für euch, in der zweiten. Absolut. Und die erste Halbzeit war einfach, die war erbärmlich. Keine Frage. Man hat es zu leicht genommen, man hat den Gegner nicht ernst genommen und das war furchtbar. Also du darfst gegen Wien-Wiesbaden keine zwei Tore in 20 Minuten bekommen. Dann hast du einfach versagt und wenn du in der zweiten Halbzeit halt irgendwie zigmal Pfosten und Latte triffst und deinen eigenen Mitspieler auf der Linie anschießt, ja, das ist Pech, aber du hast es in der ersten Halbzeit verbockt und wenn du das Spiel dann verlierst, dann darfst du dich nicht beim Schicksal beschweren, das dich zwei Wochen vorher gegen Fürth gerettet hat, sondern du hast es in der ersten Halbzeit verloren, das war eine Einstellungssache einfach. Das darf so nicht passieren. Und wenn das Team, und wenn der VfB daraus lernt und dann gegen andere Underdogs dann zu Hause besser spielt und dann nach 20 Minuten zwei Minuten in Führung liegen, das dann irgendwie dann müde nach Hause spielt, okay, dann war es ein Lernprozess, aber ich glaube, das wäre echt so ein Spiel, ja, das wäre echt so ein Knüppel zwischen die Beine, um dir zu zeigen, hey, mit der Einstellung und mit 80, 90 Prozent Einsatz, das klappt nicht, auch nicht gegen Wien-Wiesbaden halt, wenn die halt dann einen Grüttner vorne drin haben, der halt gerade irgendwie alles trifft, was er irgendwie anschießt. Schäffler ist es. Schäffler, stimmt. Gottes Willen. Macht nichts. Nein, aber ich bin ja dabei, dir, also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, die erste Halbzeit war absolut eine Katastrophe, keine Frage. Ich möchte nur nicht unerwähnt lassen, dass man in der zweiten Halbzeit so dominant war und so viele Chancen hatte, dass man dieses Spiel gut hätte drehen können. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie viele Chancen in der Situation bist, hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja, klar, klar. Und wenn der VfB gegen, wenn halt ein VfB Stuttgart gegen ein Wien-Wiesbaden spielt und du dann am Ende sagen musst, na gut, wir haben halt verloren, weil wir halt zu oft glatte getroffen haben, dann hast du irgendwas falsch gemacht einfach. Aber du musst der Mannschaft trotzdem zugute halten, dass sie in der zweiten Halbzeit alles versucht haben und auch zu diesen Chancen kamen und die dann nicht genutzt haben. Ja, klar, das haben wir auch schon anders gesehen. Gar keine Frage, dass da halt dann irgendwie so einen 0-1-Rückstand irgendwie dann runterspielen oder so. Ja, ja, gar keine Frage. Wie viele Chancen brauchst du, um dann endlich mal ein Tor zu erzielen? Ja, es ist ja auch das, was Tim Walter immer wieder sagt. Entweder wir müssen die Chancen besser nutzen oder wir müssen noch mehr kreieren. So. Und ich glaube, es wäre leichter, wenn der ein oder andere Stürmer dann mal diese Chancen nutzt oder wer auch immer da die Chancen hatte. Ja, die Möglichkeiten waren da, dieses Spiel umzudrehen und wenn du das halt 3-2 gewinnst, dann sagen alle, mein Gott, das war aber eine scheiß erste Halbzeit, aber du hast zumindest diese drei Punkte halt behalten. Aber gut, ich hoffe, man wird daraus die richtigen Lehren ziehen und vielleicht, vielleicht war dieser kleine Rückschlag auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht hat er bei dem einen oder anderen was ausgelöst. Das hoffen wir jetzt einfach mal. Gut. Ja, und so eine Tradition, da haben wir auch in der letzten Zweitellikersaison dann die Punkte gegen Würzburg und Dresden liegen lassen und nicht gegen die direkten Konkurrenten. Also insofern macht das ja so ein bisschen Hoffnung. Also wenn wir jetzt dann, haben wir zumindest keinem direkten Konkurrenten die Punkte geschenkt. Ja. Ja, wer weiß, in dieser zweiten Liga ist alles möglich. Aber das, das wehen Wiesbaden um den Aufstieg nicht geht. Aufsteigt das? Nein. Gut, dann kommen wir noch zu einem Randthema, das ich auch ganz interessant finde, nämlich zum einen meine Dauerkarte, aber, was ich viel wichtiger finde, dein Santi-Trikot. Ja. Wir haben nämlich das Voting gestartet letzte Woche und ich war mir eigentlich sicher, dass es entweder weiß oder rot wird, aber weit gefehlt. Ja, total, oder? Insgesamt haben knapp 645 Leute abgestimmt. Das ist total spektakulär. Ich würde sagen, das ist doch den Leuten völlig egal, Hauptsache der Typ kauft sich irgendein Trikot. Ja, aber über 600 Leute haben abgestimmt. Ich finde das total grandios. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Absolut. Und auch vielen Dank für die Wahl. Denn am Ende ist es wirklich, es war so spannend, ich glaube, bis eine halbe Stunde vor Ende des Votings stand Weiß und Mint mit 34 Prozent damals, glaube ich, oder 35 Prozent beide eben mit Gleichstand da und dann am Ende kippte es noch hin zu Mint. Sebastian? Der hat die Mint-Fraktion irgendwie nochmal ihre Wähler mobilisiert und hat einen hauchdünnen Wahlsieg errungen und wir hätten vielleicht irgendwie eine absolute Mehrheit irgendwie implementieren sollen, aber wir haben halt einfache Mehrheit und Mint hat gewonnen und Mint heißt aber schwarzes Torwarttrikot mit Mint-farbenem Brustring, weil dieses komplette Mint-Schlafanzug-Oberteil ist mir verboten worden von meiner Frau, darf ich nicht anziehen und sie hat da Veto-Recht. Also ich werde mir jetzt eins kaufen, also schwarzes Trikot, Mint-farbener Brustring und Mint-farbene Schrift hinten drauf und ich habe vor dem Spiel gegen Wien-Wiesbaden den Jens getroffen vom Brustring-Talk, der hatte so eins an und das sah echt relativ schick aus, muss ich sagen. Muss ich auch sagen, also ich war begeistert, hätte ich nicht gedacht. Ja, sah gut aus. Also ich finde, ich meine, vielleicht lag es noch am Jens, also, aber ich hoffe, dass es an mir auch genauso gut aussieht. Ich kann dir aber schon sagen, nimm eine Nummer größer als letzte Saison, denn, das war auch ein Kritikpunkt beim Dunkelroten Tisch, dass die Trikots von Jako eine Nummer kleiner ausfallen als die von Puma. Ah, okay. Ein Herr hatte 5XL und jetzt lacht er wieder. Ich lache ihn auch nicht und hat jetzt das Zelt bestellt oder wie? Das passt er halt nicht und hat er gesagt, er findet jetzt kein Trikot mehr in seiner Größe und da muss der VfB dringend was tun. Bislang haben die 5XL immer hervorragend gepasst und jetzt passt er da nicht mehr rein und das muss, also es kann natürlich auch sein, dass es an was enden geht. Das geht halt auch nicht, der muss man ja wirklich was machen jetzt. Ja, also, nur damit du bei der Bestellung schon mal im Hinterkopf behältst, vielleicht dann doch eine Nummer größer nehmen. Ja, ich bin fast, ich bin fast versucht, wirklich in den Shop zu gehen und mal anzuprobieren und mir das dann vor Ort beflocken zu lassen und vielleicht dann so eine Instagram-Story zu machen. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. aber nee, jetzt irgendwie online bestellen und dann kommt das irgendwie und dann ist es zu klein und ich ziehe es da nicht an, das wäre ja auch irgendwie blöd. Und wenn du im Shop bist. Aber ich bin halt zu klein für L, ne, also, ich möchte ja auch so ein Santi-Trikot, weil ich genauso groß bin wie er und das in L, das wäre, boah, wäre schon ein bisschen peinlich. Man sieht es ja nicht, welche Größe hinten es ist. Gut, wenn du im Shop bist. Ja, wenn es dann irgendwie ein bisschen die Kniekehlen runterhängt, dann sieht man es halt schon, ne. Na, probier es doch mal an, ob das wirklich so ist. Wenn nicht, steckst du es dir einfach in die Hose, wie früher, wenn Mutti uns angezogen hat. Genau. Wenn du im Shop bist, dann lässt er da einfach mal für mich einen Schrei los, denn, äh, ich wollte ja meine Dauerkarte tauschen, dem Platz. Ja, genau. Da habe ich am Montag angerufen letzte Woche und das war auch alles ziemlich cool und geht ohne Probleme. Was wir, ich sage jetzt bewusst wir, weil, äh, die Dame, die sehr nette Dame, mit der ich telefoniert habe, hat es offensichtlich auch vergessen. Äh, was wir vergessen haben, dass einen Tag später die KSC-Geschichte da in den Vorverkauf ging und gleichzeitig natürlich auch diese Dauerkarte Plus. Ah, scheiße. Das heißt, damit ich jetzt hier diesen Dauerkartenplatz tauschen kann, hätte ich vielleicht am Montag gleich direkt handeln sollen und nicht bis Mittwoch warten. Denn das Problem ist dann, dass die Tickets einfach ausverkauft waren. Also sprich, die Spiele gegen Karlsruhe und, ähm, ich glaube, Dresden sind ja mit der Dauerkarte Plus schon abgedeckt, aber auch das Heimspiel gegen Karlsruhe halt ruckzuck komplett ausverkauft und das führt dann dazu, dass sie dir für dieses Spiel ja keine Dauerkarte geben können, logischerweise, weil der Stadion es ausverkauft. Dann sagen sie halt, okay, du kannst erst zur Rückrunde einen Dauerkartenplatz. Ja, ja, ja. Oder kannst den Platz erst zur Rückrunde wechseln. Tauschen, ja. Und, äh, ja, in der Situation bin ich jetzt. Bedeutet für mich, ich muss die restlichen Hinrundenspiele noch da, äh, in meiner Gegend, ja, ertragen. Wobei, mir wurde schon ein unmoralisches Angebot gemacht für kommenden Sonntag, das ich sehr wahrscheinlich annehmen werde, sodass ich erstmal so ein bisschen wegkomme von diesem schwierigen Umfeld. Okay. Und, äh, mal gucken, ob ich mich dann irgendwie so von Heimspiel zu Heimspiel im Jahr 2019 hangle und dann 2020 zuschlage, endlich mit dem STR-Platz, direkt neben der Trainerbank am besten. Ja, also das ist das Update in Sachen Dauerkarte. Ich, ich habe weiter einen zumindest unterhaltsamen Nebensitzer. Ja, genau. Dann können wir uns auf jeden Fall über weitere Anekdoten von der Haupttribüne freuen. Ja, ich hoffe, dass der VfB einfach ein bisschen überzeugender spielt, weil ich davon ausgehe, dass es dann um mich herum ruhiger wird. Also, jetzt habe ich auch so ein bisschen den Ansporn, den VfB dafür zu kritisieren, wenn sie nicht deutlich gewinnen, weil es halt einfach Eigennutz ist. Ich möchte meine Ruhe der VfB bitte deutlich, souverän, zur ersten Halbzeit am besten schon weit in Führungen liegend die Spiele bestreiten. So, dann nächstes Thema. Heute ist wirklich eine Menge geboten. Holger Badstuber war zu Gast im Rasenfunk Tribünengespräch. Ich werde das Ganze, die Folge und so weiter und so fort natürlich verlinken, wie sich es gehört. Ja, es gibt ja andere Plattformen, da gibt es mehr Werbung als Inhalt, aber für einen Link über, oder zu dem Podcast, über den man jetzt hier einen Artikel schreibt, mit dem man aktuell gerade versucht, Geld zu verdienen, der ist da nicht drin. Bei uns ist es anders für so ein tolles Projekt wie den Rasenfunk. Genau, wir verdienen kein Geld und im Gegensatz dazu verlinken wir total gerne. Sehr gerne. Vor allem zum Rasenfunk, der es total verdient hat. Absolut. Das Hallo war groß, als Holger Badstuber, glaube ich, am Samstag ein Bild postete mit einem Headset und davon sprach, dass er vier Stunden Podcastaufnahme hinter sich hat und dann ging natürlich das Rätselraten los. Wer könnte das gewesen sein? Von den VfB-Podcasts natürlich. Man wusste, Podcaststadt, die nehmen nicht so lange auf, die können es nicht sein. Die Nachspielzeit, könnte sein, aber wir kennen ja den Ron. Hat er gerade ein Fanprojekt aufgenommen, ja. Ja, wir kennen aber den Ron. Also deswegen, das hätte der wahrscheinlich erzählt. Und das Gleiche geht für den Brustring-Talk und für rund um den Brustring und auch für uns. Also wussten wir nicht so richtig, wo geht die Reise hin, aber dann war es relativ schnell klar. Es ist der Rasenfunk und man muss sagen, Gott sei Dank, weil für mich persönlich wäre es jetzt nicht so schön gewesen, wenn der erste VfB-Spieler, aktive VfB-Spieler, plötzlich im Rasenmäher oder so aufschlägt. Ich finde, das Format von Max ist von der Qualität her unerreicht und genau die richtige Plattform für einen Spieler wie Holger Badstuber, um eben über seine Karriere zu sprechen. Und so war es dann auch. Also es wurde viel über Holger Badstubers Karriere gesprochen. Natürlich war der Hauptfokus auf die Zeit in München gelegt, auf die tollen Trainer, unter denen er trainieren durfte. Fanral, Heinkes, Guardiola, das sind natürlich schon ein paar Namen. Da erschrickt man fast schon. Natürlich auch Carlo Ancelotti, der hat er auch noch mitbekommen. Also das sind schon richtige Kaliber gewesen. Es ging aber auch um den VfB Stuttgart. Da gibt es ja auch eine jüngere, in der jüngen Vergangenheit. Einige Trainer, die vielleicht nicht ganz den Ruf genießen von den ehemaligen Bayern-Trainern, aber ich glaube, für Holger Badstuber eh nicht interessant waren, nur auf eine andere Art und Weise. Fangen wir mal an, Sebastian, über die Nummer mit Hannes Wolf zu sprechen. Also ich empfehle natürlich jedem, das komplette Gespräch sich selber anzuhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir nehmen uns jetzt hier nur so ein paar Punkte raus, die wir ganz kurz aufarbeiten wollen. Also Hand und wer jetzt die Bayern irgendwie so gar nicht leiden kann. Das Interview geht drei Stunden 45 und ich habe mir alles angehört, aber ich habe tatsächlich mit dem VfB-Teil angefangen und der switcht halt bei zwei Stunden 7.50 rein und dann kommt der VfB. Aber es lohnt sich halt echt auch, die ersten drei Stunden zu hören, weil das ja echt sehr interessant ist, weil Holger Badstuber seinen ganzen Weg vom Jugendspieler, den seine Eltern zum Training fahren müssen, ja bis hin zum Nationalspieler schildert. Und das hilft auch so ein bisschen oder mir hat sogar sehr geholfen, ihn so ein bisschen zu verstehen. Und ich glaube, diese knapp vier Stunden Podcast haben auch was geleistet, was halt auch ein noch so langes Interview im Print nicht leisten kann, nämlich den Typ Badstuber so ein bisschen besser zu verstehen, den wir bei uns ja häufig als missmutigen, kopfschüttelnden Egoisten wahrnehmen. Und ja, nach den knapp vier Stunden denkt man dann ein bisschen anders. Also er ist sicherlich nicht der bescheidenste Mensch der Welt, der sich selbst komplett zurücknimmt, aber er ist vielleicht auch nicht so der missmutige Egomane, als den wir ihn häufig irgendwie auf dem Feld dann wahrnehmen. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, da lohnt sich es halt auch, die ersten drei Stunden zu hören, die mit dem VfB gar nichts zu tun haben, sondern eher halt oder komplett mit dem Bayern. Aber ich habe es total gerne gehört. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu diesem VfB-Teil, den du gerade angesprochen hast. Ja genau, VfB und Hans Wolf war deine Frage, glaube ich. Genau, es ging Richtung Hannes Wolf. Da wollte der Max natürlich wissen, warum der gescheitert ist, der gute Hannes Wolf. Und an der Spielphilosophie, das kann man schon mal verraten, lag es nicht. Holger Badstuber hat gesagt, der hatte definitiv eine gewisse Spielphilosophie. Es scheiterte letzten Endes an der Unerfahrenheit in der Bundesliga, war so der Tenor. Also Holger sagt es wie folgt, man merkte ihm die Unerfahrenheit in der Bundesliga an. Mir war klar, dass viele Dinge so in der Bundesliga nicht funktionieren. In gewissen Situationen muss man Ruhe bewahren und seine Autorität zeigen. Dafür fehlte ihm aber die Erfahrung. Ja, also das Thema noch mal ganz, ganz, ganz kurz aufgerollt. Damals war ja folgendes, dass es hieß, Hannes Wolf hätte einen schweren Stand, vor allem bei den erfahrenen Spielern. Und wenn man das jetzt hört von Holger Badstuber, dass Hannes Wolf so ein bisschen die Unerfahrenheit und vielleicht auch die Autorität fehlt, dann glaube ich, dass die Spieler gar nicht so sehr ein Problem hatten mit Hannes Wolf, sondern dass die mit diesem Kumpelhaften vielleicht nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen sollen. Also Holger hat ja auch noch gesagt, das ständige Rotieren brachte Unruhe in die Mannschaft. Irgendwann gibt es auch keine richtige Hierarchie mehr. Irgendwann muss man sich halt auch mal entscheiden, wer spielt. Und vielleicht fehlte das den erfahrenen Spielern. Und ja, vielleicht fehlte ein Stück weit die Hierarchie. Aber ich fand, diese Aussagen lassen schon tief blicken. Ich glaube, Hannes Wolf war mit der Situation ein Stück weit überfordert, oder? Ja, ich weiß nicht, ob er mit der Situation überfordert war oder ob die Spieler ihn überfordert haben. Weil das ist so das Einzige, wie gesagt, ich habe das ganze Interview total gerne gehört. Aber gerade so in dem, in der halben Stunde, habe ich öfters so gedacht, ich habe ja keine Ahnung, wie so ein Bundesliga-Mannschaftsgefüge aussieht. Also was da wirklich wichtig ist. Aber ich habe die Aussagen von Holger Badstuber gehört, der hat immer noch gehört, irgendwie Konstanz, Routine, feste Startelf, Erfahrung. Und da dachte ich, ja, das kann man so sehen. Aber das ist halt auch so die komplett eingefahrene Variante. Und wie soll jemand Erfahrung sammeln, der keine Erfahrung hat? Also dann müsste man, wenn Hannes Wolf damals zu unerfahren war, was ist dann Tim Walter jetzt? Da muss man ja auch sagen, hey, was macht denn der jetzt? Also da bin ich anderer Meinung. Aber es kann halt auch sein, dass ich halt komplett daneben liege. Weil wie gesagt, ich habe natürlich, Holger Badstuber, du hast deine Trainer aufgezählt. Der hat sicherlich viel mehr Insights als ich. Aber die Aussage fand ich irgendwie, war eine von denen, wo ich sage, da gehe ich nicht so richtig mit. Du hast einen jungen Trainer, der hat eine andere Herangehensweise. Der rotiert halt viel. Und das ist halt alles komplett schlecht. Also da fand ich irgendwie die Aussagen von Holger Badstuber sehr, sehr konservativ. Also Rotation ist scheiße, Unerfahrenheit ist scheiße, Offensive ist scheiße, weil er sagt irgendwie, Taifung Korkut war ein guter Trainer, alle anderen waren Mist. Das haben wir ja auch irgendwie anders gesehen. Das ist halt für mich so eine sehr, sehr traditionelle Herangehensweise, wo ich dann irgendwie auch nicht wirklich mitgehen mag, aber dann halt eingestehen muss, dass ich auch komplett keine Ahnung habe natürlich. Wobei ich meinte, meine Aussage jetzt eigentlich eher so, wenn du merkst, dass ältere Spieler, zum Beispiel den Badstuber oder von mir ist auch damals dann ein Ginzeck oder ein Gentner, irgendwie mit deiner Art nicht so klarkommen, Probleme haben mit der Rotation, eben das, was du gerade aufgezählt hast, dann gehört es ja auch dazu, eben diese Autorität zu zeigen, die Holger Badstuber gefordert hat, zu seinen Entscheidungen zu stehen und dann eben, den Weg konsequent weiterzugehen. Und vielleicht hat er genau das gemeint, was Hannes Volk so ein bisschen gefehlt hat. Vielleicht war dieses Hin und Her, vielleicht hat man das als Schwäche ausgelegt. Also innerhalb der Mannschaft, die erfahrenen Spieler haben dann gedacht, ah, guck, jetzt bringt er wieder den, den er eigentlich nicht bringen wollte, um hier Ruhe reinzubringen. Weißt du, so habe ich das eher ausgelegt. Ja, natürlich. Und das habe ich ja damals auch immer Hannes Volk zugestanden, auch dann in der Aufstiegssaison oder nach der Aufstiegssaison in der ersten Liga, wo wir dann die Heimspiele immer knapp gewonnen haben, die Auswärtsspiele immer verloren haben, meistens nicht mutig genug waren, wo ich auch gedacht habe, okay, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei, aber er als Trainer muss sich ja auch entwickeln. Und vielleicht hätte er wirklich sagen müssen, irgendwie Gentner, du bist raus, ne? Also ich brauche einen neuen Kapitän, ich brauche einen neuen Keeper. Ich serviere irgendwen ab. Hat er nicht gemacht. Und jetzt mit ein bisschen Abstand kann man sagen, okay, Hannes Wolf hat es auch in Hamburg nicht geschafft. Dann hat er vielleicht auch nicht die Qualität gehabt, kann man ja sagen. Aber immer alles nur so auf Kontinuität und Routine und Erfahrenheit zu reduzieren, das fand ich irgendwie schon ein bisschen schwierig in dem Interview. Aber meine Meinung kann da auch komplett falsch sein. Aber das ist was, was mich so ein bisschen gestört hat, wo ich sage, da gehe ich nicht mit. Aber natürlich waren viele Aussagen komplett interessant. Also gerade zu Hannes Wolf, wo man dann auch so ein bisschen rausgehört hat, wo dann das Problem gewesen sein kann zwischen Mannschaft und Trainer. Weil das ist ja nicht nur Holger Badstuber, sondern auch Christian Gentner und viele andere Spieler, die im Team waren, die halt weitaus erfahrener waren als der Trainer. Und wo dann auch im Nachhinein die Äußerungen dann mehr Sinn machen, wo dann Spieler gesagt haben, der Trainer hat uns dann mit seinen taktischen Vorgaben überfordert und gut, dass wir jetzt wieder einfach spielen und so weiter. Das versteht man natürlich dann ein Stück weit besser, wenn man jetzt dann die Aussagen von Holger Badstuber gehört hat. Dann ging es um unseren speziellen Freund Michael Reschke und dessen Kaltabladung für die Saison 18-19. Und auch hier geht es wieder um Hierarchie. Da meinte Holger, vor der Saison 18-19 wurden Personalien verändert, die die Hierarchie verändert haben. Das war nicht gut. Dafür war aber nicht der Trainer verantwortlich, sondern eher die Planer, die nicht kapiert haben, wie der Erfolg der Vorsaison zustande kam, welche Charaktere für die Phase wichtig waren. Es wurden zudem Transfers getätigt, die nicht ins Gruppengefüge gepasst haben. Eigentlich auch ein Thema, das wir schon mehrfach besprochen haben, das wir von außen so auch bisweilen, jetzt im Nachhinein muss man sagen, richtig analysiert haben. Aber es hieß ja auch immer, ja, nee, das Gruppengefüge, das passt. Ich erinnere mich an das ein oder andere Interview von auch, glaube ich, Christian Gentner, der davon gesprochen hat. In der Mannschaft würde alles passen. Jetzt sagt Holger Badstuber, hier hat überhaupt nichts mehr gepasst. Alles wurde auf den Kopf gestellt. Also auch hier kann man vielleicht sagen, im Nachhinein hätte Michael, Michael Gentner sage ich schon natürlich, Christian Gentner, ich bin schon so weit weg von diesem Berliner Spieler, dass ich nur noch an den Spieler oder an den... Michael Reschke Gentner, ja. Ja, wegen dem Bruder von Christian. Achso, der hat... Ja, aber das finde ich cool, weil da sagt Holger Badstuber eigentlich eins zu eins genau das, was alle Fans und alle Blogs und alle Podcasts irgendwie gesagt haben, dass Michael Reschke Spiele eingekauft hat, die Taifun Korkut gar nicht brauchte. Also... Ja. Und man kann sagen, der Tausch, die Davi-Gincheck war monetär total richtig, aber er hat halt sportlich gar keinen Sinn gemacht, weil du holst halt die Davi, der im System Korkut überhaupt gar keinen Platz hatte, dafür gibst du halt einen Gincheck ab, der ja oft verletzt war, aber für ihn holst du halt dann einen Gonzales und bist halt der Meinung in den... Wie halt war Gonzales damals? 19, 20? Ja. Kann einen Gincheck, der halt irgendwie zig Jahre Bundesliga-Erfahrung hat, eins zu eins ersetzen und da muss man halt irgendwie kein Genie sein, um festzustellen, dass das in den seltenen Fällen funktionieren wird und genau das hat ja dann auch Badstuber in dem Interview bestätigt, was ich dann relativ wohltuend fand irgendwie. Nee, er hat ja auch nochmal unterstrichen, dass gerade der Gincheck-Abgang, den hat er ja auch genannt, wirklich viel durcheinander gebracht hat, er meinte auch, er hat unheimlich viel geackert, also Daniel, und war sehr wichtig für das Team und das hat man nicht zum ersten Mal gehört, Matze Zimmermann war auch noch so ein Kandidat, da wusste man auch, okay, der ist halt einfach wichtig für das gute Klima innerhalb der Mannschaft und ich habe bei Michael Reschke die ganze Zeit schon das Gefühl gehabt und das wird jetzt auch nochmal bestätigt, dass er irgendwie so dachte, so jetzt zeige ich hier mal den Leuten in Stuttgart, wie man einen Top-Kader zusammenstellt, alles, was aus meiner Sicht nicht die Qualität hat, um Europa irgendwie aufzurollen, die hauen wir jetzt mal raus, der Zimmermann mag sein, dass der alles mitbringt, was du brauchst, um, ja, ich sag mal, Dreck zu fressen auf dem Platz, aber dafür hat er spielerisch Defizite, da ist er nicht auf dem Niveau. Ja klar, dann holst du halt einen Nafio und den hat schon mal unter dem Guardiola und bla 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 und von sonst wo halt, und das ist natürlich eine ganz andere Liga, aber das muss halt nicht funktionieren, das haben wir dann ja gemerkt. Ja, richtig, die schmeißt er raus, die Spieler, holt andere, die eben nicht ins Mannschaftsgefüge passen und vielleicht sich selber auch für deutlich besser halten als der VfB, das aktuell war oder dann auch wurde, umso länger die Saison dauerte und, ja, dann fehlt natürlich da auch so ein bisschen die Verbundenheit und ruckzuck, ja, siehst du dann eine Mannschaft, die unheimlich viel Potenzial hat und auch gute Spieler eigentlich hat in der zweiten Liga wieder und da muss man schon sagen, da hat Michael Reschke einen ganz, ganz großen Anteil. Es ging auch über den Trainer oder um den Trainerwechsel, Teil von Korkut, hin zu Markus Weinzier, auch da positioniert sich Holger Bartschuber sehr deutlich und meinte, der Trainerwechsel kam zu früh. Man muss auch mal Ruhe bewahren, die Entscheidung für den nächsten Trainer war für mich sowieso völlig unverständlich. Ich hatte damals auf Schalke eine ungute Zeit unter ihm und war natürlich gebranntmarkt. Spieler, die unter großen Trainern trainiert haben, die eine Meinung haben, mal Widerrede leisten und laut sind, werden bei Markus Weinzier aussortiert oder gemieden. Als Weinzier kam, habe ich zu Mario Gomez gesagt, das wird eine zähe Saison und sie ist auch, und so ist es auch gekommen. Wenn ich eine gewisse Schwäche an einem Trainer bemerke, das ist jetzt ein wichtiger Satz, dass er nicht geradeaus ist, dann bin ich auch kompliziert. Genau, das ist eine Aussage, dem Hanne wirklich jetzt in beide Richtungen interpretiert, ob man die jetzt gut oder schlecht findet. Naja, da sagt er im Endeffekt, wenn der Trainer nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann gebe ich halt ein... Oder wenn der Trainer mir keine klare Ansagen macht. Und das ist halt auch sowas, wo ich dann halt konträr gehe. Also, ich bin nach wie vor der Meinung, man hätte den Vertrag mit Typhoon Korkut nie verlängern dürfen. Man hätte sagen müssen, hey, Platz sieben, große Klasse und jetzt lassen wir es halt gut sein, du darfst nach... Noch nicht mal das. ...nach Frankfurt wechseln. Der hatte ja noch einen Jahr Vertrag. Also, es war ja gar keine Not. Stimmt, du hast vorzeitig verlängert. Genau, der hätte noch einen Jahr Vertrag gehabt, hätte es halt weiterlaufen lassen können. Ja. Und da bin ich voll und ganz bei Holger Bartsch, aber du kannst, und da bleibe ich dabei, du kannst den Trainer nicht nach sieben Spieltagen entlassen, weil du... Man muss erkennen, dass es auf dem Platz nicht daran lag, dass Typhoon Korkut ständig falsch aufgestellt hat, sondern dass es einfach daran lag, dass zum einen völlig falsche Spieler geholt wurden für die Art und Weise, die Typhoon Korkut da Fußball spielen lassen möchte und dass es manchmal auch ein bisschen dauert, bis sich das vielleicht irgendwie wieder einruckelt. Also, das muss man halt einfach heutzutage den Leuten zugestehen, dass sie ein bisschen mehr Zeit bekommen. Ja, und man muss im Nachhinein sagen, gut, jetzt ist man natürlich schlauer, es wäre wahrscheinlich nicht viel schlechter geworden, wenn man mit Typhoon Korkut noch ein bisschen weitergemacht hätte. Ja, und das Spiel in Hannover war halt schon eine komplette Bankrotterklärung. Das ist halt so. Da muss da eigentlich irgendjemand rausschmeißen, entweder ein Trainer oder ein Reschke. Aber warum? Weil es halt, das war furchtbar, es wäre nicht besser geworden. Du musst halt irgendein Zeichen setzen. Ja, und das, da widerspreche ich. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach so, das wird halt so gesagt, weil es halt inzwischen so ist, man muss dann ein Zeichen setzen, so geht es nicht weiter. So, aber ich behaupte, dass ein neuer Trainer daran auch nicht viel ändern kann. Und Markus Weinstein hat das ja bewiesen. Das Problem lag nicht am Trainer und lag, es lag natürlich schon ein bisschen am Sportvorstand, bei der die Spieler geholt hat, aber auf, oder wenn wir jetzt das Spiel von Hannover nehmen, lag das auch nicht an Michael Reschke, sondern es lag einzig und allein an die Spieler, oder an den Spielern, die auf dem Platz standen. Und ich finde, da muss man dann auch mal vielleicht da ansetzen und nicht sagen, dass man jetzt vielleicht den Spieler verkauft oder sanktioniert, aber dass man dann nicht einfach gleich sagt, nö, okay, wenn die ja nicht voll hinter dem Trainer stehen, dann wird halt eben der Trainer geschasst, sondern dann muss man halt die Lage vernünftig analysieren, schauen, wo es hakt, was das Problem ist und dann versuchen, daran zu arbeiten. Aber du gibst ja dem Trainer gar nicht mehr die Möglichkeit, aus seinen Fehlern zu lernen, du gibst der Mannschaft nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln, sondern es hat alles immer direkte Folgen. Jeder kleine Fehler, jeder fehl Start hat immer direkte Auswirkungen und ich finde, du machst es halt enorm schwer, einem Trainer irgendwie die Zeit einzuräumen, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Der traut sich ja auch gar nichts mehr, weil er damit rechnen muss, wenn die vier Spiele verloren gehen, in denen ich vielleicht das ausprobiere, dann stehe ich bei den nächsten zwei Spielen schon so unter Druck, dass ich keins der beiden verlieren darf, sonst bin ich nämlich weg vom Fenster. Also ich finde, du schießt dir damit auf lange Sicht selber ins Bein. Jetzt ein abschließender Satz dazu noch, dass es jetzt ausgerechnet Taifung Korkut getroffen hat, war fast schon Glück, weil der ist mir letzten Endes jetzt, da war es jetzt nicht so schlimm, dass er entlassen wurde. Aber es gibt halt andere Trainer und es wird auch andere Trainer geben, wo es mich dann eher stört, dass die vielleicht nach sieben schlechten Spielen entlassen werden. Ja, absolut. Das war natürlich auch in der Saison so eine Gemengelage, dass Taifung Korkut hat sicherlich nicht den Kader hatte, den er sich irgendwie gewünscht hätte, aber er hat ja dann irgendwie auch sieben Spieltage alles dafür getan, um nicht weiter beschäftigt zu werden mit irgendwelchen mutlosen Aufstellungen. Aber ich gebe dir schon recht, es war natürlich nicht nur sein Ding, aber es musste nach den sieben Spieltagen und vor allem nach dem Auftritt gegen Hannover irgendwas passieren, um ein Zeichen zu setzen. Und klar, da ist natürlich immer der Trainer irgendwie das schwächste Gläser in der Kette, was dann ein bisschen schade ist. Ja, das ist halt das Problem in der heutigen Zeit, dass der Trainer... Also in dem Fall war es nicht schade, aber grundsätzlich war es natürlich schade. Ja, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass Taifung Korkut grundsätzlich schon mal nicht die Idealbesetzung war. Genau, aber das ist ja früher, das war ja also trotz der insensuellen Rückrunde war auch schon seine Intronisierung eigentlich ein Fehler und dann gab es halt irgendwie die Verkettung glücklicher Umstände, aber ja, das war halt von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt. Ja, und das ist ja eben auch genau das, was Bart Schuber sagt, die Verantwortlichen haben nicht erkannt, an was das eigentlich lag, dass man so viel Erfolg hatte. Das mag sein, dass das auch was mit der Mannschaft zu tun hatte, die praktisch dann irgendwie zusammengewachsen ist und es waren immer die gleichen und die haben sich irgendwie da super ergänzt auf dem Platz, aber es lag halt vor allem auch daran, dass man, ich würde mal sagen, die Hälfte der Punkte einfach mit ganz, ganz viel Glück gewonnen hat. Absolut. und ja, das muss man eigentlich erkennen als Sportvorstand, aber gut, sei es drum. Lass uns das abhaken und kommen noch kurz zum Abstiegskampf unter Nico Willig. Da meinte er, wir hatten Personalien in der Mannschaft, die du taktisch nicht überfordern konntest, bei denen der Horizont einfach begrenzt war. Ja, ich finde es ganz schön, weil er hat ja da, man merkt ja, er ist es nicht gewohnt, so lange dann irgendwie zu sprechen und hat mal dann etwas unbeholfen in Formulierungen und da dachte ich, die man nicht überfordern kann, das heißt, die waren so brillant und dann kam raus, nee, nee, die waren so begrenzt, also man konnte sie relativ schnell überfordern und da habe ich auch gefragt, also ich würde der Mannschaft die Abgestiegenes relativ viel vorwerfen, aber dass sie jetzt irgendwie taktisch irgendwie so stümperhaft war, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, aber ich meine, er weiß das besser als wir auf jeden Fall. Ja, vielleicht wollte er auch was ganz anderes sagen und hat sich da so aus der Affäre gestohlen. Ich hatte immer das Gefühl, wenn gerade so jemand wie Mario Gommes über die Mannschaft gesprochen hat, dass er nach außen hin zum Ausdruck bringen wollte, dass wir Leute in der Mannschaft haben, die geben halt ein, denen ist das egal, ob der VfB jetzt nächstes Jahr in der ersten oder in der zweiten Liga spielt. Ja. Und vielleicht wollte Holger Bartschubert was Ähnliches sagen und hat dann versucht, irgendwie noch eine Kurve zu nehmen und die führte dann in taktische Unterlegenheit oder so. Gut, aber trotzdem. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz das 2 zu 2 auf dem Spiel an. Du hast Zwila, Pavard, Kabak, Kempf, Insua, Castro, Gentner, Didavi, Akolo, González, Donis. Jetzt würde ich sagen, okay, vielleicht Donis ist vielleicht taktisch jetzt nicht so der Riesenfuchs, aber du hast ja genug Spieler, denen würde ich glaube ich nicht ihr taktisches Verständnis zum Vorwurf machen, sondern eher ihre Einsatzbereitschaft. Also das fand ich eine relativ komische Aussage, relativ bemerkenswert fand ich die Aussage, dass Holger Badstuber dann sagte, dass so zwei Relegationsspiele für ihn eigentlich nochmal mehr Endspielcharakter haben als ein Champions League Finale, weil er sagte auch, wenn du jetzt Champions League Finale spielst, im schlimmsten Fall bist du ein Spieler der zweitbesten Mannschaft Europas. Und wenn du Relegation spielst, im schlimmsten Fall steigst du ab und Mitarbeiter deines Vereins müssen entlassen werden. Und das fand ich echt schon eine relativ bemerkenswert klare Sichtweise eines, jetzt böse gesagt Millionärs auf die ganze Geschichte, weil so ist es ja halt, weil da geht es um Existenzen. Wenn ein VfB Stuttgart Relegation gegen Union Berlin spielt und steigt ab, dann werden halt Leute entlassen auf der Geschäftsstelle. Wenn du als Bayern München ein Champions League Finale gegen irgendwen spielst und verlierst, dann passiert gar nichts einfach. Also das fand ich relativ erfrischend, dass er doch so eine so eine relativ Perspektive von sehr weit oben hat, um das doch festzustellen. Und er sagte echt so, Relegation ist nochmal brutaler als ein Champions League Finale. Und wir können es bestätigen. Ich habe es noch nie in Champions League Finale miterlebt, aber es kann nicht schlimmer sein als das, was wir dann in Bayern lebt haben. Nee, es ist halt echt Existenz einfach. Also wir müssen zwar nicht um unseren Job bangen, wenn man absteigt, aber es ist halt schon krass. Und das finde ich dann cool oder ja, bemerkenswert, dass ein 30-Jähriger, der Champions League Finale gespielt hat, der Nationalmannschaft gespielt hat, auch sagt, hey, also Relegation 1. gegen 2. Liga ist so ziemlich das krasseste, was ich je mitmachen musste. Ja, das muss man sowieso sagen. Insgesamt hat Bartschuber durch dieses Interview bei mir sehr gepunktet. Also das war ein aufrichtiger Auftritt und ein sympathischer, muss ich schon sagen. Es gibt Aussagen, die würde ich so nicht unterschreiben, aber das ist ja auch völlig okay, dass man da unterschiedliche Sichtweisen hat. Ja, das wäre auch furchtbar, wenn er knapp vier Stunden erzählt und du alles unterschreiben könntest. Also das darf ja eigentlich gar nicht sein, aber alleine schon, dass er sich ja als einer der ersten Spieler aus der ersten, zweiten Liga jetzt da bereit erklärt hat bei so einem Format, das nicht redigiert wird, nicht freigegeben wird, sondern mehr oder weniger 1 zu 1 veröffentlicht wird. Also ganz großen Respekt und ich hoffe, dass viele weitere Spieler seinem Beispiel dann noch folgen. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Er hat auch noch kurz was gesagt über den neuen Trainer, Tim Walter, was ja auch interessant ist und der meinte, die Masse der neuen Informationen ist enorm, da brauchen junge Spieler Zeit. Ja, also auch hier spricht er so ein bisschen wieder von einer Überforderung, was die aktuellen Informationen angeht, aber man scheint es ja halbwegs gut hinzubekommen. Der offensive Spielstil mit viel Ballbesitz und Positionswechseln ist schon gewagt, aber man geht aufs Ganze. Das taugt uns, der Stil kommt uns entgegen. Ja, auch das ist jetzt, brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, eigentlich kann man so stehen lassen. Vielleicht ist der Nebensatz noch ganz interessant. Max fragte dann nämlich, ob das auch in der ersten Liga funktionieren wird und dann lachte Holger Bartschuber so und meinte dann, das wird man sehen, aber eigentlich wollte er sagen, nein. Ja, genau, ja. Ich glaube, es hat ja auch mal Christian Streich gesagt, in einem Vorbereitungsspiel vor der Saison hat er der VfB, glaube ich, mal gegen Freiburg gespielt und da wurde Herr Streich auch mal darauf angesprochen, irgendwie, ja, wie der VfB gespielt hat und meinte ja, der Streich irgendwie, ja, ja, total interessant und sehr aufregend und dann wurde auch gefragt irgendwie in der ersten Liga, ja, das wäre sehr interessant, das mal in der ersten Liga zu sehen und so, ja, nicht gesagt, ja, auf gar keinen Fall, ne, also, also, aber das Luxusproblem hätte ich dann gerne nächstes Frühjahr, dass wir aufgestiegen sind und dann mal gucken, wie wir ohne Torwart und ohne Rechtsverteidiger dann irgendwie mit der Taktik und mit dem Trainer in der ersten Liga bestehen, aber wenn es dann so ist, glaube ich, dann können wir uns echt glücklich schätzen. Wir bleiben noch kurz bei Spieler, die Interviews gegeben haben. Wir kommen zu Atakan Karasor, der sehr selbstkritisch war in einem Interview. Ja, voll gut, ja. Ja, fand ich auch und er meinte relativ geradlinig, es war eine richtig, ja, es war ein richtig guter Einstieg. Danach ging es mit meiner Leistung ein bisschen bergab. Vielleicht habe ich mir selbst zu viel Druck gemacht. In den Wochen danach wollte ich es verbessern. Das ist mir mal mehr, mal weniger gelungen. Vielleicht hat es mir auch ganz gut getan, zwischendurch mal auf der Bank zu sitzen. Jetzt sind wir bei dem Punkt, den du ja vorhin schon mal angesprochen hast, dass Atakan gesagt hat, er braucht vielleicht auch mal eine Pause, um ein bisschen Druck irgendwie wegzubekommen. Ich finde diese selbstkritische Herangehensweise von ihm eigentlich nicht schlecht, dass er selber die Fehler erkennt, die er gemacht hat, die er definitiv gemacht hat. Er schätzt sich, glaube ich, ganz, ganz gut ein. Und was für mich auch immer ein wichtiges Signal ist, wenn ein Spieler sagt, ja, natürlich tut es mir auch mal gut, wenn ich auf der Bank sitze, wenn es nicht so gut läuft. Also ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck vermitteln, dass es nur mich als Alternative gibt und sonst niemanden, sondern er sagt halt, ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich auch mal auf der Bank Platz nehme. Also, ja, gute Aussagen. Und was ich auch noch interessant finde, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, Karasor sagte noch folgenden Satz, nach dem zweiten Spieltag habe ich zu Mario gesagt, ich brauche Hilfe. Ich mache mir teilweise zu sehr einen Kopf. und Gomez meinte dann zu ihm, du gehörst hierher, wir haben alle gesehen, was du drauf hast. Hier sieht man, glaube ich, genau das, was wir vorhin schon mal thematisiert haben, dass Gomez für die Spieler wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der Kabine ist. Das ist ja nicht der erste Spieler, der auf Gomez zugeht und sich Rat holt und mit ihm spricht. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das für so einen jungen Spieler ganz wichtig ist, dass plötzlich Mario Gomez, ja, ein Champions-League-Sieger zu dir sagt, Junge, du gehörst dir her, du bist einer von uns, du bist gut genug. Also, das finde ich schon wichtig, gut und, ja, also, Punkt. Ich weiß nicht. Nee, 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 finde ich auch super, also, dass man sowas hört. Genau, und auf der anderen Seite, ne, finde ich es dann halt auch, ähm, schwierig oder verständlich, dass Karasor Probleme hat, weil, wie sollte der Atakan Karasor jetzt Mario Gomez dann erzählen, wie er zu laufen hat, ne? Muss er das? Da weiß ich nicht, aber wenn man halt sagt, er ist der Spieler, der, ähm, das System Walter schon verinnerlicht hatte, muss seinen Mitspielern sagen, wie sie sich bewegen sollen und so weiter. Ich glaube, dass, da muss ich ein, kurz einhaken, weil ich glaube, dass das ein bisschen, das ist jetzt einfach eine Vermutung, vielleicht auch falsch gesehen wird. Ich glaube nicht, dass er vorgibt, wer wohin laufen muss, sondern, dass er so kurze, äh, ja, einfach Fragen beantwortet, vielleicht, kann man so sagen, wenn, wenn einem Spieler nicht unbedingt klar ist, wie man sich jetzt hier und da verhält. Aber ich glaube nicht, dass er auf dem Platz steht und die Jungs umherscheucht und sagt, du musst das machen, du musst das machen. Also ich glaube eher, dass der muss auch nicht, aber auch gar nicht, gar nicht von, von Tim Walters Seite, aber auch von draußen irgendwie reingeschrieben quasi, ne? Also, ne, Stichwort Metronom-Spieler und er weiß, wie es läuft und er muss die anderen dann noch dirigieren und so weiter. Ähm, und da, da sehe ich dann halt schon so ein bisschen ein, ein Hierarchie-Problem, beziehungsweise auch ein Grund dafür, dass Karasor vielleicht nicht ganz so gut spielt, wie er spielen könnte, wenn er sich einfach, ähm, ja, auf, auf sich konzentrieren könnte. Ähm, ja, 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 das sagt er ja, er sagt, er macht mir zu viel in den Kopf und auch diese Aussage ist halt super ehrlich und, äh, auch mutig, wenn du sagst, äh, nach dem zweiten Spieltag musste ich das Gespräch suchen, weil es halt einfach zu viel wurde, also ich konnte damit nicht richtig umgehen. Vielleicht auch noch eine weitere interessante Aussage, äh, die sich auf die Pfiffe gegen Wien Wiesbaden oder nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden bezieht. Da meinte er, das war das erste Mal für einen Spieler wie mich, dass so etwas passiert. Es war für mich nicht so einfach, äh, damit umzugehen. Also das ist ja auch nochmal eine klare Aussage, dass er mit der ganzen Situation dann auch ein Stück weit überfordert ist und hier muss natürlich dann der Trainer genau hinhören und sich überlegen, ob er dem Spieler das so zumuten kann oder ob das so zuträglich ist, dass er jetzt dadurch dieses, jetzt nutze ich ein Wort, ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, Stahlbad geht. Stahlbad! Kann man das sagen? Ja, nach Verzagen glaube ich. Ja, also es ist halt so, es ist halt enorm schwierig, glaube ich, für einen Spieler, der sonst friedvoller Eierkuchen gewohnt ist aus Kiel, plötzlich hier in Stuttgart zu spielen, wie du halt sagst, von der Presse als das Metronom bezeichnet zu werden und dann läuft's nicht, dann bist du derjenige, der mehr oder weniger an den Gegentoren seinen Anteil hat, jetzt vielleicht nicht die Hauptschuld trägt, aber seinen Anteil hat und plötzlich stehen da 50.000 auf und pfeifen, das kann schon schwierig sein. Auf der anderen Seite wird er da vielleicht auch gestärkt rausgehen und das wird ihn weiterbringen. Also es ist zumindest ein sehr, sehr ehrliches Interview gewesen, was es eigentlich heutzutage kaum noch zu lesen gibt von einem aktiven Spieler. Ich fand das sehr, sehr, sehr erfrischend und selbstkritisch und ja, wie gesagt, ich denke, man muss halt ein bisschen mehr als nur über die sportliche Leistung hinausblicken. Vielleicht hat man ihn da auch so ein bisschen überfrachtet, überladen mit Erwartungen, wie er das Spielsystem dann in die Mannschaft implementiert und wie gesagt, ich sehe es halt schwierig, wenn er halt dann Leuten irgendwie Anweisungen geben soll, die Gomez oder Castro oder Didavi heißen. Das funktioniert vielleicht auch nicht so wirklich und das wäre vermutlich besser, wenn man sagt, hey, Atta, geh aufs Feld und spiel so gut, wie du kannst und guck nur auf dich und das, die Rolle hat er vermutlich nicht, sondern er muss halt immer noch ein bisschen halt um sich rumgucken und vermutlich dann vielleicht auch Leuten Anweisungen geben, die halt irgendwie sportlich schon weitaus mehr erreicht haben als er und das kann ich mir als Außenstehender als relativ schwierig einfach vorstellen und ich glaube, er hat das Potenzial, um uns zu helfen, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt nicht abgestiegen wären, dann wäre halt jemand wie er als Ergänzungsspieler gekommen und und so kommt er halt als mehr oder weniger Messias und die Rolle kann er natürlich nicht ausfüllen und ja und dann sieht er sich halt dann in einer Situation entgegen, wo er dann auf einmal von in einem vollen Heimstadion irgendwie von einem kleinen Teil der Fans ausgepfiffen wird, das ist natürlich nicht schön, aber auch für ihn eine komplett neue Situation, die sicherlich nicht einfach ist und ja, ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld haben, aber ich glaube schon, dass er uns noch sehr viel Freude bereiten kann. Ja, er hat es gezeigt, dass er es kann und hoffen wir mal, dass er da schnell wieder hinkommt. Gregor Kobel hat übrigens auch was ähnliches gesagt in einem Kicker- Interview, der meinte auch, der Druck ist an sich schon groß genug und für den Fußball, den der VfB spielen will, braucht man so eine gewisse Lockerheit und wenn die Mannschaft verkrampft oder einzelne Spieler, dann wird es halt schwierig und ich glaube, das ist auch so ein Fingerzeig auf die Pfiffe gegen die Mannschaft im Spiel gegen den Wiesbaden, dass das halt total kontraproduktiv ist, wenn da die Fans anfangen zu pfeifen, weil eben genau diese Lockerheit und auch dieser Mut, den du brauchst, um den Fußball von weiter zu spielen, darunter leidet. Natürlich wirst du nicht mehr den verrückten Pass spielen, wenn du irgendwie das halbe Stadion schon gegen dich aufgebracht hast. Ja, vielleicht würde es dem VfB gut tun, in einem komplett leeren Stadion zu spielen, wo es überhaupt keine Reaktionen gibt, wo sie einfach ihre Bälle hin und her spielen können, keine Ahnung. Ja, aber das ist für mich auch so, also nicht nur, was die sportliche Leistung angeht und was das System Walter angeht, sondern auch was die Stimmung angeht, so für mich, wie soll ich sagen, so ein, nicht Warnsignal, aber die Entwicklung für mich passt halt nicht wirklich, also das ist so ein ganz subjektives Gefühl, aber erstes Heimspiel gegen Hannover, da hat man gesehen, die Mannschaft spielt komplett anders als in der vergangenen Saison, Gregor Kobel hat hinten die Bälle alle kurz rausgespielt, da haben halt viele dann geraunt, weil es irgendwie dann knapp war und so weiter und dann gab es halt auch dann die Situation mit Awuja, mit der gelb-roten Karte, wo das ganze Stadion halt stand und den Schiri ausgepfiffen hat, wo wirklich Stimmung war und dieses Heimspielgefühl haben wir danach eigentlich nie wieder gehabt, also gegen Fürth vielleicht noch so ein bisschen, aber ich finde halt stimmungsmäßig und auch von der Spielentwicklung her sehe ich halt nicht, dass es besser wird, das mag jetzt auch täuschen und das ist für mich so ein bisschen befremdlich, es ist nicht so, dass man sagt, gegen Hannover war es jetzt glücklich und danach wurde es immer besser, sondern es ist für mich jetzt eher komplett andersrum und das gilt auch für die Stimmung und das ist für mich so ein bisschen befremdlich einfach, dass ich diese Entwicklung nicht sehe, dass es immer, immer besser wird. Ja, da gebe ich dir recht, also gut, jetzt kommen wir so langsam zum Sportlichen, Sebastian, ja, es muss ja jetzt auch mal hier vorwärts gehen, wir sind ja schon tief hier, also ich glaube wir kratzen schon bald am Rekord, aber gut, wir machen jetzt erst mal weiter. Also, der VfB hat ein Testspiel bestritten, gegen St. Gallen, würde ich jetzt gar nicht so lange drüber sprechen, hätte ich nicht jemanden vor Ort gehabt, der mir danach so ein bisschen berichtet hat, was da passiert ist. Ich habe ein paar Notizen zugespielt bekommen über diesen geheimen Geheimtest des VfB Stuttgart, die Aufstellung war nicht ganz so geheim, die konnte man auf vfb.de nachlesen, aber die Anordnung war ganz interessant. Der VfB hat wieder mal in einem 4-3-3 gespielt, wieder mal deshalb, weil man ja auch schon im Drei-Ligen-Cup dieses System ausprobiert hat. Roberto Massimo hat als Rechtsverteidiger gespielt, Atakan Carasor und Holger Bartschuber haben die Innenverteidigung gebildet und Insua über links. Aska Siva durfte endlich mal auf der Sechs ran und Clement und Castro bildeten, ja, so eine Acht, wobei man dazu sagen muss, dass wenn der VfB im Ballbesitz war, Clement der deutlich offensivere Spieler war von den beiden Achtern und vorne im Sturm spielt dann Mario Gomez, über die Außen kamen Silas und Koulibaly, die das beide auch ganz, ganz gut gemacht haben und ja, was konnte ich so in Erfahrung bringen? Also Clement, das war jetzt nicht sonderlich auffällig, ist für mich persönlich jetzt ein wirklich interessanter Spieler für die nächsten Partien, weil eben Daniel Didavi lange ausfallen wird, deswegen glaube ich, dass Clement schon ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns werden könnte. Natürlich hast du auch noch Förster, aber mir wäre es ganz recht, wenn der Clement jetzt endlich mal ins Rollen kommt, aber es war jetzt nicht so, dass er sich besonders hervortun konnte in diesem Spiel. Er hatte zwei, drei gute Abschlüsse, hat auch sonst mal so eine gefällige Aktion gezeigt, aber insgesamt dann eher unauffällig und wird immer noch nicht 100 Prozent fit. So wurde es mir übermittelt. positiv ist zu erwähnen, dass der VfB trotz extrem hohen Pressings der St. Gallener ganz gut mit dieser Situation zurechtkam und ständig eigentlich jemand anspielbar war und das ist ja auch die Prämisse des Spiels unter Tim Walter, diese ständige Anspielbarkeit und ja, man sieht, dass es da halt eben dann Vorteile gibt, wenn die gegnerische Mannschaft mit einem hohen Pressing agiert, dann kann der VfB davon profitieren, das sah wie gesagt ganz gut aus. In der Defensive war man wohl nicht ganz so sattelfest, also die Schweizer hatten die ein oder andere Chance, hätten auch in Führung gehen müssen. In der Presse kam es ja schon so rüber, als ob der VfB das Spiel relativ klar dominiert hat. Das Ergebnis lässt ja auch darauf schließen, das habe ich jetzt noch gar nicht genannt. Der VfB hat das Spiel 4-1 gewonnen, aber wir wissen ja, bei Testspielen ist das Ergebnis Nebensache, von daher habe ich es vielleicht auch zu Recht außen vor gelassen und ja, ansonsten wurde mir berichtet von guten Ansätzen des VfB und vor allem Koulibaly, Silas und Massimo sind da aufgefallen, die immer wieder gute Läufe über außen hatten. Ja, insgesamt ein guter Test, ein interessanter Test und ich bin gespannt, was das für Auswirkungen für das nächste Spiel dann gegen Kiel haben dürfte. Ich glaube nicht, dass weiter jetzt direkt mit einem 4-3-3 spielen wird, aber ja, gerade Spieler wie Massimo, Silas und vielleicht auch Koulibaly könnten schon interessant sein für das Spiel gegen Kiel, ja auch Mario Gomez als Sturmspitze, weiß ich nicht, glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ganz kurz noch zu den Torschützen und jetzt kommt es natürlich, Mario Gomez trifft doppelt, aber auch hier wurde mir berichtet, pass auf, der Gomez hat eher ein schwaches Spiel abgeliefert, auch wenn er zweimal getroffen hat. Die Tore, die er erzielt hat, die waren jetzt nicht sonderlich schwer, die musste er mehr oder weniger nur noch so reinschieben und eigentlich hätte er vier machen müssen, so hieß es. Von was er aber wirklich zerrt und was sein Faustwand auf dem Platz ist, ist die Ausstrahlung. Also man merkt wirklich diese Autorität, die er ausstrahlt und die Mitspieler, die Gegenspieler sind da schon irgendwie anders drauf, als wenn da irgendein anderer Stürmer vorne drin steht. Ich glaube schon, dass er halt außerhalb Stuttgarts einen deutlich höheren Stellenwert hat als bei uns jetzt irgendwie und dass halt die Verteidiger echt so ein bisschen Angst haben, wenn er aufläuft oder eingewechselt wird. Ja, und das müsste er halt häufiger zeigen und mir ist ehrlicherweise völlig egal, ob jetzt die zwei Tore, die er gemacht hat, leicht oder schwer waren, ob er vier machen muss oder zehn oder 50, wenn er zwei Tore macht, also dann soll er spielen und dann kann er die meinetwegen auch 30 Zentimeter vor der Linie bekommen und einschieben, aber er muss die Dinge halt einfach machen. Und ich glaube, die Qualität hat er halt natürlich nach wie vor, vor allem in der zweiten Liga, dann halt die Buden zu machen. Und es gab ja nicht wenige Leute und vielleicht auch mich, die gesagt haben, der macht dann locker 20 Tore in der zweiten Liga. Ja, die Vorlagen für Gomez-Treffer kamen von Massimo und Koulibaly. In der 52. Minute trifft er noch Karasor, da kam die Vorlage von Stenzel. Über Karasor hieß es, dass der ein sehr gutes Spiel abgeliefert hat, einen intelligenten Spielaufbau an den Tag gelegt hat, wenn man das so sagen kann, rückte häufiger in den Sechserraum vor. Also man hat dann hinten wieder auf so eine Dreierkette umgestellt. Auch das konnte man beim Drei-Ligen-Cup schon ganz gut beobachten. Sobald der VfB im Ballbesitz ist, wurde aus der Viererkette hinten eine Dreierkette. Und sehr zweikampfstark war er wohl. Ja, und hat sich mit dem Tor, mit dem 3-0 dann letzten Endes auch belohnt. Dann gab es noch einen Anschlusstreffer, wenn man das so nennen kann, in der 57. Minute durch Itten. Und in der 74. Minute hat Massimo dann das Ding hier für uns klargemacht. Hat das 4-2-1 geschossen. Die Vorlage kam von Silas. Und Massimo, absolut starke Leistung. Vorlage, Tor erzielt, unheimlich schnell, sehr mutig, sehr entschlossen. Also das muss sehr, sehr gut ausgesehen haben gegen St. Gallen. Und ich bin mal gespannt, ob das ein Kandidat ist für die Startelf am kommenden Wochenende. Ja, David Krötzinger hat mich ein bisschen gewundert, hat komplett gefehlt. Und spielte auch nicht in der U21. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, ob der wieder angeschlagen ist oder so. Aber das ist ja auch eine Möglichkeit, ihn jetzt mal so ein bisschen zu testen, weil ja bei Sosa nicht so ganz klar ist, wann der zurückkommt. Aber war nicht dabei. Wie gesagt, auch nicht bei der U21. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Gegner. Holstein Kiel. Ich kann schon vorwegnehmen, Sebastian, wenn du nicht viel zu sagen hast. Ich habe es auch nicht, denn ich habe die Kieler noch nicht so richtig durchschaut. Vor allem jetzt unter dem neuen Trainer kann ich eigentlich noch so überhaupt nicht sagen, was uns da erwarten wird. Was ich interessant fand, dass Kiel in den ersten sieben Zweitliga-Partien immer in Rückstand geraten ist. Also immer das 1-0 kassiert hat gegen sich. Und ja, natürlich denn die Spiele auch nicht gewonnen hat. Erst jetzt in den letzten beiden Spielen habe ich für mich persönlich so eine Leistungssteigerung wahrnehmen können. Natürlich, das Spiel in Fürth war ganz gut. Dann gegen Regensburg wieder nicht so prall. Aber immerhin ist man in Führung gegangen, wenn man das so sagen möchte. Ich bin von den Torhütern nicht so richtig überzeugt. Der Gellius und auch der Reimann machen auf mich jetzt nicht den stärksten Eindruck. Ich glaube auch, dass der Reimann seinen Stammplatz an Gellius verloren hat. Ich glaube, der Reimann hat die ersten Partien für Kiel bestritten und dann wurde im Tor gewechselt und der Gellius hat jetzt aber auch schon ein paar Patzer drin gehabt. Also weiß nicht. Ich glaube, da haben sie nicht die besten Torhüter hinten drin. Natürlich wird Gellius heute eher spielen gegen uns sein bestes Spiel machen. Ist klar. Wenn ich das jetzt so sage, dann ist es Ich wollte gerade sagen, du sprichst auf einen Kantersieg eigentlich an. Ne, warte, 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 das relativiere ich alles noch. Ja, ne, also es gibt ein paar Spieler, die finde ich interessant, aber die sind jetzt auch nicht herausragend. Natürlich, wenn du jetzt denkst, der Lee Shee Sung oder ich spreche bestimmt seinen Namen falsch aus. Aber der Lee, der ist halt eine Bombe, finde ich, im Mittelfeld. Ja, also technisch hervorragend, Tempo ist stark. Also das ist halt echt eine Wonne, dem beim Fußballspielen zuzugucken. Aber das ist halt auch so ein Schlendrian, der oft mal einen Fehlpass spielt und das zu einem Zeitpunkt, wo du dir den Fehlpass nicht erlauben solltest, weil er dann zum Konter führt. Ja, also da bin ich so zwiegespalten. Nach vorne hin ein grandioser Spieler, aber wie gesagt, ein Schlamper, würde man hier in Baden-Württemberg sagen. Aber trotzdem schön anzugucken. Dann Makana Baku, der Bruder von Riedle Baku, auch ein guter Spieler, den ich mir auch immer wieder gerne angucke. Ich glaube, da kann auch noch einiges gehen für den Jungen. Aber so richtig gezündet ist er auch noch nicht. Also oder hat er auch noch nicht so. Es ist ja richtig. Aber trotzdem ein gefährlicher Mann, gar keine Frage. Der Atanga, der von Fürth nach Kiel wechselte, ist glaube ich ganz interessant. Aber dann fängt es echt schon an zu bröckeln bei mir. Also dann gibt es wenig Spieler, die ich jetzt für richtig gut erachte. Sorry, also. Ja, aber da kennst du deutlich mehr Spieler als ich von Kiel. Also ich kann nur kurz konstatieren, dass Kiel als Tabellen-16ter kommt mit acht Punkten, haben zwei Spiele gewonnen, zwei unentschieden, fünf verloren. Haben das letzte Spiel unglücklich verloren, glaube ich, zu Hause gegen Regensburg, gegen wie kurz vor Schluss noch. Ist 1 zu 2 dann kassiert. Also ja, die kommen jetzt auch nicht mit einem Sack voll Selbstvertrauen irgendwie. Also für die geht es auch schon auf der einen Seite um relativ viel, aber haben jetzt auch Reiten nicht auf eine Erfolgswelle oder so. Also ja. Ich bin halt gespannt, wie Ole Werner spielen lässt. Also der Trainer, da muss man vielleicht noch kurz was dazu sagen. Also das kriege ich so ein bisschen mit, wenn ich den Podcast, den Kieler Podcast 1912 FM höre. Auf den hält man wirklich große Stücke. Also der Trainer scheint ziemlich cool zu sein. Hat ja auch, glaube ich, die U23 war es trainiert zuvor in Kiel. U21 oder U23, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das bei den Kielern aufgeteilt ist. Und gilt so ein bisschen als, ja, das Talent so unter den Trainern in Kiel. Und jetzt hat er halt die Möglichkeit, das zu zeigen. Das ist quasi unser Nico Willig, oder? Ja, würde ich schön so sagen. Also so hörte es sich an. Und jetzt ist halt die Frage, wie wird der in Stuttgart auftreten? Ich meine, der wird natürlich auch nicht so blöd sein und ins offene Messer laufen und damit vor der Kapelle direkt nach vorne stürmen. Da weiß er halt auch, damit rennt er wahrscheinlich ins Verderben. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die sich komplett hinten reinstellen und eben mit neuen Abwehrspielern versuchen, dieses Spiel nach Hause zu bringen. Das wird sehr interessant zu sehen sein, wie Kiel die Nummer angeht. Und dazu kann ich halt überhaupt nichts sagen. Da fehlen mir die Einblicke, wie dieser Trainer dann taktisch denkt gegen solche starken Gegner, wie zum Beispiel den VfB Stuttgart. Was auffällt, das muss man erwähnen, und ja, den Spieler wirst du auch kennen, ist das Fehlen von Yannick Dehm, der sich ja glaubt, dass Schien und Wadenbein gebrochen hat in der Vorbereitung. Und der fehlt den Kielern an allen Ecken und Enden. Also, der sollte ja auch nach Stuttgart wechseln. Genau, das war der Kapitän auch von Kiel, oder? Vor der Verletzung. Hat er ja nicht gesagt, er wechselt nicht zum VfB, weil er jetzt gerade zum Kapitän ernannt wurde. Das war Hauke Wahl, der wurde zum Kapitän befördert, genau. Genau, der ist auch noch Kapitän. Der ist Kapitän, Stammspieler, ja. Innenverteidiger, genau. Ein bisschen hüftsteif, ein bisschen langsam, also das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein für Silas oder für Nico, da vielleicht dann im Duell gegen einen Innenverteidiger zu punkten. Ja, aber das sage ich ja eigentlich über fast jede Zweitliga-Abwehr. Das kannst du ja auch über Holger Bartschuber sagen. Ja, natürlich, klar. Und trotzdem spielt er eine hervorragende Saison. Also, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, gegen Kiel zu Hause musst du auf jeden Fall gewinnen. Da gibt es keine zwei Meinungen und ich bin da auch absolut der Meinung, dass es so ist. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Selbstläufer wird. Nee, aber gerade in Anbetracht der zwei Partien gegen HSV vor der Brust und der Heimniederlage gegen Wien-Wiesbaden im Rücken, ja, musst, musst, musst du das gewinnen. Irgendwie. Also, sonst wird es, glaube ich, grenzlig. Sonst wird gepfiffen auf jeden Fall. Nee, natürlich wird gepfiffen. Also, du kannst ja nicht gegen Wien-Wiesbaden, gegen Holstein-Kiel zwei Halbspielen in Folge verlieren. Kannst du einfach nicht. Nee, geht nicht. Und vor allem, wenn du halt weißt, du spielst dann in Folge zweimal gegen den stärksten Gegner in der kompletten Saison vermutlich. Ja, dann wird es lustig. Gut, dann kommen wir zu unserem Startelf-Tipp und ich muss natürlich noch kurz auflösen. Neunter Spieltag, Sebastian, du hast zum ersten Mal den Startelf-Tipp gewonnen. Yes! Acht Tipps oder acht Spieler richtig getippt. Ich habe es nur auf sieben geschafft und damit rückst du mir so ein bisschen auf die Pelle. Insgesamt steht es aktuell 81 zu 75 richtige Tipps von 99 möglichen. Und du kannst natürlich jetzt direkt nachlegen mit deinem Startelf-Tipp für das Spiel gegen Kiel. Das ist jetzt das Spiel halt schon so verdammt lange her, dass ich irgendwie gar keine Ahnung mehr habe, wer überhaupt noch... Also, im Tor kann ich dir sagen, hast du die Wahl zwischen Kobel, Preto... Nein, du weißt es, Sachs, Kobel. Ja, natürlich Kobel. Rechtsverteidiger ist auch klar, brauchen wir nicht lange rummachen, ist Stenzel. Innenverteidigung. Bartschu überkämpft bei mir? Ja, natürlich, ja. Ja, also da sehe ich auch keinen Grund, irgendwas zu wechseln, außer es verletzt sich wieder irgendjemand. Und dann kommen wir auf den Linksverteidiger-Posten zu sprechen. Also, Bonasosa trainiert weiterhin nicht mit der Mannschaft, wird auch nicht zur Verfügung stehen für das Spiel in Kiel. Und dann hast du ja eigentlich nur Insua, Grötzinger. Genau. Ist keine Option. Ja. Ja, also da sind wir relativ schnell durch. Dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld, da wird es ein bisschen interessanter. Ja, also fangen wir mal an mit der Sechs. Das ist mit Sicherheit eine interessante Position. Wen siehst du auf der Sechs gegen Kiel? Ja, der Klassiker Karasor muss halt gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen spielen. Aha. Und hier haben wir das erste Problem, möchte ich mal sagen. Denn ich glaube, dass Orel Mangala auf der Sechs beginnt. Äh, auf der Sechs beginnt. Und Karasor draußen sitzt. Ja, ich gehe davon aus, dass Walter ihm eine kleine Pause gibt. Ja, nicht gegen Kiel. Das ist so Westentaschen-Psychologie gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen. Nee, nee, der spielt auf jeden Fall. Aber der ist vorbelastet. Also, der darf sich halt kaum was erlauben, sonst wird es sofort unruhig auf den Rängen. Deswegen, glaube ich, wird er ihn eher schützen und beim nächsten Auswärtsspiel gegen Hamburg bringen. Also, das ist mein Gedanke. Also, dass Walter sagt, hey, der Typ, der kann machen, was er will. Der wird ja selbst für einen erfolgreichen Querpass ausgefüffen. Ist ja so. Also, selbst das kriegen wir ja die Leute. Also, warum soll ich denen jetzt hier den Wölfen zum Fraß vorwerfen? Ich gebe ihm diese Pause. Mangala ist fit, Mangala ist gut drauf. Und den lasse ich spielen auf der Sechs. Und Attal bekommt seine Chance dann in einem der beiden Spiele gegen Hamburg. So würde ich es als Trainer machen. Aber ich bin ja auch kein ausgebildeter Trainer und liege deswegen wahrscheinlich auch falsch. So, dann gucken wir mal auf die beiden Halbpositionen. Da habe ich Ascaciba und Roberto Massimo. Ah, okay. Ja. Und Massimo dann rechts und Ascaciba links. So würde ich es machen. Also, die Alternativen wären für mich jetzt Clement auf der linken Seite statt Ascaciba. Aber ich bin auch wirklich überzeugend, konnte er im Test nicht, konnte er davor nicht. Wirkt immer noch nicht 100% fit. Deswegen ist er für mich raus. Und ja, auf der rechten Seite hast du natürlich die Möglichkeit, Castro zu bringen. Du könntest wahrscheinlich auch einen Clement da hinstellen. Du könntest Koulibaly bringen. Förster ist natürlich auch noch eine Alternative. Aber ich kann schon sagen, den stelle ich auf die Zehn. Und für mich ist Massimo jetzt einfach mal dran. Der Junge bringt in der Oberliga tolle Leistungen. Hat gegen Wien Wiesbaden einen neuen Schwung reingebracht. Hat gegen St. Gallen ein gutes Spiel gemacht. Wenn ich Tim Walter wäre, würde ich sagen, so Roberto, das ist jetzt dein Spiel. Hier gegen Kiel kannst du zeigen, was du da auch warst. Ja, valide These. Ich glaube, dass Massimo noch ein bisschen schmoren muss. Und ich stelle wieder so auf wie gegen Wien Wiesbaden mit Ascaciba auf rechts und Förster auf links. So, und dann bin ich gespannt, wen du auf die Zehn stellst. Ja, ich habe überlegt und ich war kurz davor, Philipp Klement aufzustellen. Aber ich habe mich dagegen entschieden und stelle Gonzalo Castro auf die Zehn. Oh, der kann das. Der kann das. Es darf halt nur nicht schnell zugehen. Nein, da vorne geht der. Da verschleppen sie das Tempo. Der kann das. Die Differenzialsperre im Offizierspiel. Nee, der kann das. Der hat das damals bei Leverkusen gegen Real Madrid, weiß ich nicht. Nee, der kann das. Okay, ich vertraue dir, aber befürchte, dass Tim Walter anders denkt. Das glaube ich auch. Ich muss ja ein bisschen Risiko gehen. Du musst Risiko gehen. Du musst auch wollen. Genau. Dann kommen wir zum Sturm. Ich habe Gonzales fest eingeplant im Sturm und schwanke dann zwischen Al-Gadoui und Wamangituka. Also eigentlich musst du Silas bringen. Auf der anderen Seite ist es auch geil, wenn du so einen schnellen und dynamischen Stürmer in der zweiten Halbzeit reinwerfen kannst. Ich glaube, deswegen entscheide ich mich auch für den Torgiganten Al-Gadoui und Gonzales. Ja, da würde ich mitgehen. Also einen kleinen Wuseligen und einen so einen abgezockten, großen. Das ist, glaube ich, gegen eine Mannschaft wie Kiel schon ein ganz gutes Mittel. Also, dann haben wir unseren Stattelf zusammengefasst. Und ich möchte hier schnell keine Zeit verlieren, denn es wird wirklich immer später. Und logischerweise möchte ich ganz kurz noch über die U21 und die U19 sprechen. Erfreulich war mal wieder, dass Tim Walter Jungs aus der U21 bzw. aus der U17, glaube ich, mit hochgezogen hat. Jordan Meyer oder ist der U19? Das weiß ich jetzt gar nicht. Jordan Meyer war mit dabei. Nick Betzner, Sebastian Hornung, Nikos Sokrafakis von der U21, der wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat bei mir. Der kam, glaube ich, von der Hertha jetzt in der Sommerpause zur U21 und der macht echt einen guten Eindruck. Und Florian Kleinhansel, alle, die durften mit den Profis mittrainieren. Das war sehr, sehr gut oder finde ich sehr, sehr gut, dass es da die Möglichkeit gibt, für die Jungs aus der U21 und U19 sich zu zeigen und dann vielleicht eine Chance zu bekommen, mal irgendwann dann auch in einem Zweitligaspiel. Also unter Weiter würde ich das nicht ganz ausschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, absolut, ja. So, die U21 war letzte Woche auch aktiv, spielte gegen, ich glaube, die spielten gegen Freiberg, oder? Spielten die gegen den Freiburger FC? Nee, nee, Freiburg. Echt? Okay. Ja, ja. Habe ich mir doch nicht notiert. Deutscher Meister von 1649. Das ist tatsächlich Freiburg. Stimmt, die waren Deutscher Meister. Also nicht SC Freiburg, sondern FC Freiburg. Freiburger FC, genau. Ja, genau. Dann habe ich mir doch richtig notiert. Genau, es ist nicht Freiberg, sondern Freiburg und, ja, frag mich. Aber die gibt es tatsächlich. Inzwischen wissen wir ja, sobald die U21 des VfB Stuttgart auswärts ran muss, dann können die nicht mehr gewinnen. Und so war es auch diesmal. Es ging 1 zu 1 aus, wobei der VfB wirklich wieder große Chancen hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Es gab zwei Lattentreffer, Richter und Tomic haben da den Ball ans Alu gezimmert. Und, ja, am Ende steht man wieder mit zwar einem gewonnenen Punkt da, aber eigentlich hat man zwei verloren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Göppingen gegen Neckarsulm 1 zu 2 verloren hat und die Kickers nur unentschieden gegen Ilshofen gespielt haben. Das wäre halt die Chance gewesen, mal ein paar Punkte wieder gut zu machen auf die Top-Mannschaften vorne. Und, ja, die Möglichkeit hat man versäumt. Und jetzt gilt es halt am Samstag, den 19.10. um 15.30 Uhr gegen Bissingen. Bissingen, die stehen aktuell auf Platz 10, ja, mal wieder zu Hause drei Punkte zu landen. Weil man ja davon ausgehen muss, dass das nächste Auswärtsspiel dann wieder nur maximal unentschieden geholt wird. Mittlerweile haben wir uns ja daran gewöhnt. Ja, für den VfB ist trotzdem noch nicht Hoppen und Mainz verloren. Man ist aktuell Dritter, hat einen Punkt Rückstand auf Villingen, die Zweiter sind, und vier Punkte Rückstand auf Göppingen. Da erwarten ja alle noch den einen Bruch von Göppingen, weil die ja deutlich über ihren Möglichkeiten spielen. Ja, man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass der Abstand nicht allzu groß wird. Und die U19, die hatte spielfrei am vergangenen Wochenende, wird aber dann am Samstag, 19.10. um 13 Uhr, ich meine in Augsburg, gegen den zwölfplatzierten Spielen. Und der VfB, also die U19 des VfB, ist aktuell Dritter in der Junioren-Bundesliga. Dann haben wir das auch abgefrühstückt und kommen zum Schluss zur guten Nachricht dieser Ausgabe. Nico Gonzalez, lieber Sebastian, hat sein Nationalmannschaftsdebüt für Argentinien gegeben. Am Sonntag gegen Ecuador gewann Argentinien 6 zu 1. Zur Halbzeit stand es schon 3 zu 0 und Nico hat 70 Minuten gespielt. Normalerweise würde ich jetzt sagen, na gut, wenn der Stürmer war, hat er mindestens eine Bude gemacht. Leider, es ist ihm das nicht vergönnt gewesen. Ja, aber trotzdem sensationell, also jetzt irgendwie ein halbes Jahr zurück, wer hätte es gedacht, als Nico Gonzalez im Abseitsstand, als Denis Saogo den Freistoß gegen Union Berlin reingemacht hat, dass der dann irgendwie ein halbes Jahr später in einer argentinischen A-Nationalmannschaft in der Startelf steht. Also das ist eine relativ steile Karriere und spiegelt ja auch so ein bisschen seine Wertschätzung hier in Stuttgart wieder. Wobei ich finde, dass er die auch noch durchaus mit Leistung und Toren unterfüttern muss. Aber ja, grundsätzlich eine coole Sache. Also da wird so langsam was. Absolut. Gut, also er selber sagt, ich habe es in vollen Zügen genossen. Vor dem Spiel war ich nervös, aber als die Dinge auf dem Platz gut liefen, war ich beruhigt. Sein Trainer Lionel Scaloni meinte auch, Nico hat ein gutes Spiel gemacht. Schön. Mit diesen warmen Worten verabschieden wir uns von euch für diese Woche. War wirklich lang, sorry dafür, aber es gab viel zu besprechen. Letzter Hinweis noch, am Ende solltet ihr die Möglichkeit haben, Denis zu unterstützen. Tut das bitte. Es gibt weiterhin den Artikel oder zwei Artikel zu Denis auf unserer Seite vfbstr.de nachzulesen. Die werden in jeder Folge verlinkt, genauso wie die GoFoundMe-Page. Also klickt da drauf, gebt dem Jungen einen Euro. Hauptsache, der kriegt endlich seine 100.000 Euro, waren es glaube ich, oder 110.000 Euro für die Operation Schreckreich Therapie zusammen. Tut was Gutes. Ist ja bald Weihnachten. Mein Gott, man muss auch mal geben im Leben. So einfach ist es. Und wenn ihr schon gespendet habt, macht es nochmal. So, Sebastian, bei dir bedanke ich mich für eine extrem lange Ausgabe. Ja gut, wir werden kein Spiel zu bereden, aber es ist ja eigentlich klar, dass es halt so lang wird, oder? Ja, ich schäme mich schon wieder. Gut, ihr findet den Sebastian auf Twitter unter addbutze. Und ihr findet ihn auch mit seinen Artikeln unter addvertikalpass auf Twitter. Außerdem natürlich unter vertikalpass.de. Da gibt es dann natürlich wieder zum Spieltag ein tolles GIF-Potpourri, möchte ich sagen. Einen hervorragenden Text, also es lohnt sich vorbeizuschauen. Und es gibt sie, die VfB Stuttgart Fußball-Fibel. Ihr seid gerade momentan meine Bettlektüre, deswegen komme ich auch nicht ganz so rasant vorwärts. Also ich schaffe dann immer nur so fünf, sechs Seiten und dann penne ich halt einfach ein. Aber nicht, weil das Buch so langweilig ist. Ganz im Gegenteil, ihr habt mir schon ein paar Mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ist jetzt auch überall verfügbar, wo es Bücher gibt, richtig? Genau, tatsächlich, seit heute scheint es irgendwie überall gelistet zu sein. Bei Amazon noch irgendwie ohne Bild und ein bisschen komisch. Aber sonst alle anderen Verdächtigen, Thalia, Osiander, Hugendubel, da scheint es das jetzt zu geben. Und ganz, ganz bitter, wenn man bei Thalia guckt, also ich glaube, da hat es noch niemand bestellt. Aber wenn man sich dann durchscrollt, dann kommt, dieser Artikel wird oft zusammengekauft mit. Und dann kommt unsere VfB-Fußball-Fibel mit der eiserne Aufstieg, der Bildband zum Aufstieg von Union Berlin. Wo ich denke, wie sehr kann ein Algorithmus einhassen, dass er sowas ausspielt, weil, ja. Richtig schön reinreiben. Guckst mal, ob da irgendwie der Gendner seine Finger im Spiel hat. Also wahrscheinlich wird kein Mensch jemals diese beiden Bücher zusammen bestellen. Außer Christian Gendner vielleicht. Das könnte natürlich sein, der hat beide bestellt und deswegen, naja gut. Und alle, die die Relegation nochmal nachrecherchieren wollen oder so, die denken sich, ich komme doch immer bei den Büchern, dann verstehen wir es besser, warum es dazu kamen. Also in unserem Buch geht es auf jeden Fall nicht um die Relegation. Ja, genau. Es geht um die guten alten Zeiten. Letzten Meistertitel, sehr, sehr gut geschrieben. Also wirklich meine Hochachtung an euch beide. Also ganz, ganz klare Empfehlung von mir an euch. Holt euch das Buch. Und jetzt ist dann wirklich Schluss. Und ich freue mich jetzt auf mein Bett. Und spätestens am Sonntag sehen wir uns alle wieder. Und am Montag dann hören wir uns alle wieder. Bis dann. Ciao. Ja, genau. Dann wieder am Montag. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.